So, gehen wir rein in Assassin's Creed 4 Black Flag. Wie ich finde, somit der geilste Teil, weil erstens Assassin's Creed geile Spielserie im Piraten-Setting. Mehr geht ja wohl nicht. Ich brauche die DLCs, aber erstmal natürlich das Main-Game anfangen, durchzocken. Absterbo? Warum Absterbo? Egal. Oh Mann! Boy, Jesse und Cade. Ich bin gerade erst angefangen, muss erst mal warm werden. Ich habe die ganze Woche nicht gezockt. Keine Zeit gehabt, aber dafür das komplette Wochenende am Start. Wie geht's euch, bevor ihr Insta läuft wieder einigermaßen? Hm. Ne, tatsächlich nicht. Ich habe geguckt, ob Mikrofon aktiviert ist. Passiert manchmal. Schon alles gab, komplett das Stream unten mit Mikrofon ausgehabt. Und keiner schreibt was so. Perfekt. Aber gibt's ja nicht zwei Faktor-Authentifizierung, dass man dein, also per Handy denn bestätigen muss? Ich gucke auch mal vorsichtshalber. Aber sowas ist natürlich ultra-asozial sowas, ne? Oh, schon direkt los hier? Aha. Wie hieß denn der Held nochmal? Edward Kenway oder so? Übrigens, weißt du, was ich gerade mache? Er sitzt auf dem Pott wahrscheinlich. Kenway. Ach du Scheiße, gleich in der Seeschlacht. Um ihre Kanonen abzufahren, halten sie ZL, bewegen sie eher zum Zielen, drücken sie ZL zum Schießen. Also aim und shooten, ist ja wohl klar. Ja, ja, der gutes Gewinn wird. So aim, so aim, Feuer. Ne, ne, ist auch kein Gegner. Aber direkt in die Seeschlacht rein? Ich hab's ja mal gespielt, bis zu einer Schlacht, wo ich nicht weitergekommen bin. Auf der Xbox 360, glaube ich, war das noch. Ja, wie denn? Der ist zu weit weg. Natürlich wieder die Engländer ist hier, zack. Wir versenken sie. Fingst nicht so wie bei Sea of Thieves, dass man dann selber eine Kanone geben muss. Man kann ja lenken. Oh, oh, oh. Gar nicht auf die Insel ballern. Gut, dass ich nochmal hingeguckt habe. Ist denn auch Kanonen vorne? Tatsache. Wie denn? Ah, vorne hat man diese, um die Segel kaputt, oder die Masken kaputt zu machen. Scheiße, scheiße. Das fängt ja gleich gut an. Direkt in Fight rein. Und lad nach, lad nach. Da haben wir's. Die scheinen die Ladezeit nicht so lang zu sein, wie bei den Vorgängerteilen. Das Ragazin ist explodiert. Oh, oh. Kommt man nicht gleich auf so eine Insel, wo man bestrangiert ist? Mach schon, du, Reudiger Hund. Reudiger Hund, du. Oh, Alter. Der Controller ist Vibration. Jetzt wacht man, glaube ich, auf der Insel auf. Ist das gefährlich? Irgendwas war da. Oder im Bett. Die Freibeuterei. Ist das gefährlich? Der wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld. Als ob. Als Pirate. Was dann? Ne ordentliches Schiff. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Aha. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Kann man machen. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es. So lange werde ich nicht brauchen, um das Spiel durchzuzocken. Das verspreche ich. Theoretisch. Ich denke mal schon, ja. Haben sie zwar nicht gezeigt, aber ich denke schon, ja. Das Ufer erreichen. Okay. Let's run. Cool, ne? In jedem Teil kommt so eine Szene. Aber man sieht es nie. Wie langweilig, ne? Aber warum ist denn mein Schiff... Ach ja, das Fass ist ja explodiert. Wollte gerade sagen, warum ist mein Schiff kaputt? Wenn auch die Engländer es besiegt. Mehr oder weniger. Hm. Ist nicht okay. Ne. Das geht bei euch am Wochenende. Seid ihr auch live? Oder nur auf dem Pott? Hm? Zumindest haben sie hier das Wasser mal besser dargestellt. Bei Revelations war es dann okay. Bei 2 und Brotherhood echt so Texturplurre. Jesse ist unterwegs. Hast du Sturm frei oder was? Naja, Flip ist ja noch da, ne? Genau, wie geht's Mr. Flip? Wichtigste Frage immer jeden Abend. War's für dich auch so gut? Denk macht gleich den Swimorino an. Ja, cool. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Havanna. Ich bezahle dich. Ist das nicht das, worum es euch Piraten... Ist stabil, das ist gut. 100 Escudos. Ist er noch rum drin? Ist er wo gestrandet? Hast du mal was zu besaufen? Du, oder nicht? Aber vielleicht ist ja wie bei Flucht der Karibik irgendwo ein Schmugglerversteck auf dem... Ist das Gott nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Na? Ja, damals war es ja so, wenn die Waffen... Weil das Schießpulver drinne war. Wenn's nass ist, macht's nicht peng. War halt so, ne? Dich hol ich mir, Früchtchen! Den Assassinen fänden? Also, man gefunden hat man ihn ja schon, ne? Aber jetzt muss man ihn irgendwie... Wo ist der denn? Ich runterfallen! Hier so ein kleines Dorf? Ach, ne. Okay. Statt Strohhaufen sind's hier Palmwedelhaufen. So, wo ist der Macker? Wird er nach oben, ne? Äh... Warum hochklettern? Geht's schon wieder los? Wohin? Wohin genau? Ich ziehe vielleicht von da klettern. Auch nicht. Oh, es fängt ja schon wieder gut an. Nirgendwo kommst du hoch. Zieh mal da mein Schiff. Ja, okay. Die Reste vom Schiff. Okay. Das... Das ist der Weg. Das offensichtliche Video übersehen. Also wie immer. Das wird sich nie ändern. Weißt du, bei dem Game oder sollen wir zusammen was machen? Also, heute bleib ich bei dem Game. Ich mache ja samstags immer so, äh, Samstalk und Community Games und so. So viel Optionen, was zusammenzocken, Mortal Kombat 1 habe ich nicht. Fortnite ist kacke. Besonders dieses Season. Warte mal, wo muss ich... Ich muss mal kurz konzentrieren. So, ich kann wahrscheinlich hier wieder freischalten, ne? Ausblick. Und synchronisieren auf A statt auf X ist okay. Aber wenn morgen irgendwie, morgen mal ja auch so wie Codenames oder Browser Games, falls du da Lust Zeit hast. Da geht immer was. So, runter. Ich muss echt mal Story Games weiterzocken. Ich habe ja jetzt... Ich wollte eigentlich Final Fantasy anfangen. Das habe ich mir im Cell wieder... Assassin's Creed gekauft. Morgen sind wir auf ein Geburtstag. Ach. Blöder Fatzke. Blöder Fatzke. Ja, das geht rauszufinden, wohin wir. Folge mir und du stirbst. Schauen wir. Ich denke nicht. Wir könnten uns zusammentun. Oder auch nicht. Ist das der Turm von Ebeney, oder? Ne. Müssen wir den ja auch noch synchronisieren. Weil wir eben Map aufdecken und so. Ist immer wichtig. Bleib mir vom Leib! Nicht schießen, deine Waffe geht eh nicht. Oh. Verdammt. So, morgen kommt auch wieder ein Best-of. Habe ich eben noch auf Kramp festgehalten. Äh. Sammengeschnitten. Weil der Festhalten stand. Ach, jetzt soll ich ihn töten? Okay. Das kriege ich hin. Jo, Bro. Ich mache mich mal fertig. Bleib im Lurk. Aber starte den... Martin Luther King neu. Okay. Ich schaue natürlich nachher, weil er vorbei. Was auf A ist Konter? Wieso haben sie das geändert? Aha. So, ich muss kurz... Konter auf A. Wieso haben sie die Steuerung geändert bei dem Teil? Wie dumm ist das denn? Oh, da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Das schaut gut aus. Für mich. Martin Luther King. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist halt wieder kreativ. Was hat er sich da eigentlich gesagt? Ach, der Assassino-Orden. Also, kommt zügig nach Havana. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Summa sumil de servidor el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole. Holen wir eure Belohnung. Aha. Jetzt brauche ich ja nur noch ein Schiff. Nur noch. Einen Weg nach Havana finden. Okay. Was war das? Dieser Schoner sollte ausreichen. Ach, okay. Den... Den... Den klauen wir. Und dann geht's nach Havana. Was ist das hier? Wo? Oh, ne Schildkröli. Ja, unpirschen. Aber... Nö, kämpfen. Ach so. Du dreckiger Pirat. Du wirst hängen für deine Schandtaten. Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker und vor. Kann man die... Beuten? Aha. Klündern. Oh, oh. Das ist schnell verstecken. Nehmt meinen Zucker. Nehmt alles, was ihr wollt. Komm ran hier. Ich zahle auch. Alles, was ihr wollt. Zack. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Da kriegt man einen Doppelkill jetzt schon hin. Wahrscheinlich nicht. Nehmt alles, was ihr wollt. Oh, ist so ungewohnt auf A, denn Konterangriff. Es war immer auf Y. Geht ne Kombo? Tatsache. Ich zahle auch. Alles, was ihr wollt. Das war nämlich noch die Frage. Kann man die Kombos machen? Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Thank you. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch, äh, hier liegt mein armer Kapitän. Und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Doch. Ich bin danke. Wie heißt du, Freund? Steed. Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet. Das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät dem König. Ich gottschütze ihn und muss unbezüglich Havanna erreichen. Ach, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was. Ach was. Ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber, bedenkt man alles, dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Das Ruder des Schiffs erreichen. Boah, das, das, was ist das denn hier? Ein Schatz. Das ist das. Da gibt es wohl Schlimmeres. Ja, agieren. Oh, eine Schatzkarte. Ah. Okay. Ach so, okay. Schatzkarten? Geld werfen? Nein. In der Bucht unten rein. Eine Palme? Kann man das schnell machen? So von hier aus? Weil es wird ja eine Kiste schon angezeigt, auf der Map. Ist aber so eine, ja, so eine normale. Wenn ich das richtig sehe, ist auf der Map noch was markiert. Ne, es ist der Haufen hier. So, er sagt, ins Wasser rein. Also am Ende der Hügel soll ein Schatz sein. Wollen wir mal gucken, ob ich wieder Schatzseele mache. Also hier soll der Schatz irgendwo sein. Man hat denn so ein Adlerauge noch. Rechten Stick, linken Stick. Ah. Also vom Ding her müsste der am Ende der Höhle. Und ich bin am Ende der Höhle. Tja. Interagieren kann man jetzt auch nicht. Ach hier, Graben. Ist jetzt wieder eine Nebenaufgabe. Muss man nicht machen, aber... Ich wollte nur für mich selber wissen, ob ich Schatzjäger bin. Wow. Wenn ich jetzt die Schatzkarte öffne, zeigt er immer noch an. Okay. Ach, jetzt ist die Karte weg, weil ich den Schatz gefunden habe. Zu einfach geht das. Ich muss aufpassen, weil wir untertauchen. Man, man kann doch richtig tauchen. Naja. Es gibt hier auch Heile, soweit ich mich erinnere. Ja, komm. Wo ist der Buchtsegel? Er musste mal nicht separat irgendwie die die Siegel setzen. Hm, gute Frage, ne? Da ist er ja, der Lüttenmoors, ne? Wie geht's? Ist es heute auch online? Wie mache ich, setze ich denn die Segel? Oh nein. Stopp. Ohne Scheiß, wie kann ich denn... Öffnen und trimmen! Ah, okay. So funktioniert es. Erst essen, denn erst mal guten Hunger. Was gibt's denn bei dir heute Schönes? Ist Horrorfreitag, oder was? Stimmt, ich wollte doch Outlast 2 eigentlich heute zocken. Oh. Denn ist bei mir heute kein Horrorfreitag. Habe ich ganz verplant. Na, jetzt bin ich hiermit angefangen. Jetzt ist egal. Das tut mir leid, dass es heute keinen Horror gibt. Okay. Kann ich noch schneller fahren? Ne. Das ist ja auch nur so eine blöde Schalluppe, ne? Jetzt dürft ihr auch singen. Wow. Ey, jetzt dürft ihr singen, jetzt macht ihr nicht. Warentransporte, das sind 100 pro Schmugglers. Spiel 2 Brothers? So ein Koop-Spiel, oder? Scheiße. Also es ist echt träge, die Steuerung. Muss man echt erst mal ein Gefühl verkriegen. Oh, ungefähr so. Singen wir nicht. Jetzt dürft ihr singen, jetzt wollt ihr nicht, ne? Ne, geht auch grad gar nicht, warum auch immer. Das Remake bei Scarlet kein Pixel-Break mag. Ach was. Aber letztens auch Quake 2 mal wieder gespielt. Richtig, ja, Action-Shooter, ne? Scheiß auch für Grafik, man hat Spaß, ne? So sag ich so. Oh, 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 oh. Aber Sonntag geht klar, ne? Wie ist es? Forsworn Adventures? Ich hab voll Bock drauf. Und das ist ja irgendwie, wenn ich das richtig verstanden hab, so randomised tatsächlich. Oh. Ein Pferd der Wahl. Uff. Luka zugesagt. Nice. Einer kann denn noch mitspielen, ne? Das geht ja zu viel. Wie kommt vielleicht euch dazu? Ah. Und bei diesen hier, Nintendo 64, man muss ja ne separate App runterladen, tatsächlich, für die ab 18 Games. Ich denk, warum kommt kein Update? Ich will Turab spielen. Verstehe nicht, warum sie das gemacht haben, aber okay. Und wenn sie das machen, müssen sie ja dann auch, weil, wegen Kindern, damit sie es nicht spielen, anscheinend eine Altersfreigabe haben, oder so. Egal. Es gibt doch die blöden Ladebittschirme. Naja. Und immer kurz Verschnaufpause. Ja, das ist ja auch ab 16 gewesen, glaube ich, damals. Weiß ja nicht, ob es die extra App wegen ab 18 Spiele gibt. Bei Perfect Dark war doch auch nicht ab 18, oder Turab? Kapiere ich nicht. Da können wir uns Sonntag drüber aufregen, oder morgen schon. Achso. Gibt es hier doch den blöden Animus? Ich habe doch nach oben geguckt. So. Wie? Achso. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Headset. Bitte schön. Test, test. 1, 2, 3. Hallo, bonjour. C'est bon? Klappt es? Franzosen. Okay. Gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben. Also wann spielt man bei Abstergo in der Igo-Ansicht? Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Und ich habe gehofft, hier gibt es diesen Animus-Kram nicht mehr, dass man einfach nur spielt. Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt. Aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Seit man nicht mehr Desmond ist. Ja. Klingt verwirrend. Aber irgendwann haben sie es ja dann aus der Serie rausgenommen. Animus-Technik. Ja. Das Logo sieht irgendwie aus wie von Ark. Survivor Evolve. Hm. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Noch die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Pirate. Das ist ihr Job. Man rennen? Nö. Ah, herrlich. Wollt viel. Das war gut. Im Originalziel der Reise das Weinregal. Ahoi, ahoi. Ja, gerade ist angefangen, ne? Bin ja noch voll am Anfang. Aber sonst alles cool. Bis auf diese Real-Life-Abschnitte, die ich nicht mag. Wir wollen doch freibeutern. Der Fahrstuhl ist im Aquarium. Aha. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Ja. Super episch. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Und Fanta. Das Ziel ist das Sample 17 Studio. Nee, ich darf schon Korn-Cola, doch. Und Fanta ist nur für die Kinder. Was muss ich machen? Jetzt habe ich wieder nicht zugehört. Toll. Achso. Mit Tablet-Steuerung. Auf Hightech, Digga. Ich will wieder in die Karibik. Ich will hier nicht im Fahrstuhl holen. Oder was? Was spielt sie? Fanta mit Spreit? Die Hälfte habe ich. Ja, Alster. Diese Franzosen. Die Kenway-Linie. Hazen. Conor. Bruno. Edward Kenway. Ahhoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Aha. Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in... Dieser Typ. Ja, aber die haben ja mittlerweile Entwicklungsstudios überall. Von Kanada bis Montreal. Überall. Aber die Ur-Firma, ja. Sei nicht eins mit dem Typ. Nein, Abbe-Boxe mache ich nicht. Moin-Moin. Kennt noch so einen? Kalibriert. Okay. Nun, da wären wir Ihre eigene Animus-Workstation. Uff. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sie schön und finden Sie gutes Mal. Guck mal, da links im Regal mit so einer Ezio-Figur. Wollen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials. Nur vormerken, ne? Abbe-Boxen. Ja, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und äh. Punkt, man hört sich bestimmt dieser Typ, denn... Wahrscheinlich. Eins mit der Klingel. Warte, ich will kurz umgucken. Ist das eine Ezio-Figur? im Regal? Ja, ne? Gibt es bestimmt Sammelfiguren im Spiel. Bestimmt. Die irgendwo in der Karibik rumfladern. Ach so, vormerken, ne? Abbe-Boxen. 17. Oktober, neues Mario Party. Edward. Aber nicht die Figur im Regal, meinte ich ihm. Die Spielzeug-Sammelfigur. Das war doch Ezio, oder nicht? Warum soll es von einem selber eine Spielfigur geben? Doch. Naja, aber vielleicht ist ja beim neuen Teil, äh, Mario Party ist mal kein Beschiss am Werk. Kann's ja haben. Jetzt hab ich das so kalt gestellt. Äh, die Sprite ist eingefroren. Also, naja. War wieder im verkehrten Fach zu lange. Dieser Typ. Ah, jetzt kommen wir nach Havanna. Havanna? Sprite Bestin. Der finde ich auch viel erfrischender als Cola, so. Wobei, ich war vorhin bei Burger King, da gab's ja Cola wieder. Ist hier einfach gerade... Ach was. Jetzt geht's erst richtig los. Wann auch nicht mehr so gern Cola? Ne, ich tatsächlich auch nicht. Ah. Lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. So, Cola Havanna. Beste Büsche. Nur mit Korn, ne? Dein Geburtstag, Betsy? Ist ja auch nicht mehr so lang, ne? So doof Mische, oder was? Cola nur mit Fortnite. Die Season ist unspielbar. Ganz ehrlich. Fing, spiel ich ja abends. Oder wenn ich Mittagszeit hab, dann spiel ich lieber Star Wars Hunters. Das macht mehr Spaß. Also, ich hab schon ein Gefühl durchgespielt. Verrückt, dass England und Spanien vor zwei Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vättern. Er ist fett. Stimmt das nicht, danke? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Sand in der Kimme. Und ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siersta besser gesagt. Das ist nicht gut. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Let's go. Ich brauch ne Crew. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Es würde mich beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben, im Falle eines Missverständnisses. Ach nein, nein. Phil, nein. Nicht die Scheiben. Ach. Ach nein, da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht, Phil. Wir haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich hab zu Wochenende wieder versaut. Danke dafür. Mal gucken, wie viele Stunden ich für den Teil brauche. Der ist ja noch größer. Denkt lieber an die Thailand. Da hängen schon Plakate vor mir in Thailand. Da haben wir aber gelacht, ne? Boah. War mal wieder eine gute Idee. Muss, dass ich gebannt wurde. Guck mal, eine Kerze. Kann man die streicheln? Wieder mal Katzen, oder? Was mich immer nervt, wenn die NPCs, man soll denen folgen, die sind einfach Arsch langsam. Plakate zur Kaiserwahl. Schon wieder an die eigene denken im Waschsalon. Wenn wir es nächstes Mal machen, ich muss das aufnehmen. Ich muss ein Video drausschneiden. So. Hör mal, was kann ich denn kaufen? Schwertsets? Pistonsets? Nehmen Sie den Abschnitt Schwertsets. Okay. Nehmen Sie die britische Entermesser und kaufen Sie diese. will es gar nicht haben. Na komm. Na komm. Das passt schon viel besser. Wie du nicht bekannt, der kleine Junge, der total begeistert ist, dass seine Mama ihn Cola trinken lässt beim Fortnite-Zocken. Ne, tatsächlich nicht. Oh, Herr Jemini. Ich hab uns in die Irre geführt, Duncan. Hm. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Ah, eine Taverne mit einer Art Biergarten. Biergarten? Da wird man noch wieder hellhörig. Aber so müssen wir auf die Church hier klettern. Das so geht. Und ein Cola. Wenn ich das nicht vergesse, gucke ich nachher. Natürlich. Wenn ich es nicht vergesse. Kenn mich ja. Okay, diesen Seitsprung. Doch, den kann man hier machen. Als wenn er eine Hakenhand hätte. No way. Klang wie ein Anime Girl oder sowas. Keine Ahnung. Sagen wir einfach unbekannte Stimme. Whatever. Gleich war es auch so ein Wiesen, das Tame... Oh nein, 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 nein. Und weil das noch wegs, muss ich mir meine Freunde nicht zeichnen. Oh. Ich dachte schon, er fällt. Wer hochklettert, kann auch tief fallen. Leider. Ich kletter auch immer auf Gebäude, um die nächste Kneipe zu finden. In echt. Er hat mich ausgeraubt. Guter Gott, was soll ich tun? Ich kann nicht atmen. Mein Kreis oder ich brech dir die Knie, wenn ich dich kriege. Kommst du her. Von einem Pirat jagt einen Dieb. Ja, um wahrscheinlich was er geklaut hat, ihn abzuknicken. Dann hab ich dich, du Hundsfot. Komm her, du Hund. Muss man irgendwie abkürzen, sonst kriegst du ihn nicht. Nicht mehr lange. Komm her. Oh Mann ey. Ich will dich nicht in den Hafen jagen. Doch. Ich hab ihn doch fast. Komm jetzt. Zack. Oh, jetzt hab ich Madl Auge aktiviert. Jetzt. Ey, wir feiern. Ist ja dumm. Du hast den falschen beraubt, Mann. Ein Mann mit gefährlichen Freunden. Legendary. So, jetzt plundern wir ihn. Ich hab schon gesagt, der Dieb wird jetzt beklaut. So, wir wollen jetzt in die Schenkel. Ach, das war sein, äh, sein Geld. Na, endlich. Harry. Ist dir Zeit, ich warte hier. Eine Frage zur Switch-Personen gibt, ist da auch Multiplayer oder haben sie ihn hier entfernt? Hab ich doch gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Hatte Black Flag Multiplayer? Ich weiß das nicht. Bin ich mir ziemlich unsicher. So, Brotherhood hatte, glaube ich, Multiplayer, wo man sich denn auch mit Masken verkleidet. Guck ich nachher mal nach. Immer Stress machen. Musst du ihn sogar spielen wegen den letzten drei Trophäen. Ach, du meine Lüge. Na, Prügelei oder was? Öh. Können wir auch einen Konterangriff machen? Kommt her. Hallo. Kriegt jetzt alle eine. Zack. Die Geschälle hier verteilen. Wow. Wieso muss ich denn immer kontern? Ah, und den A drücken nochmal. Ah, kontern und den... Okay. Jetzt check ich das System. Natürlich haben sie es anders gemacht als bei den Vorgängern. Okay. Aber es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade wenn man jetzt die Ezio-Collection vorgespielt hat. Mann. Okay, das Kampfsystem ist hier gerade ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ah, es geht doch mit einer Kombo. Okay. Ja, aber richtig, ne? Die geben es richtig. Schon Nasenblut. Oh, ist der Zone entkommen. Sind wir bei Fortnite? Samba. Hochbomben? Zieh. Wie macht er denn die Rauchbombe? So. Habe ich auch bei Revelations keine einzige Bombe benutzt. Außer einmal, wo man es musste. So optionales Gameplay. Die verdammt Spania. Spaniole. Spanisch. Haben wir es. Oh. Oh, 100% erreicht. Profi. Profi wieder. Mal halten sie eher gedrückt. Ah, sieht man. 1 von 8 Aussichtspunkten. 20 Tonen gibt es hier. Und Animus-Fragmente. 0 von 15. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Diese Sammelaufgaben. Also wird es die Trophäen geben, würde ich es tatsächlich machen. Aber wozu? Also ich weiß ja, es guckt immer einer von Nintendo zu. Beim Switch nachfolger irgendwie ein Trophy-System oder so ein Bein. Jetzt hier erreicht die Taschendieb ran. Und optionales Ziel, bringen ihn um. Das war bestimmt unnötig, was ich gemacht habe, aber tja, wer klaut. Hat er selber schuld, ne? Wirst du mal was nach dem Stream erzählen, wenn du noch Zeit hast? Gestern mal wieder was. Äh, ja. Müssen wir gucken, ob ich drei oder vier Stunden heute zock. Äh, können wir auch ein bisschen Hunters zocken, wenn du Lust hast. Vielleicht. Mach ja jeden Tag die, äh, Baby Quest. Bisschen leveln, du. Miss hier und starten. Okay. Alle verprügelt hier, ey. Das hat ja wunderbar geklappt mit den Spaniern. Möglicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Mist. Wo sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich schätze, diese Burschen wissen es doch. Mein Spanisch ist muy maldat. Also frage ich lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Und mein Zucker? Jetzt spielen sie alle Tarris Land, oder wie das heißt. Das werden wir ja sehen. Ist das heute rausgekommen? Stimmt, heute war Release. Was müsst ihr machen? Ja, mit Adelauges weiß ich mittlerweile. Das gibt's ja... So wie World of Warcraft bloß in kostenlosen. Und angeblich sogar besser. Ach so, ist die Verfolgungsmission und ich renne da hin. Nerdisch, ne? Aber es ist zumindest nicht so wie Genshin Impact so auf animatisch. Da drehen sie sich wieder um und sehen mich. Das war deine beste Idee heute. Ja. Beste Idee. Ist wie im Horrorfilm. Ja, am besten wir teilen uns auf. Ist nie eine gute Idee. Oh oh. Nein. Es guckt. Schnell weg. Ich glaube, hier gibt's auch nicht. Doch, da sind doch Wachen auf den Dächern. Man geht da doch hoch. Da war grad'n Gegner. Mann, das Adelauge. Ne, die sind ja auch so markiert. Das ist Quatsch. Oh nein. Digga, ich bin hier grad an einer Verfolgungsmission. Schön runtergekriegt. Oh. Immer diese Wachen überall, ne? die Zentnervig. Pfff. Oh, am besten vor die Füße springen. Uiuiuiui. Uiuiui. Sehen. Das macht doch gar keinen Sinn. Spielfehler. Sie sind jetzt voll im Fokus. Da, ich seh sie immer noch, obwohl sie... Hä? Ich krieg' jedes Spiel kaputt. Das ist ja unfassbar. Mein macht es jetzt einfacher, ne? Aber ist... Ist okay. Steht bei euch nicht ständig die Polizei auf Dächern? Ja, ist ja... Natürlich. Wo denn dich? Sind wir die? Da streiten sie sich nicht rum, wer Dachdienst hat. Ach, da ist wieder so ein blödes Fragment. Hä? Ach, das bewegt sich auch noch. Das sammle ich jetzt nicht. Das war ein Shanty-Notenblatt. Stimmt, man kann ja neue... Was sie sehen da, wenn man sein Schiff hat. Neue Songs finden. Oh, äh. Ah, hier. Wie lange wird das Spiel dauern, Mann? Ich will dich den ganzen Tag auf den Kämpfen wahren. Das geht ganz schön, Senor. Hefte Mendoza muss den Mann nur hängen. Und dann wird er euch euer Geld bringen. Oh, hat ja jetzt einer gehängt. Sieht so aus. Ich will keine Real, denkt daran. Ich will wahren, wie ich verkaufen kann. Tabak und Zucker. Tabak rum, Zucker. Wir haben guten Zucker. Kisten, die wir gestern einem fetten Engländer abnahmen. Engländer? 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 Wir haben ihn im Castillo, nachdem der Mann gestern Abend einen Streit vom Zaun brach. Er floh und ließ den Zucker zurück. Sehr großzügig. Ein Anfang. Wolle ich ihn dann zum Castillo begleiten? Ich glaube, die Mädels, die sehen alle gleich aus, ne? Sieht ja nur ein Preset. Scheint so. Nein, das ist El Timoron. Einer von Brunner Torres-Männern. Hier im Sichtfeld, wer ist denn jetzt das Ziel? Ah. Jetzt ist ein anderer. Der Kapitän. El Capitano. Na gut, dass ich hier die Mädels habe, ne? Die alle gleich aussehen. Das sind Klone. Klonkriegers. Zwischen all den Mädels fällst du null auf. Wie man sieht, das liegt nur an der Kapuze. Ach, hier kann man auch wieder so Gebiete einnehmen anscheinend. Ah, da komme ich jetzt nicht durch, ne? Also, los geht's. So, lenkt die mal ab. Da darf ich nicht rein, oder? Ne. Da muss ich... Kletter-Max machen. Ach, ich muss den Schlüssel von ihm klauen. Oh. Wo kriege ich das denn hin? So nicht. Ja, so auch nicht. Alter, wie dumm. Aber muss ich ihn unbemerkt klauen? Hm. Ne. Man kann ja auch... Oh, jetzt habe ich andere angewoppt. Ich bin so dumm. Ah, halten. Um ein Taschen... Oh, Pixerei. Oh, ich bin... Alter, das war jetzt nicht der Plan. Oh, oh. Oh, er schießt. Was mache ich da? Das Kampfsystem ist echt gewöhnungsbedürftig. Jetzt kommen sie alle. Ja, ich kann jetzt nicht beklauen. Boah, hör mal. Komm, klau ihm den Schlüssel. Geht nicht. Ne. Wieso, die Befürchtung, will ich ihn jetzt umbringen? Ist die Mission gescheitert. Kick in die Leer. Ja, jetzt plündern wir ihn. Ich habe ihn nicht umgebracht, ich habe ihn nur ausgenommen. Ja. Man kann es auch auf die Weise machen. Weil ich glaube, echt, wenn ich ihn gekillt hätte, wäre... Game over. Stecken. Ach, scheiße. Aber im Kreis laufen hilft immer. Ja, auch nicht. Ist jetzt eigentlich wieder unnötig, ne? Aber okay. Sieh zu, sieh zu. Übere Dächer kommen sie nicht so schnell daher. Theoretisch. Die Wache auf dem Dach. Da haben wir einen neuen Shanty. Ah ja. So, jetzt muss ich in das... Da reinschleichen. Wie soll ich mich denn da reinschleichen? Weil die sind ja wohl überall wahren. Bei? Doch nicht. Oh wei. An Böses. Ich könnte jetzt pfeifen, aber ich kann nicht... Kann man, wenn man hier einen Waffen hat? Hochbomben, Gelbwert und Schwert. Ich habe gepfiffen, aus Versehen. Scheiße. Ja, das hat es jetzt auch gebracht. Das hat es richtig gebracht. So viel zum Thema schleichen. Komm, ich bin mir den Kampfsystem hier nicht klar. Ohne Scheiß. Ich habe Konter gedrückt. So wie bei den Vorgängern, dass man Exit nicht durch... Also nicht kontern kann. Man muss die vorher irgendwie... Kriegen? Ram? Scheiße. Scheiße. Mann. Sollte er nicht. Ich gebe es ja auch wieder Medizin. Weiß ich nicht. So bestimmen wir, wie wir es sagen. Weiter nach oben. Ach, jetzt kommt da wieder einer. Also, hör mal. Der hat das gerade nicht gecheckt. Und noch einer. Das ging nach hinten los. Da, den kann man nicht kontern. Oh. Hä? Oh, ich hab zwei Schwer, das. Hm. Subtil. In Anführungszeichen. So, weiter nach oben. Sehr subtil sogar. Ist ja keine Treppe nach oben. Oh nein. Ach komm, scheiß drauf. Oh, jetzt kommen sie alle wieder. Also echt jetzt. Muss hier hoch. Hopp. Boah. Aha. Das sieht richtig aus. Was sammelt der denn da immer ein? Jetzt müssen wir die Typen wieder treffen. Okay. Was ist das denn jetzt? Oh, Snipers. Scheiße. Was? Tschüss. Ab ins Wasser. Ach komm, hin da. Scheiß drauf. Noch nicht scheiß drauf. Tschüss. Der nächste. Das war gut. Das war ein Move, ey. Ich glaub aber, ich mach hier den. Den Flüchtemax. Schon wieder was zum Einsammen angezeigt, aber. Ach. Ein Seemannslied oder was. Egal. Ist ja optional, ne? Was hat er da? Schon wieder Zucker geschmuggelt. Ich hab nur ein paar Hände. Kein großer Verlust. Ich habe noch reichlich andere Frachten, um die Reise profitabel zu gestalten. Na dann. Wirst du lange hierbleiben? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados, in die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Lebe dein Leben, wie du willst. Ha. Hab ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schellig. Nicht schellig. Ich brauche immer noch eine Crew. Oh Gott. Das wäre ein Abenteuer. Kennt ihr das? Diese Scheißdecke. Er wird sich das einfallen lassen. Das ist so asozialnervig. Macht doch gar keinen Sinn. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Sein Spionname. Ein Geheimannahme für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. Habe ich nicht 100% nicht in Kämpfe verwickeln lassen? Das schaue ich nicht. Das geht nicht. Das schaue ich nicht. Sich nicht in Kämpfe verwickeln zu lassen. Wie soll das gehen? Ja, indem man schleicht, aber naja. Das ist noch ein Lied. Das ist wieder so ein Spiel. Du siehst es, du willst es haben. Zack. Nee, das war ein Fragment. Ist okay. Okay. Jetzt mal kurz, ist hier die Map auf der Taste? Ja. So groß ist Havanna gar nicht. Wo muss ich denn ganz hin? Was ist das? Assassin Auftrag? Aussichtspunkt. Die können wir eigentlich einnehmen, ne? Das ist glaube ich so eine Festung. Glaube ich. Plus ich habe schon wieder was gesehen, was ich haben will. Ein Lied. So ein Notenblatt. Shantybook. Da ist es. Geh es ab, Haut. Kommst du her? Ach, nö. Wieso will man das jetzt? Warum hat man den Zwang, das zu haben? Zu haben wollen. Hey, du, halt. Toll. Ruhe. Tschüss. Jetzt ist es weg. Geh mal nicht mehr über die Dächer, das macht nur Ärger, wie man sieht. Nur Ärger. Trotzdem was gucken. Ach so, schnell aus war ich Rauchbauten? Unbewaffnet. Also Schnellwahlbele? Gibt es hier gar nicht. Was ist das denn? Das Symbol sieht aus wie MySpace damals. Das Logo. Auf der Minimap. Ach, Mann. Da liegt einer. Warum liegt der da? Was ist hier los? Ach, wie der Bürger in Not, oder was? Auf deine verfluchten Befehle. Krieg ich jetzt was, dass ich denen geholfen habe? Danke. Ein Handschlag, super. Richtig. Ich bin auf eurer Seite. Beißt? Ist jetzt zum, in meiner Crew? Oh, nicht die Wachen an Rente? Nicht, habe ich gesagt. So. Knock, knock. Buenos Dias. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Oh, ich komme mal irgendwo rein, ohne zu schleichen, ohne zu morden. Was? Assassino? Ein Gewicht? Villa des Gouverneurs. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walton seid? Da die Synchro von Jack Sparrow. Tatsächlich, ne? David Nathan? Hm. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traft sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah. Nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Aha. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julien, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse. Ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht. Doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wäre es mit etwas Sportdanken? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Darf ich jetzt schießen üben? Ihr habt meine besten zwei Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Wie schießt man denn hier? Wenn ihr mögt, entwickelt ein Gefühl. Wie sieht die Pistolen? Oh, nee, das hasse ich ja, wenn man mit dem Controller so... Ey, das muss ich erstmal ausstellen. Das kann ich überhaupt nicht. Äh... Diese Gyros-Steuerungssensoren. Was das auch bei Shootern geht, überhaupt nicht klar. Bewegungssteuerung. Au. Das warte ich nämlich schon bei Breath of the Wild. Ist es aus? Ja. Hört, hört. Hört, hört. Er steckt dir noch vor der Flinte. Bist du dumm? Haben wir? Herausforderung. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Krieg ich hin. Denk daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Ja komm, lad doch nach, Mensch. Oh ja, jeden Einzelnen nachladen, Alter. Komm. Komm. Er muss nachladen. Das war aber echt am Limit. Danke. Wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ach. Beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Passiert. Passiert. Trefft eure Wagen. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenir. Zwei Klingen. So will es der Brauch, Ui. Rauch ein. Wieso hängt ihr die Pistole in der Luft? Wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich. Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Es wäre schade abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit ist erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr. Seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Na, easy. Da ist es noch eine Technik. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Kann man machen, ja. Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so. Vor allem an uneinsehbaren Ecken. Aha, auf Stealthkill hier. Das kennt man doch schon alles. Machen wir. Wieso kann ich den denn nicht markieren? Jetzt. Wunderbar. 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 Nein, Dani. Wie geht's? Versteht's? Ich weiß nicht, was das heißt, aber saugegal ist. Sind sie, wir haben schon. Dani ist da. Gut ausgebildet. Ihr habt ihn im rechten Moment in den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls. Doch einige Riesen nehme ich gerne in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Betsy ist da tatsächlich nicht am Start. Der ist gerade essen. Der zockt gleich selber. Irgendwie so ein Co-Op-Game mit seiner Freundin. Und wie geht es eurem Vibe der Zeit, Captain Rogers? Gehe ich natürlich auch nachher hin. Deswegen... Ah, okay. Ich hätte heute eigentlich auch... Eigentlich, aber ich habe doch keine Lust gehabt. Wochenende wollte ich frei haben. ...in der Karibik einzusetzen. Nämlich zum Zocken. Kommen wir sonst gar nicht voran. Wieder neue Spiele gekauft. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl. Das Pardon annehmen und Armen aber frei nach England zurückkehren. Oder auf der Stelle... Ja, auch alle... Und es ist gut so weit, ja. Bis auf kaputtes Knie musste ich heute in die Klinik. Wieder Physiotherapie und so, aber... Das geht vorbei. Na dann viel Glück. So, haben wir es bald. Das war ja so das Tutorial. Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Ja, die Woche war echt, echt viel, ey. Nächste Woche wahrscheinlich auch. Aber zum Zocken komme ich denn wohl denn doch. Täglich. Fast täglich. Hat man manchmal so, ne? Das ist denn halt so. Doch konnte der das vor diesen Piraten retten, was er mir versprochen hat? Ja, Sir. Konnte ich. Ja, aber was ist das, was er da hat? Irgend so ein Glaswürfel. Was ist das? Ingräuble. Die Assassine haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Dankeschön. Ich würde mich sehr, euch endlich zu treffen danken. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren. Wir haben viel zu besprechen. Das ist auch eine komische Clique. Der eine eine Ritterrüstung an. Der andere Spanier, der andere Pirat. Alles vertreten. Alles dorm. Endlich beisammen. Und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien. Die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Alle korrupt. Doch nun sind die Templer. Die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Templer haben nie gute Absichten. Bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe. Ach, ich meine, so ein Templer-Ring oder was? Will ich nicht. Alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Let's go. Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einzeln... Ach, ich muss die bestellen. Ach, du meinst. Seht euch diese Bilder und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Wert zur... Sind wir zum Schmied oder wie das hier heißt? Gucken, ob ich auch bis rausrüstung kaufen kann. Vier Lebensbiken ist jetzt nicht... Der Knarer, der uns die Macht verleiht, jeden Land auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit. Wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums. Und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Wählen wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts. Er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre eher, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ja. Ja, das werden sie. Doch, dank Danken und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren. Wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Gute Idee. Das ist eine gute Idee. Hauptsache so ein Ritro auf jeden Fall. Ne, ist ja jetzt, hast du das mitbekommen? Für Game Boy Advance gibt es ja dieses Zelda 4 Swords Adventures, oder wie das heißt. Wollen wir denn, also wir sind denn, glaube ich, sogar vier Leute. Multizelda mit Multiplayer. Wollen wir mal sonderer in Angriff nehmen. Wäre lustig. Bei einem weiß man noch nicht. Also drei sind wir auf jeden Fall. Mögen wir die Schatzflotte einlaufen und damit... Na, schau. ...eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Okay. Ich freue mich drauf. Exzellente. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes Morgen früh. Ja. Ich glaube, Imprimium. Also beziehungsweise erweitertes Ding, ne? Gleich morgen früh. Game Boy Advance ist nicht normal mit drin, ne? Glaube ich nicht. Weil ich das... Ich kann mir das immer nicht merken, was bei normal drin ist, was bei erweitertem Pass drin ist. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was ist denn da auf der Map? Was ist das? Das ist schon wieder so eine Nebenaufgabe, die einfach unnötig ist. Ich soll ihn ja ran. Woher will er wissen, dass ich ein Pirat bin? Kennt mich gar nicht. Holt's Kopf. Erster Pirat! Lauf! Ruf die Wache! Bam. So, und was hast du jetzt gebracht? Das war eine Legende. Früher hatten nur die Reichen. Wolfresus. Ich kenne tatsächlich... Ich wusste gar nicht, dass das beim Game Boy Advance damals rauskam. Ich kenne das nur auf dem Gamecube tatsächlich. Deswegen bin ich ja mal gespannt, Sonntag, ne? Moinsen von unterwegs. Moinsen von... Nicht unterwegs. Moinsen vom Rechner. Okay, da ist die Kneipe. Da kann man ein Minigame machen. Einmal was mit Würfeln. Aber auch von unterwegs kann man heaten, ne? Bonbon kommt ja 14 Uhr Best-of-Video. Ist ja auch wieder das drin. Der Outlast-Heat, ey. Der hat echt... Der hat geballert. Duncan, hier drüben! Oh. Next Mission. Der Mann, den sie den Waisen nannten. Ne, nennen. Nennen. Nicht nennen. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Was gibt's denn da? Edward? Hallo, Edward! Ich fand jemand, der mit den übrigen Zucker abkauft. Ist in Erweiterung, ne? Doch, ne? Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ach, gute Idee. Hast du denn das Erweiterte oder nur normal? Wir sehen uns, Bonnet. Leider nicht. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Wer ist denn das? Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Waisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Wird er das? Bringt ihn in meiner Residenz. Und wieder folgen. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie, sind du da? Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse. Was ist denn eine Vorläuferrasse? Geil, ich schaue gespannt zu. Das wäre bestimmt lustig. Warum ist links ein Lebensbalken? Wir werden doch bestimmt gleich angegriffen. Oder irgendwie sowas. Wir werden es schon richten. Ah, das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Horace. Ich auch nicht. Ja, stimmt fast nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Waisen legen, was es auch koste. Ich weiß gar nicht, was das heißt, aber es ist auch egal. Es ist jetzt wirksam. Wie muss ich denn angreifen hier? Hä? Da. Da muss ich erst mal die Leute auseinanderhalten. Da ist irgendwo ein Sniper auf dem Dach. Da muss ich jetzt hoch. Das erklärt auch den Lebensbalken, ne? Aber wieso greife ich jetzt Assassinen an? Achso, ich bin ja verdeckter Templer. Boah, er ist... Geht er hoch? Ist dein Ernst jetzt? Ich komme ja nicht weiter. Oh, ist das dämlich. Na, komm. Noch einer. Jäger, was für ein Move. Mann. Also das Kampfsystem ist... Ich muss mich da so dran gewöhnen, weil sie die Steuerung komplett verändert haben. Konter auf A. Oh, oh. Die Sniper ist wieder. Und der Typ ist fast tot, den ich verteidigen soll. Oh, Mann. Ey. Es ist schon wieder so, da denkst du dir, ey, was soll das? Warum bin ich da jetzt nicht hochgekommen? Der hing da so... Check ich nicht sowas. Assassinen, ja. Ja, dann gehe ich mal aufs Dach. Aber es klappt irgendwie nicht so wie... geplant. Vielleicht gehe ich jetzt erst mal ganz hoch? Er checkt mich nämlich nicht. Mann. Hüeyet. Sagen wir mal... Ja, am Boden liegt immer rauftreten. Ich sollte hier einfach oben bleiben. Hm. Stimmt, warum benutze ich die Pistolen eigentlich nicht? Er ist ja voll die... K-L-U-K. Er ist doch voll, voll gute Idee. Phil hat 200er-EQ, ey. Warum tue ich mir das Leben immer so schwer? Also, oh. Danke für den Tipp. So, wer will Stress? Komm her. Easy. Wie kann man denn nach... Ah, auf X ist nachladen. Oh, der ist doch schon wieder so eine Kackwache. Ne, da. Okay, Pistolen machen das aber auch... Bisschen einfach. Mann. Oh, hier mit Waffenwechseln haben sie ja auch gut. In den Vorgängern war denn Pause, ne? Hier ist Waffenwechsel in Echtzeit. Ich würde jetzt gerne zum Schwert wechseln, aber ich bin wieder fast tot. Oh, ey. Einen Tag markiere ich mir im Kalender. Mhm. Also, man konnte in den Vorgängern... Dann hast du hier irgendwie die oder die Schultertaste gedrückt. Und dann wurde das Spiel pausiert, um die Waffen zu wechseln. Hier ist echt in Echtzeit. Das ist natürlich die Schwerte. Hör auf zu schießen. Okay, es hat begrenzte Reichweite. Hör auf, die Macke anzugreifen. So, wir können lernen, to pick a your own self up learning by doing that. Ha, ha, ha. Da ist es schwer, dann kannst du ordentlich kämpfen, aber... Was hält denn da aus? Verdammt. Achtung. Die Sniper's wieder. Lad, 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 lad. Oh, ey. Ey, das ist doch schon wieder... Ich muss die auf den Dächern machen, Mensch. Zack. Ich bin schon wieder fast tot. Man hat hier auch keine Medizin, ne? Ich komme mit dem Kampfsystem nicht da, ganz ehrlich. Warum stimmt doch denn? Der beste Lehrer ist Versagen. Ja, aber du siehst ja hierher. Also das ist ja... Das ist jetzt für eine Mission drei Versuche schon. Deswegen brauche ich auch immer so lange. Also das Kampfsystem ist echt grottig bei dem Teil. Oder es liegt halt daran, dass ich die Vorgänger halt gespielt habe. Vorher. Wo das Kampfsystem ganz anders war. Allein ich kontern auf A. Das war immer auf... Weil jetzt muss ich selber gucken. Auf Y. Ich weiß auch nicht, soll ich mich auf die konzentrieren oder auf die Scharfschützen? Er weiß es nicht. Er lädt schon wieder nach. Jetzt schießt er. Lass nach, lass nach. Lasset auf Straßen und Gassen. Sie können überall sein. Ja, die sind doch überall. Weil sie es nicht bemerkt haben. Was macht der denn? Das ist unfassbar, das System hier. Das macht ja null Spaß. Und er hält die Gegner auch nicht im Fokus so richtig. Guckt der hin. Jetzt schnell den da oben. Wo ist die Pistole? Er muss nachladen. Schießt schon wieder. Er schießt. Und wieder nachladen. Er ist fast tot, ne? Den wir beschützen sollen. Pist dich! Du dumme Sau, Alter. Ich komme da nicht klar. Ich kann nicht kämpfen. Haben wir es geschafft? Wenn deine Pistole geladen ist, kannst du mit X auch irgendwo kommen. Ja, habe ich ja eben versucht. Da hat er gerade ausgeschossen, statt auf den Türen auf dem Dach stand. Das habe ich ja gemacht. Na, muss ich wieder einen verfolgen? Natürlich. Aber den muss ich fangen, also nicht erschießen. Schade. Du bist sehr schnell. Das lasse ich dir. Mach langsam. Dann wird es leichter für uns beide. Eieieiei. Ey, was war das schon wieder? Halt! Oder ich schieße dir jetzt hin. Was hat der denn jetzt hin? Vielleicht sollte er mal im Knie schießen. Dann ist der wegsinn langsamer. Er ist mir zu schnell, der Macker. Komm her jetzt. Jetzt komm, zieh doch mal. Mach Nitro. Ich hätte ja... Jetzt hatte ich ihn so gut eingeholt. Sportschwänzer, ja. Komm, jetzt! Ich würde jetzt ein bisschen einmal schießen, ne? Aber es ist nicht nachgeladen. Oh, zack! Boah. So, Mission complete. Weiter, die Pistole ist nicht nachgeladen. Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, Jan. Sie, von allen Seiten, von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen. Doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine stelle... Den Hauptcharakter, die Johnny Depp Stimme geben müssen. Nicht den Gouverneur. Der Rückkehr selbst, Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios. Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erster Rate einer langfristigen Investition. Grafias. Hab Dank. Gold. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt. Gegen Mittag. Ja, Sir. Mission complete. Oder? Aber niemals 100%. Ich muss mal gucken, ob ich... Oder gibt es hier Medizin? Wie in den Vorgängern? Dass man sich im Kampf heilen kann? Das weiß ich nicht. Ich glaube hier Lebensbeinkin ist jetzt nicht so der Hit. Aber der Anfang in der Wander ist jetzt nicht so... Da kommen noch geilere Sachen, ne? Schöne Seeschlachten. Ja, er ist so der Anfang mäßig, ne? So Kiel mäßig. Lass mal Kiel holen. Was ist das? Schwertkämpfer? So, kann man anheuern. Kann ich wieder einen hätten? Ne. Hier können wir uns ein Teammate holen. Glaub ich. Was ich denn mich anschließe, wenn ich denen hier helfe? Einfach machen. Das Cup-System. Weil man durch ist, fängt das richtige Spiel und der Wabe Spaß an. Ja, ich habe auch noch zwei DLCs, sind auch noch dabei und dennoch Rook hinterher. Also das dauert jetzt wieder. Oder die Games durchhat. Deswegen muss man auch mehr spielen am Tag, wenn man Zeit hat. Dann öffne jede Kiste, die du findest und bündere sehr viele Schiffe. Du brauchst Geld in dem Spiel. Ja. Stimmt, kann man nicht auch seine... Jetzt wollte ich gerade Raumschiffe sagen. Seine Schiffe und so upgraden. Ich glaube ja, ne? Da war wieder... Das ist ein blödes Animus-Fragment. Scheiß drauf. Hier gibt es ja keine Trophäen. Von daher brauche ich die nicht. Schwein, Ziegel, alles da. Das kostet richtig Asche. Ei, ei, ei. Macht der. So. Jetzt pfeift er. Der soll die Mission annehmen, Mensch. Es gibt ja auch irgendwie legendäre Schiffe, ne? Glaub ich, da war was. Für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Hm, Geizhälse. Habt ihr jemals, ähm... Habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Ich verkaufe es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Aha. Mann, es ist wie der Sperrgebiet. Ich den Kämpfer verwickeln lassen. Ich schaffe keine 100% hier. Ging schon wieder an. Außer es gibt hier... Ich glaube in den Plantagen. Können die mich hier sehen? Nee. Dann schaffe ich vielleicht doch... Oh, nicht gesehen zu werden. Ich schaffe nicht, nicht gesehen zu werden. Einfach auf den. Ups, das war zu laut. Ach komm, ja, ich schaffe es niemals. Das Schleichen ist nicht meins. Also er fokussiert die Gegner auch nicht an. Hier, er rennt andauernd. Ich komme mit dem Kampfsystem nicht klar. Das ist nicht meins. Ich muss die Kombos klappen noch. Ich schaffe es nicht. Alle Missionen, die mit Schleichen sind. No way. Muss man auch laden. Eigentlich unendlich Pistole. Munition? Muss man ja dann sehen. Nee, sechs von zehn. Sechs Schuss noch. Bam. Soviel zum Schleichen. Da fokussiert die Gegner nicht an, wenn ich kämpfe. Das... Ich weiß nicht. Das gefällt mir nicht. Es reicht. Es gibt Grenzen. Ich weiß, dass ich pfeifen kann. Ihr pfeifen hier. Schlüssel? Alsbald du gekontert hast und den nächsten Gegner direkt danach angreißt, findest du ihn auch direkt? Ja, das war ja bei den ganzen Vorgängern ja auch. Aber dass, wenn ich im Kampf bin, er hat sonst immer bei den Vorgängern einen fokussiert und ist so um ihn rumgegangen. Dass er immer den Fokus auf ihn hatte. Und hier rennt er dann einfach zur Seite. Da kommt einer. Egal, ich wollte er eh schon entdeckt. Von daher... Zack. Na komm her. Jetzt mache ich einen auf Sneaky, wo ich schon entdeckt wurde. Ist auch völlig sinnfrei. Jetzt kommt noch einer. Bis da hinten hin. Es sind echt viele Wachen hier, ne? Jetzt bei dem Vorgänger hätte ich gesagt, scheiß auf, ich kämpfe mich durch. Richtig wörtlich. Weil da ich hier irgendwie nicht so ganz klar komme... Oh oh. Lass ich das. Und hier kann man tatsächlich mit Schwert dann... Einen Attentat machen. Ernsthaft jetzt. Ich hasse die Scharfschützen jetzt schon. Da... Er rennt immer. Er soll nicht wegrennen. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Jetzt klettern. Ey, du sollst dich klettern. Weg, 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 weg. Aber anscheinend hielt er sich automatisch hier nach einer Zeit. Nützt nichts, muss weg. Oh. Tatsächlich, man regeneriert sich automatisch. Was? Das ist der krasse Scheiß. Wenn wir natürlich wieder den ganzen Weg gehen. Er ist wohl wie. Deswegen gibt es ja auch keine Medizin, weil ihr Auto hier drin ist. Was hätte ich das vorher gewusst? Zack. Canverine. Da kommt er nicht hoch. Geh, 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 geh. Da ist eine Wache. Ach ja. Es endet wie wieder im Fight. Ist okay. Ja, übertreib mich, Junge. Wer schießt denn jetzt? Ich bin eh gleich wieder tot. Er rennt hin und her. Er fokussiert keine Gegner an. Das ist, weiß ich nicht. Jetzt muss ich wieder abhauen. Ich weiß nicht. Ich kann hier nicht kämpfen bei dem Spiel. Geht nicht. Jetzt macht er keinen Attentat. Oh nein. Man könnte jetzt schießen. Oh nein. Keinz gibt es. wäre nicht schon wieder entdeckt werden kann auch mal ordentlich spielen und komme ich hier rüber natürlich nicht sind hier los ist in der tod die ist ein vader name schurke das stimmt ja doch dafür nahmst du uns dunkel ok 80 prozent ja eine abscheuliche damit die rothaarige wieder vom anfang ist doch die oder bringt nichts zustande an land und erst recht nicht auf sie wenn er in die karibik geht bist du es die leidet vater vater das ist seine tochter komm schatz ja haste da ist sie in den hafen gleitet eindeutig zweideutig aber da stehe ich ein mann von qualität mit tausend dublonen die aus meinen taschen quellen die regentropfen ich kann es sehen er kann gar nichts sehen ist voll dunkel was sieht er denn da das denke ich mir auch immer so ja da ist schwarz das sieht hungrig und böse aus er will jetzt auch so ein sklavenschiff oder was etwas ausrüstung erreichen und wie ist dein plan kumpel und ein schiff stehe scheiße das ist nicht erwischt erwischen lassen ich will einmal ordentlich jetzt spielen aufs elf achso nicht pfeifen er ist echt der eine wie beim ersten black ops ne der immer vorgestürmt ist ach ich wurde entdeckt ach komm hör mal ich kann nicht schleichen ne man merkt es so meine ausrüstung hat die see so an sich hier ist auch der kraken nimm was du brauchst eine minute es sind viele gefangene auf den schiffen befreie sie und sie segeln mit uns keine frage das machen wir also das ist der plan wir befreien männer und suchen ein schnelles schiff für die flucht jetzt werde ich wieder im kampf enden ich kenne mich ja da sind gerade soll ich einfach kämpfen ne da kommen noch richtig viele gegner ich glaube ich mache äh stave mode ja ja ey ohne scheiß denn halt nicht oh jetzt kommt er doch hallo ich pfeife doch er will nicht scheiße oh ja jetzt wurde ich doch entdeckt das weiß ja dann halt auf die weise es nützt nix mit schleichen wenn da rein 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 der war gut der war gut so euch befreien wir jetzt die sache hat einen haken du musst mit mir segeln dafür folge ich dir in die hölle mann sehr gut solche leute brauchen wir so ich vom bord springen hallo vergruben hell gut er ist sogar mal ein cooler move dieser kapitän ja komm ich mache offensiv die sind hergejumpelt im richtigen moment kontern ja und er springt beiseite zack na los leute wenn wir heute ertrinken dann sicher nicht hier 12 von 18 jetzt hier achso ok man kann durch die seile gehen ist ok ja auf profi ne multi kill bam das war sogar mal ein geiles movement da ist eine brick in der nähe die nur auf uns wartet oh was gibt es hier so geht es nach oben kriege ich an den haken rein raus das feierabend so langsam klappt das ich bin auf dem verkehrten Schiff ich muss auf das andere rüber ups werde ich machen zum entern und los so hol mir eine pizza und vernasche sie im studio das hört sich gut an solange es keine pizza hawaii ist jetzt habe ich kein steve kill gemacht da ich halte doch zerr gedrückt was macht er denn schon wieder oh ich würde sagen hier ist doch nur einer autolirk ah schön pizza pizza habe ich auch mal ich wollte eigentlich gestern pizza bestellen aber dann doch nicht bestellen ist immer teuer also mittlerweile was ich immer bestell ist ganz schön das geht in die Kohle denn immer so mindestens bestellwert 15 euro damit stellt man noch was dazu man kennt es das wollen die ja ich werde nicht geflucht kommt da weg so haben wir meine letzte meine letzten crewmates wir gehen an deck seid bereit haben wir jetzt alle ja so pfeift er denn jetzt was ist denn jetzt den kapitän eliminieren jetzt go wow also wenn das nicht cool war ist dir warm ja es ist warm wieso das schiff stehlen aber ich muss vorher die peoples hier killen wahrscheinlich und ein double kill komm zack ich habe es auch mit dem schiff entern hier alle am ball glänzt so scheinig es ist warm es war den ganzen tag schon warm kommt jetzt eine seeschlacht gleich mal zur abwechslung naja einfach gesagt schwachstellen zielen was halten sie x um auf schwachstellen zu ziehen zielen schon wieder nicht reden ist gar nicht kieler woche hier oder was na x gedrückt halten und dann ah das macht ja richtig damage kann man jetzt bloß soll ich kämpfen oder ach hier kommt mal so ein fässer das ist ja richtig cool hier doch gegner feuert oh nein ich kann nicht aimen gerade was denn jetzt diese wellen können verheerende auswertungen auf ihr schiff haben denken sie ihnen ihre vorderseite zu um keinen schaden zu erleiden also volle kanne rauf da gelingt es nicht halt in sie y um in deckung zu gehen wo ist denn hier die riesen welle oh da ist riesen welle das hat ja hat er mal ausnahmsweise geklappt deswegen kommen wir jetzt auch ab welches ding ach so wasserhosen das sind doch so mini tonalos auf see ne tatsache wir werden nicht wissen was passiert wenn man da reinfährt man muss nicht alles austesten also wir haben jetzt eine crew wir haben ein schiff jetzt beginnt der spaß das sieht überhaupt nicht gut aus er muss aber ganz schön gegen lenken uiuiui nein oh nein ja komm da muss ich voll drauf zu das kippen wir rum oder so klappt es es klappt also das schiff fahren klappt irgendwie besser als die zwei kämpfe scheiße links rum links rum oh ausweichen ausweichen ich muss mal kurz auf die map gucken was das da für symbole sind was ist das was ist das der sun hat einen plan für ein upgrade schiffsupgrades eigentlich müsste ich da hin oder komm das ist ja nun echt in der nähe schiffsupgrades sind immer gut muss ich da aufs wrack springen ich weiß es nicht stop kommen sie in der story voran und weitere unter wasser ach kann ich noch gar nicht machen so was wieder unnötig hierher zu segeln jetzt dürft ihr auch mal singen singen machen die nicht so singen die nicht ich habe doch lieder schon gefunden so sind dann auch gleich live juhu da gucke ich nachher natürlich rein sind wir gespannt für eine 50er sub bombe weißt du was ich denn mache beim klabauter Mann wir leben dankeschön ich bin nur noch 49 folgt daui bier ich wusste ich gar nicht naja danke für den gifte zapp die anderen 14 herrlich sie hat gut eingesteckt oder aber war ja auch eine sie schlacht hier ich glaube ich behalte alle mann nach achtern wir nehmen die gute mit heim nehmen wir mit beendet jawohl ich hätte noch einen um die ecke töten müssen der hätte ich 100% jetzt weiß ich jetzt weiß ich es Black Scorpion Siegel nun tatsächlich nach einem lästigen Vogel aus meiner Kindheit ein diebisches Geschöpf nicht ist ein diebisches Geschöpf habe ich dich etwa verstimmt als ich mir die Brick genommen habe an diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt wenn ich mit Männern segle die so bleich sind das stimmt die meisten würden dich nicht als Käpt'n akzeptieren nun welcher Posten könnte dieses Unrecht kaufen tja ich werde Quartiermeister nicht weniger nun gut und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Käpt'n Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau etwas Trinkwasser sowie Reparaturen und Proviant ja jetzt übertreibe aber nicht Trinkwasser Piraten treten rum welcher Pirat trinkt Wasser ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden Pulver und einige Pistolen wenn möglich fertige ich einen zweiten Holztag das wäre ein Anfang aber die angreifen man kann die doch auch irgendwie entern ne ja komm no risk, no fun das ist unser Motto so wie eine Lunte die tatsächlich noch brannte oh Gott direkt daneben zwei Fässer Schießpulver näher als ein Mann seinem Weifel die beim ersten Funken in die Luft gehen wir werden es ordentlich verstaunt und die Kanone schneller, schneller mit Zeitlupe Time-Loop-Kill jetzt ist das so ein Enter-Symbol tatsächlich auf den Punkt gebracht wir brauchen gute Ausrüstung die gut in Schuss ist wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen solange du da unter nicht die Gentile vergisst nun wohl wahr wir werden dafür sorgen dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben okay das wäre halt nichts das ich jetzt vorhabe ne oder ich komme gleich wieder also so klappt das mit den Entern nicht weiter wie viele komme ich klar mit dem Kampfsystem oh werde ich besser reagieren müssen das Schiff irgendwie plündern oder so anzünden ich glaube ich sollte hier weg aber ganz schnell ja und du hätte ich jetzt aber mit einer größeren Explosion gerechnet das mit den Entern das klappt irgendwie nicht so das segeln wir mal weiter so und Reisegeschwindigkeit ist denn ganz schnell also ganz schnell so hier ist so Treibgut kann man das eins einsammeln einfach rüberfahren erbeuten so ist denn Höchstgeschwindigkeit jetzt checke ich das wird sie eigentlich schon live oder Hühner schräger ne aber man konnte doch bestimmt eine Taste drücken dass man Anweisungen gibt dass sie das Schiff entern greifen die an nö Seesegel einholen alle Segel niederholen so wollen wir mal auf die Insel oder ich hätte viel näher ran gekonnt muss mal in Wüsche schwimmen Viehtyrian Leguane Ocelots das sind Leguan Leguan getroffen ja ich habe getroffen aha jo was soll ich denn ich muss jetzt hier jagen das ist die Mission sieht man die denn vielleicht ah das sind Ocelot oder die sind aber niedlich eigentlich äh den auch nochmal heuten so auf den machen wir na komm muss ich echt hier rauf wahrscheinlich ne synchronisieren ah ok nochmal Leguan Ocelot machen erstmal Ocelot hier auf den jetzt haut er ab Profi dann brauchen wir noch eine Leguan mit einer Schatzkarte oben beim Stein ok wo ist der Stein ich hoffe die Karten sind nach Norden ausgerichtet ne Sichtspunkte muss hier ein großer Stein irgendwo sein oder auch nicht Schatzkarte ja sind die nach Norden ausgerichtet oder nicht das ist die Frage wenn das hier im Norden sein soll weiß man natürlich nicht na komm noch ein Leguan getroffen ja den Lord noch mal noch den 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 Mumpels was Erstellung oh oi 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 Pistolenholster Gesundheitsupgrade ne ja das ist wichtiger als Pistolenholster dankeschön Phil das ist ja cool gemacht noch was herstellen so muss ich wo beides herstellen dann machen wir das mal either way treffen ich will jetzt aber den Schatz finden er sagt oben das sind großer Stein und Palm oh Spanier Spanisch also die Karte bringt man auch nicht bringt mich auch nicht weiter checkt die Schatzkarte gerade ehrlich gesagt nicht ja Riesenfelsen wo ist ein Riesenfelsen äh ja wie soll man das denn gucken das sieht ja irgendwie 749 625 kann man hier auch die denn aha oder ist es eine andere Insel es muss eine andere Insel sein ne noch gar nicht aufgedeckt ist eine andere okay ja ich dachte es wäre jetzt die Insel weil ich es halt hier gefunden habe hm okay was macht man denn hier Ruderboot ja da kann ich auch rüber ich beim Ruderboot bin da kann ich auch selber rüberschwimmen jetzt auf schnell geht er rein und wir sind da heil no aber man kann auch nur untertauchen so richtig tauchen ich glaube nachher mit so einem Taucherkäfer oder so schaltet man frei irgendwas war irgendwas war den Typen den spielt man auch in den 1DSC äh Schrei nach Freiheit glaube ich da spielt man den ja Adewale wieder wieder Eis bei Adewale zwischen Brauchen und Wollen liegen Ozeane freund doch ich habe einen zweiten Holster angekackt nun brauche ich nur noch eine Pistole die ihn füllt hier aus dem Frachtraum wie du sagtest wohl eher ein Blasrohr doch gut genug haben ist besser als brauchen alle ausgeruht oder sollen wir noch länger träumen lichten wir Anker ich glaube die Crew dürstet nach Zivilisation es gibt keine Zivilisation in Lassau aber es ist ein guter Ort um seinen Durst zu löschen ein Ozelot per Luftattentat erlegen echt jetzt warum es ist ein süßes Ozelot haben sie mehrmals mit Ausrüst und Pistolen auf X um Schüsse zu verketten aha ok da will so viel Segel wie ihr könnt Groß-Rund-Bram-Segel wieso macht er jetzt nicht Reisegeschwindigkeit naja jetzt aber kann man denn jetzt auch die Kisten einsammeln hm äh ja drauf zu singen ok macht ruhig aua schatzkarten oder so das könnte man machen wenn man Story durch hat ne auf nebenbei zau weißt du Ort wo ich hin muss das ist die Frage hm wahrscheinlich ist es wieder verkehrt so schnell Reise wäre schon angenehm auf den Bahamas na los Captain Kielborg sag mir ich stehe unter Arrest sag es die Stimme von Blackbeard ne von 50k weg zurück zu deinem Herrn hi ich war mit ihnen auf Kaperfahrt bis der Krieg beendet war ich seh dich an Land Aussichtspunkte jetzt muss ich aber trotzdem mal so einen Händler finden Aussichtspunkte gibt es hier sieben gucken ob ich irgendwie Schwert oder Ausrüstungsupgrades mir leisten kann was es das überhaupt gibt vielleicht muss man auch selber herstellen ich weiß nicht man weiß es nicht hallo mein Gott was sehen meine trüben Augen komm her trinkt mit uns guten Morgen ahoy Henry was ist das Adewale Quartiermeister der Jackdaw Jackdaw du hast deine Brick nach einem lausigen Vogel getauft Adewale diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konfederation hier Ed Thatch Ben Hornigold James Kidd du lässt ihn eine Moskete tragen? Frieden Ben Adewale Rettete mein Leben und nun suchen wir nach einer Crew um ein Schiff zu bemannen nun es gibt zahlreiche fähige Männer doch sei vorsichtig vor zwei Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf als würde ihnen hier alles gehören gut vielleicht kann ich wen anheuern Adewale Ach Jackdaw heißt das Schiff was für größere Schiffe benötigen sie auch größere Mannschaft um sie zu ändern ach ich konnte wahrscheinlich nicht entern weil ich zu wenig Leute habe können sie Leute in der Taverne anheuern sie können Piraten in Not helfen beides gut brauchen neue Peoples das ist aber so irgendwie so ein cooles Piraten dann suchen wir uns mal ein paar Männer hier die Heuk für die Black Skorpion »Oh Scharfschütze« »Easy« »Easy« »Do my fear« »Ach« »Ich brauch 15 Stück« »Na die Taverne« Kick Äh, wieso bin ich denn irgendwie in so einen Keller hier? Das ist verkehrt So, liest ein Shanty einsammeln, schaffe ich das? Die mehr zu singen haben Mehr Songs Ah, hör mal Komm, komm, komm Das ist schwergebiet, kacke Denken die das, wenn ich hier reingehe? Machen wir mal den diskreten Double Kill, Achtung Ganz diskret So, noch mal keine Schatzkarte, dann natürlich wieder die Pistolen Und mal auch ein paar Türme einnehmen Weil hier ist das gar nicht so notwendig, habe ich das Gefühl Die, äh, Türme zu synchronisieren Die Karte ist ja schon aufgedeckt Irgendwie Was, will ich wieder X drücken? Haben sie auch die Tastenbelegung geändert? Warum? Ich verstehe das immer nicht Never change a running Steuerung Ach, die Türme haben schwarzen Adler, wenn sie nicht aufgedeckt sind Und werden denn weiß Okay Oh, wieder was gelernt Was ist das für ein Symbol? Er Hafenmeister Ah Wird es für Edward kaufen Okay So, eins für die Schief Eins für die Edward Werde ich eh nicht genug Geld haben, um jetzt schon Upgrades zu machen Noch ziemlich am Anfang des Games Und den guten Double Kill Ich muss Mission zieht, die Hinrichtung erreichen Welche Hinrichtung? Wer wird jetzt gekillt? Hm Aber wo ist das mit Missionsziel? Ach, okay Jetzt verstehe ich Woher kennt die mein Name? Let's go Oh, oh Ey, was schießt du denn jetzt? Boah Bester Move Komm, der muss weg Boah, es ist aber jetzt ganz knappe Nummer hier Aber auch nicht Den plündere ich jetzt Der sieht aus, als hätte er Geld Oh War nicht mal so schlecht gemacht hier Kommt mit Da haben wir eine gute Crew mittlerweile Das schaut doch schon mal gut aus Und ab in der Taverne Ist auch immer eine sehr gute Idee Ich finde ich unterwegs noch einen Upgrade-Laden Ich glaube aber nicht Dummerweise Das ist simpel Nun segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende Wie Eldorado Oder dieser Jungbrun Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab Mit irgendeiner Art Schatz darin Sieh mal Das ist es Rotz Dann sind hier Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold Was ist denn hier los? Den König berauben, um Arme zu speisen Das ist unser täglich Brot hier Das ist keine Beute Sondern Fantasie Okay Machen Entwaffnen Ich weiß gar nicht, wie man entwaffnet Oder dass es mit einem Kontern einigermaßen klappt Hier selbst die Truhen sind auf der Karte markiert Ich glaube, dafür muss man Doppel B drücken Hm Oh, hier oben ist schon wieder eine Shanty-Note Das ist aber auch Man hat andauernd irgendwas Ein Animus-Fragment wäre auch daneben Ist eigentlich scheißegal, die Dinge einzusammeln, ne? Oh ja Das war zu einfach Das Animus-Fragment Okay Auch nicht so einfach Kriege ich das denn? Bitte Ja, so nicht Oh, Alter Ach, scheiß drauf Es wäre doch wieder nichts Und nun müssen wir wieder Schiff fahren Wo ist das Schmugglerversteck? Zunderbüchse? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein Das spanische Zeug ist mir lieber Aber entwaffnen kann man, glaube ich, auch nur Wenn man selber keine Waffe in der Hand hat Du hast also deine eigene Brick Fein Ich Werd dir zeigen, wie man sie richtig segelt Und wie man ordentliche Prisen einfährt Ja, ja Fertsch Wir treffen euch am alten Fischerdorf Oi Heißt, ich konnte vorhin nicht entern Weil zu wenig Peebles gehabt Wo ist dein Steuermann, Kenway? Ich steuere meine Schiffe gern selbst Das halten sie eher, um das Fernrohr zu benutzen Ich brauche keine Fläger Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibäuter eingebracht? Es ist ein Unterschied, ob man an einer Körperfahrt teilnimmt oder sie anfühlt Schoner Okay, let's go Let's go Das ist jetzt der Schoner? Ja Trifft das? Jawohl Das ist ja manövierunfähig Ne Und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss Doch um Himmels Willen versenkt sie mich Macht kein Spaß, die Frag dort im Herzen an Oh Auch wenn das möglich ist Also das tat weh Das war doch Ja Scheiße Gegner feuert Die versuchen zu fliehen Halt sie mit Kettengeschossen auf Was sagst du so einfach? Feuer Unter Treffer können sie sie lahmlegen Pass auf den Entfernen Wenn ein Schiff brennt, ist es manövierunfähig Sie können dann entweder A heransegeln und A drücken, um es zu entern Und zu versuchen, die gesamte Fracht zu plündern Es beschießen und versenken Ja, wir wollen entern In Tor Sie sind ja richtige Pirates hier Aber den machen wir kaputt Oh, Alter Feuer Jetzt ab Feuer Feuer Seht sie ran Mit aller Kraft Jetzt wird geentert, oder was? Eis Ach, ich kann das auch machen Ist jetzt enter? Oh nee, es sind keine Enter-Dinger. Das wollte ich nicht. Rüber da. Der Profi-Pirate ohne Scheiß, ey. Na, hör mal. Mann, lass mich doch da hoch. Bin echt Profi in dem Spiel, ey. See, Hendix. Oh, aber was tot. So kurz regenerieren. Oh, sie ergeben sich. Ahaha! Getengo un buen dia, Señor. Ich bin Captain Hornigold. Und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr. Auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas gefährden, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? No me mate, señor! Tengo familia! Se lo suplico! Spricht jemand Englisch? Inglés? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so still halten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Verdammt doch mal. Fehrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Und gibt nichts zurück. Check to operieren. Da? Eis. Das ist ein komisches Gefühl, mit so viel geraubter Frachtanbord zu segeln. Los! Wir müssen noch ein paar Priesen holen, um den Tag profitabel zu machen. Machen wir. Mit jeden fetten Stoff in den Wind! Aufschießen! Siebelst uns ab, Segelberg! Reinholen und aufreuen! Das kann ich jetzt nicht plündern. Wollen wir mal professionellen Piraten machen mit der Leine rüber. Das muss doch klappen. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Echt. Wir freuen euch! Wir freuen euch! Wir freuen euch! Wir freuen euch in allem Gewinne! Wir freuen uns! Wir freuen uns! Wir freuen uns! Jetzt ist es weg. Da sind zu viele. Kanonboot? Hier ist einer in Seenot. Was ist das? Ja, kann ich noch nicht machen, ne? Die Tauchglocke da, oder wie das heißt, noch nicht freigeschaltet. Kanonboot brauche ich nicht. Weiß ist ja egal, was für ein Schiff man versenkt, oder? Beentert. Ist zu weit weg, oder? Oh. Ahnung, Herr Beuthen, 57. Was war denn das eben für eine... Da war ja irgendwie nichts drin. Das ist jetzt riskant, so eine Gruppe anzugreifen, ne? Ui, ui, ui. Okay, jetzt go entern. Oder geht das jetzt nicht? Oh, ich mach hier wieder... Blut und Feuer! Lassen wir sie Eisen schmecken! Möchte ich die von hier abschießen? Oh. Es ist Aim, auf jeden Fall. Soll es ja nicht ganz versenken, ne? Jetzt muss ich doch hier irgendwie... mit den Seilen rüberkommen. Ziehen das ran. Man muss warten, bis sie nah genug sind. Ob jetzt könnte es klappen. Aha. Ich komm nicht klar hier. Ja. Ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht. Da ergeben sie sich. Natürlich cool, wenn man die Schiffe seiner Flotte hinzufügen könnte. So auf ganze Amara. Aber no way. Sehr cool. Ein guter Fang heute, Kenway. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Nach einem Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusorgen. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich sagt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Oh, ist ein Schiffflöchiger? Vergiss den Traumknabe. Nassau ist nun deine Heimat. Wir gehen immer natürlich mit. Alter, was ist denn hier wieder los? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hm? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher Föhn. Das Gucken. Oh ja, ich werde gesucht. Einen mittelstarken Rumpf kaufen. Erstes Upgrade. Wo sieht man denn... Achso, die drei Balken ist Schiffsener... Schiffsenergie. Wo kann man da... ...eine Schnellreise hin machen? Warum nicht, ne? Muss ich echt? Ja, unentdeckter Ort. Wo kann man zu entdeckten Orten? Nassau? Da kann man eine Schnellreise denn hin machen. Heiß. Macht das Piratenleben einfacher. Das dürft ihr auch wieder sehen. Lass was hören, Matros. Ansehen? Wo kann man da ... ... ... ... ... Aber ich glaube, da gibt es bestimmt noch ein Säge-Upgrade oder so, dass man schneller ist. Oh, was ist das für ein Schiff? Zivilisten? Alle aus den großen Bergen! Kaffelsiegel lockern! Einholen! Wir sind außer Gefahr, Sir! Raus aus dem Wind! Großsegel rein! Bramsegel röffen! Den Ohr kann ich mich tatsächlich erinnern. Ich habe das ja damals mal gespielt. So, müssen wir Upgrade machen, ne? Was? Das Schiff reparieren? Nichts zu reparieren? Nichts zu verkaufen? Kaufen! Sehen! Munition! Preis! Rumpfausbau! Ja, 1000! Das ist ja gar nicht so teuer! Tau! Aber bis jetzt echt ein sehr, sehr cooles Spiel! Ein schlechter Fang heute! Weiter so! Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf! Einfach und frei! Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut, und rumpf! Weiß! Und ein paar Fetzenstoff! Wir tragen keine Farben! Wir preisen deren Fehl! Und so steht diese schwarze Flagge für nichts, als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen! Die ist für dich! Seid stolz darauf! Danke! Gib mir den Zettel, den wir hier haben! Kuraten Flagge! Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold, sowie Kanonen! Du meinst, die Navy angreifen? Solange es König Philips Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern! Wie du sicher bemerkst, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe! Ei, leichte Beute aber in kleinen Dosen! Stimmt! Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an! Das kann ich! Oh, eine Brick! Stufe 17! Ich glaube, damit sollte man sich nicht anlegen! Ist das sicher? Stufe 17! Genau das wollte ich hören! Gib das Signal! Vermannt die Kanonen! Vorsicht mit der Navy Jungs! Sie können ebenso rammen wie Breitseifen geben! Ich setze die Pulverfässer, die ich ein! Oder? Nein! Gute Idee! Wir müssen nicht seitlich dazu drehen! Ich ramme die einfach! Gebt den Befehlschirm! Wir treffen gleich auf! Das war der Plan! Tatsächlich! Diämonen Torchirn! Auf! NehmenUN vom Baum! Feuer! Geh Gott! Ich habe das sehrheitsgeleger, alle Segel! Segel setzen! Feuer! Rass uns nicht rammen. Kepp! Feuer! Feuer! Zieh Mann! Komm schon! Verdammt wirst du verrückt, Kapp! Oh, der wird mich doch rammen. Nee, ich bin schneller als die. Oh, oh, oh. Geh gut. Oh, oh, langsamer, langsamer. Feier! Ich glaube ich das schaffe zu besiegen, Stufe 17. Wunderlich. Können wir es noch entern, auf besseren Loot? Feier! Es kommt da noch eins. Genau das wollte ich verhindern. Feier! Feier! Ja! Oh, oh, oh. Feier! Oh, Mann. Zwei Schiffe ist eins zu viel. Soll ich die noch machen? Oh, 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 oh. Shit. Ah. Oh, getroffen. Vor der Breitseite hier. Die Geschütze gerne haben. Und zack. Ihre Schwachstelle ist ungeschützt. Schieß Feuer! Es brennt schon. Jetzt können wir sie erinnern. Das schaut gut aus. Pass auf den Ellbogen auf. Mal schneller. Jetzt ist das zweite Schiff natürlich noch da. Los! Feuer! Ja! Ja! Ha ha ha! Das kommt nicht gut. Schick die Luft in die... Alle Segel reffen! Du musst ausweichen. Sie will uns... Feuer! Schick sie in die Hölle! Mars- und Tapssegel bergen! Und schick die Luft in die... Scheiße, das machen sie... Rammkurs. Feuer! Ja! Auf dein Zeichen, der Wege! Zieh! Und da kommt noch ein Schiff. Feuer! Ja! Feuer! So ein Schoner kriegt man ja easy kaputt. Feuer! Ja! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Habe ich dir jetzt mal ran, ne? Die macht hier immer noch Ärger. Let's go. Let's go. Ein Treffen? Nee. Nee, tatsächlich nicht. Oh, Obst Fass, Obst Fass! Oh, rüber da! Oh, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Oh. Jetzt muss man kurz weg. Ah, geht doch. Beim Hafenmeister kann man sein geplündertes verkaufen anscheinend. So wie es aussieht. So, hier ist ja noch eins. Es ist glatt? Ist das hier gefroren oder was? So kann ich nicht entern? Nein. Wo mucken die jetzt? Ah, zu spät getrüft. Ich check das immer zu spät mit dem Konterangriff. Oh. 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 Ohy. Oh. 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 Plündern. Wieviel haben wir denn? 68 von 70. Vielleicht finde ich hier ein Treibgut noch was. Das war ein Feuerfässer. Noch eine Brick? Na komm. Das war ein Feuerfunk. Das ist ein Feuerfunk. schon wieder so viele in der nähe ist nicht gut super getroffen ist nicht so gut die haben mich auch gleich im visier da gehen drei schiffe gleichzeitig ich kann jetzt schon entern ob ich pech habe greift mich das andere schiff nur an schief gehen schießen wir mal ist der kapitän er ist immer scheiße zu gesegnet da haben wir sie schon ich glaube kein metall bekommen kein metall das ist nicht euer ernst hier in der karte aufnehmen alle segel bewegung ober und bram segel fieren und nicht holen feuer da ist sie am schlecht gebt den befehlscher einholen vor segel einholen sind bereits so eine inszenung sie präsentieren sich uns lasst sie dafür bezahlen feuer einholen einholen öffnet die hauptsegel tief holt sie zurück feuer das fand ich gut der ist so weg stufe 17 no way keine chance aber aus so feuer feuer entert doch oh ich habe auch nicht ganz schön was abbekommen dass man selber mal geentert werden war ja auch lustig cheats Nein, das wollen wir nicht. Ich denke, dass das im Spiel eingeblendet wird. Hä? Um einen noch. Achso, ich musste eigentlich gar nicht rüber. Das ist so viel einfacher, aber unpiratisch. Aber jetzt haben wir 65 Metall auf einmal. Und vorher kriegst du null. Das macht schon wieder keinen Sinn. Naja. Jetzt kommt noch das Sold Key. Sold Key. Kaufen? Tja. Haben wir Schnellreise dahin? Meister? Ich war hier doch schon. Warum kann ich denn keine Schnellreise machen? Verstehe ich jetzt nicht. Na egal. Folger ansehen? Oh, nee. Oh, die sind zu heftig. Was ist denn das? Stufe 17. Was hat rote Siegel? Weg. Muss er sich unnötig riskieren. Wir haben sie abgeschüttet, Sir. Was ist das denn jetzt? Wir haben sie abgeschüttet, Sir. Das ist gut. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Bauch! Wir Tee. Sanitvoll. Verhält Drüben. Locker trimmen! Alle Segel einholen! Hauptsegel aufgeilen! Hauptsegel weg! Die machen das schon. Kann mich ja nicht um alles kümmern hier, ne? So. Und rüber da. Mit den örtlichen Beamten. Erstmal können wir Sachen verscherbeln, ne? Soll man alles verkaufen? Packbeute nicht, da kann ich ja Upgrades für basteln. Alles verkaufen. Brauchen Geld. Ist nicht grad wenig. So, was haben wir denn für Upgrades? Aussehen ist ja eher so. Die Zungen kriegt man, glaub ich, hochautomatisch. Der Feuerfässer. Nun benutzt man die mal. Nun Upgrades. Haben sie in der Hauptgeschichte weiter voran? Okay, kann ich noch gar nicht. Aber neue Kanonen. Perfekt. Ach, da kann man nochmal neue. Okay, ist aber Story-Abhängig. Das könnte man wahrscheinlich so Farm Upgraden. Und dann wird die Story zu einfach. Das wird den Hintergrund haben. Wollen wir mal zum Haufenmeister hier, ne? Es scheint, als könntest du hin... Das sind wie die Erolde da, bei den Vorgängerteilen. Du bist ein Künstler, Canway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn Spaß macht, ist es keine Arbeit. Ha! Ha! Bumbu! Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kit zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Gibt es mal eine gute Idee. Ein Jagdschiff plündern. Ach so, das ist jetzt die Zusammenfassung. Ich dachte, das wäre wieder... Schiff plündern Aufgabe. Mission. So, was machen wir jetzt? Was ist denn die nächste Mission? Schon weiter weg wahrscheinlich. Echt weit weg. Unentdeckter Ort. Dann könnte ich doch... Eine Reise nach Nassau? Ist das näher? Ja, auch nicht viel. Also, das lohnt sich jetzt auch nicht, würde ich mal behaupten. Dann fahren wir so dahin. Alle Segel klar zum Setzen! Alle Segel klar zum Setzen! Alle Segel klar zum Setzen! Fish and to see! Und natürlich perfekt, wenn man schnell Reise machen könnte! Aber... No way! Natürlich, warum ist das Sperrgebiet? warum sieht man das auf am app ist eine festung oder so tatsächlich sieht man das gar nicht wo sandbänke sieht man sich natürlich die frage warum ist hier sperrgebiet ist hier irgendwas schönes es war eklig hier zu segeln ist wieder treibt gut nehmen wir mit uns jetzt echt riskant ist was ist denn jetzt schon wieder ist auch noch was stoff der gute stoff und das ist natürlich auch nur einsammeln wenn man schon mal hier ist ich bin ja fast da wir zerschellen gleich ein land kräft die top und bram segel groß segel los geht's an schotthorn an die schotthorn all den kräftig dagegen ich bin da wieder so ein böses animus fragment ja tatsächlich captain im meer jetzt kommt er da nicht hoch ich bin da nicht hochgeklettert schönes wasser hier immer noch holung machen holiday time ich bin da jetzt was verkaufen ne bisschen starten nächste mission Fisch am Stiel. Also, was habe ich da über einen Angriff auf eine Plantage gehört? Sonst kein Geheimnis behalten, was? Jedenfalls nicht gut. Jeden Tag segeln Schoner voller Zucker vorbei von den Plantagen hier in der Nähe. Meistens halten sie hier, um ein paar Kisten davon zu verkaufen. Heute wird ein Mann erwartet, der viel Profit einbringen wird. Wenn du seine Plantage überfallen willst, zeige ich ihn dir. Ich will. Gehört diese Plantage einem gewissen Berg fort? Das ist der Mann. Er hat Dutzende in dieser Gegend. Und er ist verdammt reich. Genau die Art, die ich gern behabe. Sein Verwalter ist hier irgendwo. Finde und verfolge ihn. Und er führt dich direkt zur Beute. So, wo waren wir stehen geblieben? Backforts Gesandten aufspüren. Ja, machen wir wieder Auge. Auf Adler Auge auf jeden Fall. Ja, da ist er doch schon. Ach, mal wieder so ein Verfolgungsding. Warum kriege ich jetzt eine Mario Party Einladung? Ich glaube, es hackt. Als ob. Und wie frech. Man sieht doch, dass ich das nicht spiele. Wird der von den anderen mich auch nicht sehen? Oder nur er? Und er hat keine roten Punkte aufgeregt. Hallo? Er guckt. Das ist mir auch nicht so, dass er hinter dem Stapel in Deckung gehen kann. Gehen. Gehen. Jetzt haben wir an Waffenausgürste. Doppelklingen. Und die Schwerter für den Pfeil der Fälle. Oh, da ist aber gleich Sperrgebiet, dummerweise. Er guckt. Ist es nochmal gut gegangen. Hier schon wieder. Sehr gut. Boah, er nimmt sie mit. Ihr solltet nicht so laut reden, Sir. Das ist gewiss kein freundlicher Hafen. Ich habe ein Doppelkirchen. Hat geklappt. Hat geklappt. Ach, jetzt muss ich schon wieder zurück. Okay. Aber jetzt sagt er hier wegen Timer. Okay, auf Zeit. Scheiße. Ich muss sich ein bisschen sputen. Na komm. Ja, aber Entfernung zum Ziel beibehalten. Ich muss doch jetzt mein Schiff erstmal holen. Komm, schnell. Willst du nicht wieder beim ersten Versuch wieder vermasseln? Ja, komm. Let's go. Immer. Diesen Anblick kenne ich. Gut beobachtet. Ich habe einen von Backfords Männern großspurig über seine Plantage reden gehört. Und all die Waren, die sie dort lagern. Da kam mir die Idee, dass ich ihm diese Waren abnehmen und zu einem viel besseren Preis verkaufen könnte als er. Ich soll ja verfolgen. Da darf ich wahrscheinlich nicht zu dicht ran. Mir gefällt die Idee. Weil wegen verfolgen und so. In die Böe. Aufreien. Nehm Druck vom Baum. Wo ist die Kreuzkopfsegel ein? Mehr Segel. Alle Segel. Oh. Ja, ja, Sperrgebiete kennen wir ja. Und da haben sie ihre Sichtradios wie beim Metal Gear so gut. Oh. Oh, nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Hab das was wert? Ich weiß auch nicht, wie weit ich entfernt sein darf, ohne dass die Mission eben over ist. Da kommt nämlich jetzt ein Schiff genau entgegen. Von Backbord, Sir! Sir! Dort schwimmt Beute! Ja. Es war aber gerade Steuerbord. Steuerbord ist rechts. Wie soll der Backbord gesagt? Irgendwo noch ein Seemann? Steuerbord! Überlebender hier, Master! Ja. Es war auch Steuerbord. Oh, oh. Absegel, Reffen! Seh, Segel hoch, auf! Alle Segel, Sie verträgt haben! Das ist doch schon wieder... Warum? Ich weiß, ich muss irgendwie in Sichtweite gehen. Das kann ja wieder was werden. Alle Segel, die wir haben! Von Steuerbord! Da treibt etwas Frachtgut, Sir! Jetzt direkt neben mir ist schon wieder ein Schiff. Löst Gegnerschiff. Sei eins mit dem Meer. Ja, mach ich. Moin, Appelboxe. Stets bemüht, weißt du noch. Jetzt kommt jetzt auch schon wieder ein Schiff. Hinter mir auch. Wir sagen, ich werde gleich wieder entdeckt. Das ist nicht gut. Weißt, Segel an die Schurken! Segel, Reffen, raus aus der Böe! Setz jeden Fall Segel! So, die können aber anscheinend nur noch vorne lunzen. Wenn ich hinter den Gegnerschiffen fahre hier, checken die gar nicht. Gucken, haben nur Ausguck nach vorne wahrscheinlich. Sie sollen schneller fahren, ich doch ja. Jeden fetzen Stoffen in den Wind! Alle Segel, klar, schon setzen! Vielleicht ist es ja gar nicht so schwer unbemerkt zu verfolgen. Leicht. Es ist Marques, Jungs! Ist keine Schikane! Wenn er auch noch volle Breitseite, ja. Aber erst Kanun-Upgrades gekauft hat. Alle Segel, Bebegur! Hat er noch gar nicht probiert. Muss man jetzt aber auch nicht. An die Bram-Segel! Die Segel einholen! Oh, ich darf aber auch nicht zu dicht auffahren. Sonst war es das auch wieder. Von links oder von Backbord kommt wieder ein Gegnerschiff. Dabei sieht gut aus. Sieht ja unten links auf der Minimap so den Sichtbereich der anderen Schiffe. Oh, Speicherpunkt. Wie sollte man das mit Lenkrad spielen? Für den Realismus. Oh, da muss ich jetzt aufpassen. Ohr ist doch schon wieder fast zu dicht. Wow, das schwamm rum im Wasser. Ja, das nehmen wir natürlich mit. Jeder einzelne Spritzer davon klebt an dir wie Pech und brennt. Hinterlässt furchtbare Namen. Mein Gott. Boah, ich bin gleich aus dem Sperrgebiet raus. Puh. Warte mal, wie kommt man denn noch mal... Ein Sturm, Käpt'n! Sieht schlimm aus! Ja. Oh, das sieht gerade echt... Der Segel! Alle Segel! Kann man denn noch mal sein Fernglas benutzen? Auf Rahm- und Marssegel! Ah. Okay. Oh, oh. Rahm- und Marssegel-Brett! Es ist Viscan-Zonehenswahl. Die Soldaten auf der Plantage würden uns entdecken. Dann geh von Bord und schleich dich an Land. Wir kümmern uns um die Jackdaw. Okay. Wir kommen zurück, Sir! Komm zurück? Ich war doch gar nicht weg. Cat Island. Bist du Katzen oder was? Oh. Man kann hiermit immer... Ja, zurück zum Schiff. Und die schwimmen immer rüber, so. Soll ich mal... Kein Alarm machen? Sabotieren? Das ist die Alarmglocke. Okay, aber... Ich hab doch keine Zeit, Mensch. Um 10 Sekunden. Oh, oh. Was ist hier geschehen? Warum die Unordnung? Uff. Nur ein Umtrung, Sir. Wilmington hat Geburtstag. Und ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Er ist doch Standard. Das macht man doch immer. Was werden wir schon noch sehen? Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich würde verfolgt nur machen. Von Piraten, wenn mich meine Augen... Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war. Soll ich abschauen. Waren sicher keine Spladenhändler. Nicht bei dieser Größe. Verdopple auf jeden Fall die Wachen. Und halte verdammt noch mal nach allem verdächtigen Ausschau. Ja, der Verdächtige ist hinter dir. Oh, oh. Du da oben schlaf nicht ein, Mann. Du hast eine Aufgabe. Ach, er da oben. Habe ich das nicht eh sabotiert? Ja, der hat aber echt einen, einen Tee. Wie weit geht denn der Radius? Okay. Uff. Ich möchte den Verantwortlichen sprechen. Ich verlange Zutritt zum Lagerhaus. Welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? Ja, wer hat den Schlüssel? Keiner nüchtern hier. Würdet ihr mir bitte den Schlüssel? Keiner nüchtern hier. Perfekt. Den Schlüssel, verdammt. Bringt mir den Schlüssel. Ja, wer hat den denn? Das ist der eine, den ich schon gekillt habe. Moin, moin, Phil. Ne? Du alter Pirat, du. Oh, oh, oh. Wer hat denn hier den Schlüssel? Da. Da ist der Schlüssel, Meister A. Das ist klar von acht Jahren. Und bei dir? Ist ja auch gerade ein Black Flag, ne? Okay, muss ich den umbringen, oder? Ich stehe denn. Komm her. Ich wurde entdeckt. Oh, fuck. Oh, das war jetzt wieder dämlich. Das ist nur der Scharfschütze. Der verfolgt mich ja hoffentlich nicht. Warum reden die Charaktere jetzt Englisch? Habe ich was verstellt? Das stört mich nicht, aber. Okay. Aber den Schlüssel stehlen. Heißt... Sieht gerade schlecht aus. Aber nur im Online-Modus und habe etwas gelevelt. Bin jetzt erst Level 19 und brauche ja Level 55. Boah. Ich weiß ja nicht, oh, wie schnell man da levelt, ne? Ich weiß doch gar nicht, ob meine Version... Was kann ich denn hier machen? Objekt aufheben? Ob meine Version überhaupt einen Online-Modus hat. Komm her. Wieso kann ich denn keinen Attentat... Ah, okay. Wurde ich gerade sagen. Ist auch vom Ding her... Soll ich den einfach erschießen da oben? Und die anderen das mit? Wenn ich Pech habe? Ja. Können kann... Ich glaube, das wäre jetzt ultra dumm, was ich hier mache. Devin geht an sich, nur stowert halt etwas und ich persönlich habe halt nicht immer... Ja. Oh, ich habe es versaut, die Mission wahrscheinlich. So viel zum... Ich kann nicht schleichen. Ja, sie haben die Alarmglocke. Ich habe die doch sabotiert. Ach, nee, ey. Ach. Der Profi wieder. Nö, Mission ist ja nicht beendet, du. Ich muss ja von den Macker den Schlüssel haben. Er bleibt da drin. Er springt automatisch raus. Ach, weil ich entdeckt wurde, wa? Ich sehe nichts. Aber er checkt mich nicht, ne? Ich kann jetzt von hier aus erschießen. Headshot. Ich soll ja den Schlüssel stillen, ne? Ich hoffe, ich kann den jetzt plündern. Ja. Nein. Komm her. Der Sniper, der geht mir ganz heil auf den Sack. Tschüss. Also man kann es auf die Art und auf die andere Art spielen. Wenn man entdeckt wurde, springt er automatisch raus. Okay. Das erklärt, warum er da eben seine... Wieso kann ich denn den Schlüssel jetzt nicht stehlen? Jetzt. Ja, so geht's. Das ist doch ein Animus-Fragment. Oder auch nicht. Lohnt sich das hier? Der ganze Aufwand? Ja, das ist gerade Plantage. Ja, genau. Wir haben die folgende Wahn erbeutet. Oh, das lohnt sich ja richtig. Also noch ziemlich am Anfang vom Spiel, ne? Ah, ich habe nur eine Alarmglocke sabotiert. Oh, sonst hätte ich 100%. Naja. War trotzdem noch Thron. Die er mal wieder nicht aufmacht. Jetzt. Ist denn hier oben wieder blöder Scharfschütze? Bevor er mich wieder sieht. Machen wir den hier. Zack. Meistens immer mein Schiff mittelmäßig aufgerüstet und habe es dann schon mit Fregatten aufgenommen, weil die meistens viel mehr haben als die Plantagen. Muss man drauf. Ja, aber es ist storyabhängig, wie weit du dein Schiff aufrüsten kannst. Also ich habe bis jetzt schon voll aufgerüstet. Man muss halt in der Story weiterkommen. Weil du kannst dich von Anfang an alles aufrüsten. Man hat ja auch das Verlangen jetzt eigentlich alles freizuschalten, ne? Die Türme zum Beispiel, die Truhen, wenn man das schon auf der Map sieht. Aber dann brauche ich 200 Stunden für das Spiel. Und noch ein paar mehr Spiele auf dem Zettel, ne? Was ist das denn hier für ein Symbol? Sieht aus wie diese Tunnel beim zweiten Teil. Beziehungsweise, man. Ach, diese Schnellreise-Dinger. Ach ja, man schaltet auch mit seinem Ubisoft-Account dann irgendwie Achievements frei. Wo man das braucht, ist eine andere Frage. Geht. Was ist denn eigentlich die Mission gerade? Zum Schiff zurück? Cat Island. Und ich habe keine einzige Katze gesehen, obwohl die Insel Cat Island heißt. Was ist denn jetzt hier los? Oder musste ich auf der Insel noch was machen? Was ist denn hier? ULC-Truhe? Was ist das Missions-Zielen? Ich musste gar nicht zum Schiff zurück. Uff. Einen guten Abend, Edward. Ja. Ja, schöne Grüße. Oder wie war das? Was ist das denn jetzt für... Das ist wieder ein neues Symbol hier. Das ist nicht irgendwelche verschollenen Tempel oder so. Was kann man hier machen? Das hat doch irgendeine Bedeutung. Ich weiß das nicht mehr. Egal. Das wird man schon auch rausfinden. Wie auch im Schwergebiet seine Kapuze aufsetzt. Er guckt. Könnte natürlich auf Pulverfässer schießen. Äh. Kann es sein, dass er abgeschwirt ist kurzzeitig? Tatsache. Ja, Internet. Alles ist für den Arsch hier, ey. Einfach mal ausgegangen. Was holen die ja doch? So, die Truhe muss ich ja beugen, ne? Was sind die Wache? Da kommt ja bestimmt gleich einer um die Ecke. Ja. Ja. Ja, ja. Er ist gerade abgeschmiert. Warum auch immer mal wieder. Ach. Cool. Und zack. Ja, ja, ja. Sehe ich. Oh, das ist ein neuer Shanty. Moment mal. Oh, also kommt man da jetzt wieder nicht hinterher. Beim Stühn ist es bei einer stehen geblieben. Okay. Ja, der ist irgendwie einmal kurz abgeschmiert. Fragt mich nicht, warum. So ein Müll. Selbst das Internet ist hier kacke anscheinend. Ist alles kacke. Scheiß Wohnung, scheiß Internet. Moment mal, wo soll ich denn jetzt hin? Von der ganz anderen Insel. Jetzt kann ich zum Schiff zurück. Jetzt muss ich sogar zum Schiff zurück. Wir müssen halt weg von Cat Island. Okay, hier könnte man anlegen. Macht ja keinen Sinn, wenn man auf eine andere Insel muss, aber okay. Aber die so Tierfälle und so, die muss man glaube ich behalten. Die darf man nicht verschäbeln für persönliche Upgrades. Gernens. Die ULC-Truhen sind einfach Bonus-Truhen. Gibt es normalerweise bei ULC. Ach so. Ah, okay. Ist denn jetzt schon wieder? Ach so. Man kann keine Reisegeschwindigkeit so nah. In der Insel. Isla de Muerta. Bonus-Tour, habe ich schon verstanden. So nach dem Motto kann man machen, muss man aber nicht. Seitzlagone. Aha. Oh. Flachkörper. Natürlich aufpassen, dass es nicht... Weißt du, ist da Geld drin und kosmetische Gegenstände, aber Geld braucht man... Geld brauchst du immer. und dann für die Schiff-Upgrades, ne? Das kostet nicht gerade wenig, ne? Hab ich gemerkt. Du musst ja rum immer leer. verraten, Republikmänner. Wir sind wohlhabend und frei und außer Reichweite von Königen, Pfaffen und Schuldeneintreiber. Aha. Fast 500 Mann bekennen sich inzwischen zur Küstenbruderschaft in Nassau. Das ist keine schlechte Zeit. Nassau ist eben so die Hauptstadt da gefühlt. Und mangelte es an Verteidigung. Sollte der König die Stadt angreifen, wird er uns überrennen. Dann lasst uns das Observatorium finden. Wenn es tut, was die Templer behaupten. Die Kopfgeldjagen? Ah, okay. Nicht, das sind wir schon wieder. Das sind doch nur Geschichten. Wir brauchen echte Verteidigung. Ich werde ja eigentlich erstmal die Hauptstory so durchspielen, ne? Erstmal. Ich glaube, bei Freedom Cry spielt man den eben. Seinen Quartiersmeister oder so. Gibt ja irgendwie Evelyn oder so, wie er eine, die es hier heißt und Freedom Cry beziehungsweise auf Deutsch Schrei in der Freiheit. Wird natürlich auch durchgespielt, wenn, wenn denn richtig. Weiß, aber man kann hier sehr schnell pleite sein. Deswegen ein paar Tipps von mir beim nächsten Mal. Was kosten? Und Prost. Ah ja, Schatzkarten. Die El Arca del Maestro aufspüren. Das hört sich nach dem Schiff an. Also wieder. Die Spielt die Spielt denn nach? Ach so, ich dachte, die Spielt ein bisschen davor. Da spielt man glaube ich den hier, der rechts neben mir jetzt steht. War das das? Oh ja. Stimmt, das Tauchen habe ich noch nicht freigeschaltet. nette Abwechslung für uns und das ohne Händlern und dergleichen Gewalt antun zu müssen. Welch sanftmütige Töne für einen Pirat. Nicht zu viel verraten. Komischerweise kam, da liegt wieder rum im Wasser. Kreuzen wir die Säbel mit dem Militär und anderen, die sich uns in den Weg stellen. Das Sperrgebiet ist immer ätzend. das Fernrohr und Ziele zu identifizieren. Ach ja. Herr Schoner, die bringen auch nicht viel, wenn man die angreift. Oh nein, Gewitter in Saarbrücken. Aber irgendwie das ist jetzt so ein Riesengebiet, wo ich ein Schiff finden muss. Wahrscheinlich das geradeaus. Das wird es sein. Sagt er eigentlich Besatzung? Besatzung? Oh. Wenn es das ist, ne? Oh ja. Stufe 60. Eui, eui, eui. Das Schiff ist ein Monster. Seht, wie groß sie ist. Da fahre ich nicht hin. Und Auge in Auge halten wir nicht lange durch. Hörst du mich, Kenway? Bleib auf Distanz. Wir schlagen zu, wenn die Zeit günstig ist. Im Schutze der Dunkelheit. Also hinter ihr fahren. Da hat die nicht so einen Sichtkegel. Das ausschaut. Aber wenn es so stürmisch ist, dann schockt das ja noch mehr hier. Richtig auf, auf Piraten leben. Pirate Simulator. Ach ja, auf die Riesenwellen muss man aufpassen. Jetzt kommt hier links von mir noch ein Schiff. Dummerweise. Das war nur ein Schoner, aber jetzt nicht unbedingt kämpfen. Einfach so, dass das Schiff war es noch ganz war. Ja, ne? Stufe 60, ey. Stimmt, der war ja auch Spanier. Warte mal, was sieht man da noch? Ach, man sieht auch, wie viel die an Bord haben. Ein Metall 168. Uh. Da muss ich die gleich angreifen. Ist doch zu krass. Drick kann man Stufe 17, da habe ich schon ein paar von kaputt gemacht. Ist okay. Ja, der hat echt richtig viel. Aber Stufe 60, bezweifle, dass ich auf egaler Weise Leone kaputt kriege. Jetzt kommt er vor. Eine Breakout da hinten. Wahrscheinlich auch. Oh oh. Das war knapp. Oh, er zieht eine Kurve, er zieht eine Kurve. Oh. Muss echt auf den Sichtradius von den Gegnern aufpassen. ein Schiff ganz aufgerüstet. Was? Wenn das Schiff ganz aufgerüstet ist, kannst du es mit vier oder fünf auf einmal aufnehmen? Was? Aber so eine Stufe 60 Monster? Richtige Kriegsschiffe. Ich werde entdeckt, glaube ich. Ich wurde entdeckt. Genau das wollte ich vermeiden. Es war eh nur eine Stufe 17, ne? Hey, jo. Ich habe irgendwann mal wieder Fortnite gespielt, ne? Aber nicht dieses Six Muff. Hallöchen. Nicht das Normale mit den Kack-Autos gerade, sondern die OG-Version, ne? Reloaded oder wie der Modus heißt. Das ist spielbar, Das können wir auch mal wieder spielen. Oh, oh. Hat der mich jetzt entdeckt? Oh, Piratenverstärkung. Jawoll. Thank you for coming. Hier. Ja, das ist spielbar, Phil. Muss abhauen? Sicher? Oh, die greifen doch jetzt alle an. Da will ich ja auch mitmachen. Da Mörser-Beschuss liegen. Achso, da wird eingekreist. Okay. Die Mörsers. Ja, immer rein da. Ich habe ja eine Chance. Mörser. 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 Oi, oi, oi. Ja, Missionsziel ist die Mörser. Ja, muss ich jetzt echt abhauen? Nicht fighten? Gerade im aggressiven Modus hier. Ja, treff nicht mal. Oh nein. Sieht echt nicht gut. Ja, ich hau ja ab. Ist okay. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Also die normalen, die Schoner, da ist ja easy, ne? Du müsst den Typen, der das Schiff steuert, eh gleich töten. Wie er spoilert. Feuer. 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 Wollt ihr gern schwimmen? Feuer. 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 das war nicht gut ist normal bei mir versucht nichts mehr zu sagen ja halt so schlimm ich bin schlimmer ist das aber gleich richtig wurde im wasser nämlich umfässer hier auf loskopf hier los gut man denkt immer so acht schiffe ja aber nie eigentlich nur helfen für den jenigen das zum ersten mal spielt ist das irgendwie doch ja ich mache ja nur fehler ich kenne den mann und wenn er mein schiff sieht kennt er es womöglich noch aus havanna und fragt sich vielleicht wer sie jetzt segelt das ist zu riskant stimmt havanna ich hab's damals auch für xbox 360 oder ps3 weiß ich nicht mehr es ist zu einer see schlacht gespielt wo ich nicht weiter kam und da habe ich gedacht jetzt ist mal wieder zeit ist jetzt viel zu zocken also ich hab's noch nie durchgespielt tatsächlich moment müssen wir noch alles abluten dass hier alles rumliegt sie männer brauchen wir auch halt die vorgänger die habe ich auch jetzt vor black flag habe ich halt zwei brotherhood und revelations durchgezockt drei lasse ich denn mal aus das habe ich schon durchgezockt gesagt weg vielleicht gerade im cell gewinnen kann man wenn man reisegeschwindigkeit kann man auch ein kram einsammeln und dann muss ich dafür abbremsen anscheinend monsterwelle ich spiele das seit dem release ach was das ist das ist uchi das ist echtes sehen wenn wir kurz hingucken wo muss ich denn hin hierhin haben wir dann schnell reise natürlich nicht muss ich echt so hin naja dann machen wir das trotzdem ist der online muss langweilig ich kenne den online modus nicht aber ist denn pvp oder pve oder was macht man den online modus oder sie schlachten das wäre irgendwie cool ihr könnt auch sehen ist die fahrt nicht so lang langweilig die nächste mission ist meine lieblingsmission muss den spielen wegen der letzten beiden trophäen aufglässt er um ist sicher ich habe nicht hingeguckt gleich wieder aufgelaufen die story auf 100 prozent also komplett durch also wenn du seid will die spielst hätte ich auch damit gerechnet auch immer wieder an sagt man den schiffbrüchigen weiß ja nicht man kann doch bestimmt auch noch so säge upgrades machen weil ich finde mein kahn ist irgendwie nicht so der schnellste regatte stufe 23 man da eine chance man behaupten ja man kann ihn ja auch entern man könnte jetzt rüber gehen und kämpfen aber ich habe festgestellt es geht viel einfacher wenn man die einfach wegballert sollte man natürlich treffen wirst du was ich an deiner stelle machen würde na sag an erst mal ein schiffupgrade machen nur fragen hast du ihn tut ihn zur see eigentlich schon getroffen nee das geht einfacher wobei fürs piratenfeeling ist so richtig entern er hängt in der luft er hängt in der luft na ergeben sie sich so kriegt man denn nämlich mehr beute anstatt die zu versenken zu größer die schiffe werden musst du auch mehr machen und das macht nix wird schiff upgraden danach kannst du mehr beute ja das ding ist ich hatte das erst upgradet aber dann wenn du noch weiter upgraden willst musst du halt in der story weiter vorankommen stand da zumindest er testet erst mal die kanonen ok dann wollen wir mal weiter ist wieder so eine 17er brick oder was nee fregatte fregatte da haue ich lieber mal ab man muss sein glück nicht ausreizen ja sind nicht unwichtig die upgrades ne und da ist wieder sperrgebiet egal sequenz drei ein einzelner wahnsinniger meint ihr mich stimmt Oh, kurze Verschnaufpause. Wenn wir schon über Piraten reden. Irgendwann zieh auf Siebs. Ja, ich hab das Spiel ja, aber musst du Windows haben, ne? Oder ich hol mir eine PS5. Gentlemen, wie es bei uns der Brauch seit jeher verlangt, stürzen wir uns nicht kopflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen, sondern nur gemäß unseres gemeinsamen Wahnsinns. Auf dem Piratenkodex. Das Game nicht auf PS5 ist zu teuer. Du hast das auf dem PC gespielt, ne? Aber hat das Crossplay? Das ist die Frage. Einer noch so. Ich glaub aber ja. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass ich es dann auch auf Laser rausbringe. Also das PC und Xbox Crossplay hat, ist ja klar. Den Dschungel durchqueren. Das sieht aus wie so eine Tempel-Kletter-Mission. Ohne Scheiß. Captain in der Salzlake. Das ist deine Lieblingsmission, Phil? Und man hier klettern muss, oder was? Schon lang keine. Hier sind auch wenig Kletterabschnitte, ne? Wenn man so bei den Vorgängerteilen gibt es auch richtige Tempels und so. Wir haben das Kampfsystem hier. Ich hab das auch jetzt mal gecheckt, vereinfacht. Du musstest sonst bei dem Vorgängern immer R2, konnte man den Waffenmodus wechseln, wegen Kontern und so. Das muss man hier gar nicht. singt mich auch, wo ich das jetzt angefangen hab, bin Kampfsystem nicht wirklich klargekommen. Oh! Oh, nee! Ja. Moment mal, muss ich hier jetzt hoch? Ach, da? Wie komm ich da denn jetzt wieder hoch? Ach so. Immer alles an Geld mitnehmen, was geht, ne? Aber hier kommt er jetzt wieder nicht weiter nach oben. Müssen wir mal gucken. Da müsste er sich festhalten können. Nee. Ah. Ja, und das war's wieder mit Klettern. Hau hoch. Nee, da ist nix, wo er sich jetzt weiter festhalten kann. Liebstenmissionen ist alles ist erlaubt. Okay, da muss ich mal drauf achten, wenn die kommt. Ich glaub nicht, dass die schon war. Ja, dann muss ich aber da wieder runter Parcours folgen. dann muss ich da hin. Ah, Kuh. Naja, viele Wege und so, ne? Ich hätt' wahrscheinlich auch anders längs gehen können. Aber es wäre zu einfach gewesen. Aber ich bin auch echt, muss ich sagen, auf die DLCs gespannt, ne? So mit Nebencharakteren. Wobei diese, wie heißt die, eine Evelyn oder so? Die kommt ja in dem, im normalen Black Flag, glaub ich, gar nicht vor. Und ran hier. Das neue Stadt haben und da kommt die Mission Tulum, heißt die Stadt. Dann kommt die Mission. Okay. Also bin ich noch weit von entfernt wahrscheinlich. Geht's zu Liberation, ne? Jetzt hab ich auch nicht gesperrt. War das nicht so ein PSP oder PS Vita Ableger? Das ist Liberation. Das war ja kein Hauptteil, ne? War auch so ein Nebending. Mal auf, will hören, dem Parcours folgen. Das war jetzt wieder dumm. Oder? Und der nächste. Warum hab ich denn eigentlich nicht mein Schwert ausgerüstet? Wie cool hat es zum Kämpfen. So, jetzt haben wir Schwerder. Geht doch. Weiß ich nicht. Hat er das gesagt? Was wüsste denn? Guck ich nachher mal nach. Ich speichere mir mal ein, dass ich da nochmal nachschaue. Hat er gerade Aguana Tai gesagt? Nein. Das klippe ich. Habe ich nicht zugehört, weil ich gesammelt habe. Scheiße. Aber warum sollten sie das sagen? Das sind doch, äh, warte, es sind die Spanier, es sind nicht die Briten. Warum sollten sie das sagen? Mann, ich kann sie mich so verarschen. Zack. Aber so eine Dschungelmission, muss ich sagen, das hat auch was. Ich halte aber nur auf Seefeiten. Ui. Ich muss jetzt bei dem Fluch der Karibik an die Brücke denken, wo er denn mit diesem Stab auf dem Rücken rüber geht. Genau so sieht das hier aus. Oh nein, Regenbogen. Oh nein. Aber hier ist eine, eine Truhe. Und das goldene Kompass? Ist ein goldener Kompass drin? Goldene Kompass. Das ist aber jetzt deren Schiff. Na ja. Muss ich jetzt weiter, nee, ich muss weiter nach oben. Wollte gerade nach unten fallen lassen. Aber ich muss ja in die Richtung. Wahrscheinlich einfach dem Pfad folgen. Irgendwie komme ich da schon hin. Oder wie Phil sagen würde, dem Parcours folgen. nämlich noch ein Animus-Fragment. Wo man wieder nicht hochkommt. Was soll das denn? Scheiß drauf. Dann halt nicht. Tipp konnte nicht gefunden werden. Wieso nicht? Oh. Ich glaube, ich schleiche mich einfach. Ich mache mal den Schleiche, Max. muss nicht immer aggressiv spielen. Und trotzdem werde ich entdeckt, Oh, oh, oh. Boah, Wildschwein. Was? Ich könnte jetzt auf Rage-Mode angreifen. Pass auf, hast du eben noch gesagt, schleichen. Ja. Da habe ich gesagt. Versuche mal, den Sneaky zu machen, beziehungsweise ich renne einfach durch. Scheiß drauf. Das sind eh nicht die hellsten NPCs, ne? Da kann man auch einfach mal durchrennen. Optionale Missionsziele nicht in Kämpfe verbeginn lassen. Das klappt eh nicht. Ja, ob das klappt? Ich versuche es mal. sind sehr, sehr viele Wachen gerade um mich rum. Soll man keiner auf dem Dach ist, könnte das sogar klappen, was ich vorhabe. Vorausgesetzt, man fliegt nicht gegen eine Palme. Ach, komm schon. Ach. Das mit schleichen, das geht nicht. Wie man sieht. Boah. Ja, hey. Wie lange kann man denn untertauchen? Ach so, man hat in der Mitte so eine Sauerstoffanzeige. Ist auch eine Option, ne? Wie er schreit, als wenn er in Lava gefallen wäre. Das ist hier, keine Ahnung, Süßwasser. Kein Salz. Das ist nicht mal Salzwasser, Mensch. So. Kommt der hier hoch? Nee, ne? Ich komm da nicht hoch. Noch. Ach, das ist der Chef, äh, der Chef, der Kapitän von dem Schiff, was man eben nicht angreifen konnte, sollte, bei Level 60. Wer, wer sieht mich denn jetzt? Oh, fuck. Welcher hat er dort gerade reingepinket und war entsetzt, an der Stelle reinzufallen? Das kannst du haben. Würde ihn ja gerne so auf Attentat jetzt holen, ne? Julien Ducasse. King Julien, oder was? Ja, komm, es bringt nichts. Rein da. Geschenk? Es macht sich wirklich gut. Fieste Pütter. Kühlen wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Oh, dreht ihn um. Doch ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. Ich bedauere dich, Bokani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, klebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. War der am Anfang nicht ein Kumpel? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm und das Ausmaß der Unwahrung zu begreifen? Aber nicht die I wanna tie. Das muss ich mir ja nochmal angucken. Ach ja, am Anfang geht man sich ja noch als Templer aus. Also war schräg genommen von Anfang an schon ein Feind. Wo man noch beim Gouverneur am Anfang war, in Nassau. Oder auf Nassau. Ist ja eine Insel. Eis. Kann ich jetzt das Schiff benutzen? Das wär cool. Aber ich glaub nicht. Meine eigene Schalluppe. Nope. Das wär wieder zu einfach gewesen, ne? Gefühlt das beste Schiff im Spiel. Hey. Runde. Ich sag grad, dass Sie sich abmelden. Also wollte ich Ihnen was geben. Wer auf Salat zu machen, hab ich auch gedacht. Wir verleihen Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Sind ganz nett. Es gibt ja sonst keine... Edwards Rache. Ich habe schon ungefähr elf. Oh. Gibt noch bessere Schiffe? Hm. Natürlich. Richtig aus. Nun, Olivier will Sie wohl kennenlernen. Wie aufregend. Kein Wohl verstanden. Oberstes Stockwerk. Nicht wert zu finden. Aber der Rest des Gebäudes ist für Neulinge verwirrend. Deshalb hat unser Tool-Team eine tolle Karten-App entwickelt. Auf Ihrem Kommunikator. Ich habe Olivier's Büro schon eingegeben. Das findet ihr gleich. Ich wollte noch was nachgucken. Das wollte ich letztes Mal schon. Ist das hier Ezio? Oder ist Edward? Das ist nicht Ezio. Habe ich verkehrt gesagt. Aha. Ich weiß, vielleicht ein Dutchman Black Pearl. hast recht gehabt. Ich dachte erst auf den ersten Blick, das wäre Ezio. Hast mal wieder recht gehabt. Mann. So, ein Fahrstuhl steuern wir mit Tablet. Wohin? Ezio, der hat schon lange ins Boot gebissen. Ja, 200 Jahre vorher, glaube ich. der Ezio spielte man bis 1519 und Black Pearl, äh, Black Pearl, Black Flag fängt, glaube ich, irgendwann 1712 oder so an. Ja, weil du Black Pearl geschrieben hattest. Es heißt inscriebe Black Pearl. Enmerphiel, La Dama Negra, El Impoluto, MSH Prince und die Brothers in Arms, die vier legendären Schiffe. Wien. Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Okay, ich piepst dich an, wenn du fertig bist. Da bin ich ja gespannt. Ich muss dich um was bitten. Aber fahren die so, sind das irgendwie Story-relevante Schiffe, dass man die trifft oder fahren die irgendwo auf der Map so rum? El Impoluto ist mein Hass-Schiff, alle anderen sind easy. Ah, hat man schon Favoriten. Schuhe? Ja, wenn die Tür aufgehen würde, tatsächlich würde ich... Ah, immer meckern, das klappt. Was war denn das für eine Handbewegung? Solange du mir nicht ausdrücklich befehlst, es aufzugeben... Werden dir angezeigt, musst dafür Urgen, beziehungsweise... Ach, Forz. Forz ein dem. Okay. Um rechts und links sowie unten rechts und unten links angezeigt. Okay, werden dir auf jeden Fall angezeigt. Aber kann man die nur plündern oder auch selber fahren? Wir besprechen das alles bei der Aktionärssitzung. Ja, wie unhöflich. Hör mal auf zu telefonieren. Ich stehe hier. Mann. Nur plündern. Aber das lohnt sich bestimmt. Mach's gut, Letizia. Lass zu dem Erdboden gleich machen. Naja, eigentlich eher den Meeresboden. Sie sind beschäftigt. Also, ich habe Ihre Daten überprüft. Ziemlich starker Tobak. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeilen, um es familientauglich zu machen. Geben wir doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Das sieht aus wie bei SimCity, ey. Was ist das denn hier? Eine schöne Stadt, nicht? Naja. Die wieder Sequenzen. Das betrifft diesen Ort namens Observatorium. Er wurde bereits mehrmals in Ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden. Aha. Wenn es nach mir ginge, ist die Mühe nicht wert. Aber ein paar hohe Tiere von Abstergo-Industries legen viel Wert darauf. Also, folgen Sie allen Hinweisen und hoffentlich können wir da... Oh! Das Telefon. Da muss ich rangehen. Und gleich wieder Plump. Ich wusste es. Alle, Bonjour. Oui, oui, oui. Eigene Animus Workstation erreichen. Okay, bestimmt wieder Fahrstuhl fahren. Diese echt... Die Real-Life-Sequenzen weiß ich nicht. Ich würde lieber so einfach durchdaten in der Karibik. Hi, John aus der IT noch mal. Hast du eine Sekunde? Gut. Ich setze einen Wegpunkt auf deiner Karte. Also, eine Kollegin von dir ist seit heute im Urlaub und hat vergessen, dass sie mir noch ein Video schicken wollte. War ich auch so warm heute? Ich habe erst mal Wasser, Eis, Gold auf Masse. Ganzes Gefrier verfolgt. Ich habe gehofft, du hilfst. Bonjour, Madame La Baguette Rekommand. Ah. Ist ganz einfach. Du gehst nur zu ihrem Animus rüber, loggst dich ein und überträgst die Datei. Easy. Und beeil dich bitte, bevor ich einen Grund finde, dich auch zu hassen. Wie frech. Wie frech. Verschlossen. Du bist mit einem vier legendärische für 60.000. Oha. Das ist schon was. Missbrauche sie nicht. So, jetzt haben wir Sicherheitsfreigabe Stufe 1. Was muss ich hier machen? Hä? Die Brothers in Arms sind zwei Schiffe. Da musst du taktisch spielen. Warte mal. Was ist denn hier Was muss ich hier machen? Warte, ist das jetzt richtig? Betty. Betty. Ich habe für alles, was du findest, eine Datenbank angelegt. Gehe in den Bereich meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Das grüne Feld gelang, ja. Aber warum eine Umfrage, Betty? Durch eine Firewall versteht sich. Was für eine Umfrage? Wie willst du daraus eine Umfrage machen? Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fischer Case über das Projekt in Dasmant Miles. Das Subjekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten es bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank eine Umfrage kriegst du trotzdem. Eine Umfrage Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. So, kriegst du trotzdem eine Umfrage. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Ja, der ist mein Meiz, natürlich. Hat der die Umfrage gemacht oder habe ich schon wieder irgendwas? Habe ich gefettfingert? Ja, hat sogar geklappt. Entnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit... Du wolltest bestimmt statt Umfrage wolltest du Text zu Speech machen, ne? Das wolltest du bestimmt machen. Muss man kurz überlegen. Was musst du denn hier jetzt machen? Ja, achso, okay. Es ist auch zu warm heute. Ist wirklich so. Also theoretisch sind alle hin, weil die Desmet-Miles-Modelle sind Klone, wenn ich mich richtig erinnere. Hätte ich einfach nicht fit im Kopf, ne. Das ist auch... Wir haben jetzt auch nur ein Glas für die Zugphase, aber wenn wir da so Sequenz kommen, hol ich auch jetzt mal noch... Die Tablette ist schnell anstrahend. Also Kopfschmerztablette wahrscheinlich, ne? Das ist aber bei so einem Wetter echt meistens wohl zu wenig getrunken, ne? Das ist illegal. Naja, deswegen stand ja auch gerade Subjekt 17. Du Paracetamol. Na gut, ich spiele mich mal weiter hoch in der Weltrangliste in das Hassel's Creed. Viel Spaß, viel Erfolg, ne? Mache ich auch irgendwann mal. Ja, Flex. Herrlich. Wie arrogant. Nein. Dein Kaffee ist scheiße. Nein, nein, nein. Zu den Hennen? Aufstehen trinke ich. Ein Liter Wasser. Oha. Inselaffe. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Einen Tag habe ich auch noch zwei Flöschchen getrunken. Ja, muss man auch, ne? Okay, das sollte reichen. Aber man tut sich irgendwie... Also, ich tue mich immer schwer. Ich trinke meistens den Haufen, wenn man schon Durst hat. Man muss so eigentlich nebenbei immer was haben. Das ist Kaffee mehr. Wenn ihr wüsstet, welcher Platz, dann würdet ihr denken, boah, voll da Spaß. Aber kommt ja... Hast du ja dafür auch gelevelt, ne? Hervorragend. Du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Ich versuche ja auch immer Weltrangliste 1 bei Mario Kart, aber... Freitag ist übrigens wieder kein Stream, nämlich wieder auf dem Mario Kart-Tourn. Tatsächlich. Fällt mir gerade ein. Aber ich fahre wahrscheinlich nicht mit, weil ich ja das mal gewonnen habe. so auf Unflex, dass die anderen auch mal eine Chance haben. Heißt, Freitag gibt's keinen Stream. Dafür Samstag wieder umso länger. Also ich habe jetzt die letzten vier Vlogs habe ich Mario Kart gemacht. Also irgendwann reicht's, glaube ich mal, ne? Wenn immer dasselbe kommt... What? Support. Hatte ich gerade Support gemacht. Immer noch Pizza im Kühlschrank. Und wann hast du denn mal keine Pizza im Kühlschrank? So Pizza-Master. 140. Ich kann jetzt aber leider nicht einschätzen, wie gut das ist. Wie viele sind denn in der Rangliste? Die Rothaarige will ausziehen. Also jetzt aus der Hütte, nicht von den Klamotten her. Das geht nicht. Mit mir. Genug verdient? Diese Arbeit war gottverdammte Ausbeuterei. 348.700 und den Platz 140? Das war aber krass. Schon gut. Wenn du jetzt gehst, Caroline, wirst du nie wissen, was hätte sein können. Caroline! Hold up. Caroline! Okay. Hätte ja sein können, dass das offizielle Ranglistenzahl ist. Aber so um den Dreh, es gibt ja nicht wenig Leute, die das spielen oder gespielt haben, ne? Über 15.000. Das ist aber schon mal ein Unterschied, ne? Zu 348.000. Wie fandst du eigentlich Samstag Codenames, Phil? Ich glaube, das hat dir auch Spaß gemacht, oder? E-Fact-Split geht los. Ach. Ja, ich habe die letzte Season ja komplett was ausgelassen. Mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar mein Vibe, hierher zu kommen. Das Vibe. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Und Caroline? Die verließ mich vor einer Weile. No Pratt, no Bad. Ich kam etwas überrumpelt vor, aber an sich, ganz cooles Spiel, an sich, wenn man... Ja, man braucht halt ein paar Runden, ne? Hast du ja gemerkt. Das Weibchen. Das hört sich süßer an als das Weib, ne? Das Weib hört sich immer so ab, werden dann. James Kidd folgen. Wer ist James Kidd? Er hat wieder so eine Landmission, aber ist auch mal gut. Aber ist das wieder so ein Verfolgungsding? Ist der denn? Okay, wieder so durch den Dschungel verfolgen. Kannst du übrigens auch gucken, wo du stehst? Aber ich habe ja noch die online gespielt. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Version, die ich hier spiele, ob die überhaupt Online-Modus hat. Ich glaube, hat es nicht. Also wir haben Lebensfoto. Dann müsste man das im Hauptmenü gucken, ne? Wahrscheinlich. noch etwas, was du über James Kidd wissen solltest. Hau raus! Habe ich eine Höhle. Komm her, Mann! Um Himmel! Kommt man denn auf Daten und anschließend auf Essen lässt. Okay, das gucke ich mal nachher. So, was geht ab? Hier ist doch jetzt so eine Tempelruine, ne? Ich wusste, was ich da machen kann. Rätseln? Ich glaube, eh nicht so. Ne, da bin ich auch nicht sicher. Hm. War das nicht irgendwas mit einem Adlerauge, was man gleich machen muss bei diesen Anlagen? Konzentriere dich auf all deine Sinne. Sehe dich Schall und Schatten. Tief in die Materie. Bis du etwas siehst und hörst eine Art Schimmer. Bei den Schimmern. Du verstehst mich? Ich denke, ja. Hier ist doch so ein Schimmer oben drauf. Ein Leuchten wie das Mondlicht auf dem Meer. Meint ihr jetzt das? Ja, ich kenne das Gefühl. Aha. Richten sie die Form an den vorgehobenen Objekten aus? Ah, okay. Sowas hier. Das war jetzt das Rätsel? Nein, oder? Ganz hoch, ganz hoch. Herberuhigt euch. Ich hab's doch schon. Alle Männer und Frauen auf dieser Erde verfügen über eine tief verborgene Intuition. Warte, da ist noch ein Schenty. Krieg ich den? Komm her. Mann. Ja. Wo die immer dieselben Lieder da pfeifen. von lebenden und vergangenen Wesen einen Rest ihrer Lebenskraft. Schatz ausgraben. Machen wir den gut, Digga, wa? Das erklärt dir was und dann blättert dich. Hat dir was Wichtiges erklärt? Es war kein Blatt, es war eine Musiknote. Ne, ein Notenblatt. Wenn du sie alle findest, führt es dich zu etwas Großem. Wie viele? Ein paar Dutzend, glaube ich. Hier lang. Wahrscheinlich war es wieder wichtig, was sie erklärt hat und ich... Ja. Ach, Mann. Right for Tuga? Oh, Aufnacht for Tuga. Ach, hier sind jetzt noch diese anderen Maya-Steele. Okay. Die muss ich jetzt nicht machen, oder? Das ist eine, die das mit James Kidd soll und Maya Reed. Nimm, was du kriegen kannst und gib... Warte mal, hier ist noch eine Truhe. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts zurück. Kennen wir doch. Wieso macht er die denn jetzt nicht auf? Jetzt. Smaraddo-Ringe. Das ist der Stoff aus dem Rätsel. Nicht noch mal Rätsel. Wie schnell ist die denn? Ich renne schon. Das klingt echt so, ne, Phil? Müssen wir mal eingeben, vielleicht gibt es das ja. Das hört sich echt so an. Sehr viele Geheimnisse. Ei, und sieh hier. Eine solide Treppe, die Gott weiß, wohin führt. Was glaubst du erwartet uns da oben? Tja, gucken wir mal. Wolf Betschi. schon 14 Monate am Schluss. Besser Mann, ne? Hab grad schon erzählt, Freitag gibt's keinen Stream, da sind wir wieder auf dem Mario Kartonier. Die eine oder die keine? Wir haben die Verbindung verloren. Warum? Oh, herrlich. Dukas ist tot. Und wir haben sein Schiff, aber ich kann's nicht fragen. eigentlich auch streamen, aber schafft wohl nicht mehr. Und du? Röcht die doch an, die könnte wirklich Star werden, wird mehr verdient als wir. Wobei Piraten, wenn die ordentlich geplündert haben, haben die bestimmt auch gut, guten Schnitt gemacht. Das sind jetzt wieder so Templerjagd. Ach, A, Edgewinn Mittel. Aber es hat jetzt nix mit den Auftrags, äh, Assassinen-Dingern zu tun, ne? Es ist wieder was anderes. So wie es scheint. Und dann kriegt man hier so ein Special, eigentlich ne Ego-Ansicht, ne, ne? Tagieren. Ja, ich weiß, ich hab nicht genug Schlüssel. Dann kriegt man das Outfit, ob das denn auch gut ist. Amos Templerjagden beenden, die Templerrüstung zu bekommen. Aber will man als Assassinen eine Templerrüstung haben? No way. Doch kein Sinn. Vielleicht gibt's ja noch Altaias-Rüstung. Und schon beim Wissen, wo du stehst in der besten Liste? Ja, irgendwie auf dem letzten. Ich hab so noch nicht online, ich hab ja nicht einmal online gespielt. Weißt du? Ja, mit 50.000 kannst du es haben. Du sollst ja einfach rausgehen und er klettert wieder so. Unwitz. So, wo ist denn jetzt? Ich würde noch gerne den Turm hier aufdecken. Wahrscheinlich, ne, da komme ich wieder nicht mehr hoch. Ab aufs Schiff. Ja, ho. Setzt er sich da erstmal aufs Schiff rauf. Verdammt, die war gar nicht auf dem Schiff. Ja, so typisch, ne? Das ist nur für den Einzelspieler-Modus, das ist nicht für... Ach so. Nee, Stürdeberg habe ich noch nicht getroffen. Aber Ketten morgen. Oi, oi, Ketten. Du willst uns verlassen? Diese Bucht passt besser zu dir, Edward. Besser als dieses Kostüm jedenfalls. Oh, nun komm schon. Wir sind Piraten. Wir sind Piraten. Wir sind wir, wir wollen. Freie Männer. Doch das passt nicht zu dir. So bist du doch gar nicht. Wie bin ich denn? Das ist doch schwer zu sagen. Eins ist sicher, du magst gefährliche Präsen. Wie das Observatorium? Ich glaube, du weißt mehr darüber, als du in Nassau verraten hast. Das ist dir aufgefallen, ja? Ich treffe mich bei 20 Grad, drei Minuten nördlicher Breite vor der Küste Jukatans. In ein paar Wochen kann ich dir dort was Hübsches zeigen. Irgendwie kommt man die ein bisschen suspekt vor. Ah, okay. Upgrades, upgrades. Das war schon 11.000. Doch so ein Schmied mäßig müsste man auch mal finden. Richtig auch cool, ne? Ich brauche Geld, um meine Schiffswerft zu errichten, Käpt'n. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. Ich soll für ihn jetzt eine... Ich habe den Laden des Hafenmeisters. Ja, komm. Kriegt dadurch auch Steuern wie den Vorgängern. So auf Einkommen. Hier ist jetzt Doror von Mäusler. Was darfst denn heute sein? Ja, so Jackdaw Upgrades. Rufen, verkaufen. Was kann man denn kaufen? Aussehen ist doch schwachsinnig, ne? Das tut ja nichts zur Sache. Oh, da fähren wir jetzt Holzplanken oder was? Ja, Kanonen. Hier nach vorne schießt man eigentlich nicht so oft. Der Ramm-Sporn. Der Rundkugel, das könnte wichtig sein. Oh, aber ohne Scheiß. Wie teuer sind denn die Upgrades? Wenn man jetzt komplett... Alter, da brauchst du richtig Geld. Kommen Sie in der Hauptgeschichte weiter. Ja, die Tauchglocke gibt es tatsächlich noch gar nicht. Ja, für Rumpfausbau brauche ich mehr Holz. Mit Seitenkanonen. Alter Falter, ich muss mehr Schiffe plündern. Die Kugeln sind gut, ne? Da würde ich mal die Kanonen sehen wie von vorne. Soll ich die upgraden? Sind eigentlich nach vorne schießt man echt selten. Die Hecke der Rundkugeln, das werde ich machen. Ja, komm. Wieso kann ich das nicht machen? Ach, man muss immer... Ah, hör mal! Moin Daddy. Man muss sie immer Stufe für Stufe upgraden, wie es scheint. Ah, wie geht's dir, Senor Dani? Na gut, bis dann muss ich eigentlich weiter machen. Ja, dann viel Spaß. Viel Erfolg. Auf das du noch Level 100, nee, Rangliste 139 kommst. So, Stärke des Ramm-Sporns. Ramm mache ich eigentlich auch so. Ich will nie. Ich meine, ich kann doch noch verkaufen. Fracht. Die Fracht, warte mal. Das sind die Tier-Sachen. Hm. Ja, warum ist der Rump weg? Warum ist der Rump andauernd alle? Ja, der Rump ist in den Kugeln. Munition der Ejector auffüllen. Feuerfässer. Ja, das ist auch nur, wenn man nach hinten schießt. Beziehungsweise so wie Art Miene. Rumpausbau wäre wichtig. Ist auch, aber da fehlen mir die ganzen A-Kanonen, ey. Bei 12.000 Einmal auch Kettengeschosse. Wird hier nochmal upgraden, tatsächlich. Ist gut, um die Segels kaputt zu machen. Ja, Mörser habe ich noch gar nicht. Nehmen wir mit. Oh, das ist auch, das ist auch wichtig. Schwere Kugeln. Schwere Kugeln riechen auf kurze Distanzschäden an. Kurze Distanz. Aber 120 Schaden, wenn ich die jetzt kaufe, auch 120. Die nächsten 180, die anderen. Ja. Mörser, Mannschaftsquartiere. Oh Mann. Harpun. Hager für Harpun. Ja, okay. Wir lassen das erst mal mit ab. Die Macht. The Force. Wow. Einmal erschrocken, ey. Ja, ja. Geh mal essen. Mach mal. Viel Spaß. Guten Hunger. Die Macht der Rumkugeln. Daher kommt das mit den Rumkugeln. Jetzt macht das Sinn. Punkt. Ja. Also, man kann die Städte hier upgraden. Halt die Taverne in Edward's Versteck auf Great Great Nagua frei. Ja, aber was bringt mir das? Da könnte ich denn ja wahrscheinlich wieder Mannschaft anheuern, ne? Aber so, dass ich dadurch Einnahmen habe oder so? No way. Das ist nur Geldverschwendung. Hä? Da ist eben gerade einer aus dem Wasser gekommen, aber das ist ja wieder weg. Naja. Guten Tag, Käpt'n. Was können wir denn hier machen? Ausrüstung wechseln? Schaden. Schaden 3? So, hä? Warum habe ich das denn nicht? Kling der Toledo? Alter, warum habe ich Alter, ihr Schwert? Ohne Scheiß. Ezio Schwert? Warum habe ich das? Ach so, es ist Ubisoft Club. Moment mal. Jetzt das ausgerüstet, ne? Ja? Ja. Stolen. Ja, okay, die muss man alle kaufen. Die hat man noch gar nicht. Also raus hier wieder. Geh da doch mal hoch, Moment. Ja, den See stechen. Warum fährt man denn nicht selber raus? Normal kann man noch selber denken. Ach so, dann kann ich die Upgrades auch an diesen Schiffsmodellen wahrscheinlich machen. Wir haben einen Haufen Seekarten und Lockbücher und dergleichen in diesem Dorf gefunden. Sie liegen sortiert in der Kapitänskajüte der Jackdorf. Echte Wertarbeit. Seekarten und Lockbücher? Könnten hilfreich sein. Ja. Und wir entscheiden eine eigene Flotte zu bauen. Das dachte ich mir auch, Captain. Sieh es dir mal an und sag mir, was du denkst. Ich war doch gerade in der Kajüte. Jetzt muss ich da wieder rein. Und Canvays Flottenkarte interagieren. Ach. Sag bloß. Canvays Flotte. Uff. Wählen Sie eine Route, beachten Sie dabei das Risiko. Ach, man kann die auf Mission schicken oder was? Wählen. Anders Pride, Santa Luiz. Wie viele Schiffe habe ich denn? Drei. Okay. Okay, das Schiff ist deutlich besser, ne? Volksaussichten 96. Ja komm, das reicht ja. Das ist wie die Assassinen in den Vorgängern, wo man die auf Mission schicken kann. Wer es ausschaut. Erfolg. Ja, das ging jetzt aber schnell. Dann freigeschaltet. Charlestown. Ah. Könnte auch eine Seeschlacht machen. Okay. Aufsichten. Ja komm, der hat 100% Abfahrt. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger. Können wir da noch eine Mission annehmen? Ja komm, du machst die. Das ist ein bisschen verwirrend gerade, aber da muss man sich reinfuchsen. Sind Sie sicher? Ja. Da macht er rumkugeln. Wehe, ein Schiff geht drauf, ne? Was ich gerade losgeschickt habe. Was ist das denn? War das gerade? Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Priesen einbringen, wird die Crew es schon versetzt. Ich weiß nicht, dass das jetzt Ricksstufe 20 machen wir. Ich brauche für die Upgrade ich brauche Holz und alles. Alles. Verkehrtes Geschütz. Wir können auch Mörser auf große Empfehlung abfallen. Halten Sie Ecke drückt und Mörser ziehen muss. Ja, ja. Okay. Mörser. Reingang. Ja, da müsstest du den auch treffen, ne? Feier! Öffnen die Hauptengel! Feuer! Wir haben getroffen, Sir! Oh, der wäre rammt, der wäre rammt. Ich bin da hin, Sir! Feuer! Oh, war das knapp. Hinter dir! Feuer! Mörser. Wieso kann ich denn... Ach so. Feuer! Feier! Jetzt kriegt er mich. Ah, fuck. Scheiße. Scheiße. Wir sind verschädigt. Feuer! 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 Ah! Reiz zu feiern! Feuer! 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 Ja, auf große Distanz ist aber gerade nicht. Feuer! wir nicht ganz kaputt machen wie die natürlich entern ja oder auch mal ramm jetzt kriegen wir sie an diese runde gehe ich mal wieder rüber ist auch noch nicht nahe genug Diese Pirates. Ah, mit seiner Axt, ne? Die kriegst du immer nicht. Träger. Bamm. Oh, der hätte ich den Konter machen müssen. Definitiv. Und über Bord. Aber es hat sich gelohnt. Wieso kriege ich denn kein Holz? Ich brauche Holz für besseren Rumpf und so. Aber Holz? Kein Holz da. Verstehe ihn nicht. Muss man sie dafür doch versenken. Wir haben Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Ja. So, mal kurz gucken, wo man hin muss. Eventuell hat man ja eine Schnellreise hin. Was ist das? Ah, das ist so die Insel, die ich eingenommen habe. Gibt es hier Ruhe? Aber wo muss ich jetzt hin? Hä? Also, ich da bin. Es ist der halbe Tag rum. Ist hier was in der Nähe? Äh. Aber keine Schnellreise möglich, ne? Scheiße. Hier. Kehrung setzen, zoom, zentrieren, die Gänge schwenken. Wieso geht denn keine Schnellreise? Check ich gerade mal wieder nicht. Hier könnte ich... Doch, hier könnte ich Schnellreise machen. Hier nicht. Warum? Vielleicht hier. Ja, schon mal etwas näher dran. Etwas. Natürlich wieder zum... Ich könnte mal versuchen, so eine Burg oder so ein Fort einzunehmen. Das in sich stechen. Ja. Kann ich jetzt selber steuern? Ich würde mit Freuden die Briten zurecht stutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Jetzt wieder so ein größeres Schiff, wie es scheint. Denn... Aktivitäten... Geld gewinnt. Sollen wir versuchen, das einzunehmen? Auf Krampf? So. Hier hätten wir noch so ein Inselstädtchen. Machen wir. Ja, nee. Und was willst du? Aber er muss hier auf Distanz schießen wahrscheinlich, um das einzunehmen. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es nicht schaudert. Ich soll den Terpenschen beitragen. So, die Befürchtung, das ist nicht einfach wert. Ich setze Kurs auf Tulum. Und schicken wir sie in die Hölle. Oha. So, die Befürchtung, das geht gleich mächtig schief. Feuer! Nachschub von Beeilung! Feuer! Ich glaube, das wäre nichts. Mit einem Mörser rauf da. Das ist halt. Ja, das hat sogar gut getroffen. Kanonen sind bereit. Feuer! Feuer! Gehen wir rein! Okay, eins von sieben kaputt. Kanonen sind bereit. Feuer! Auch im Lunden bei zwei und drei. Feuer! 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 Ich würde das einnehmen. Ruhig halten, Held! Feuer! Hier tun sie mich für dieses Monster-Garab. Oh nein. Oh nein. Oh nein. In eine Blut-Taufe. Feuer! 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 Verdammt, ihr Ring lockert sich! Feuer! Feuer! Das sieht gerade nicht gut aus. Feuer! Keine Schwungerung. Feuer! 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 Mehr Wirdswasser! Los! Feuer! 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 Mein Schiff ist fast freud. Feuer! 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 Oh! 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 ach du meine güte vier von sieben zerstört er das sieht echt nicht gut aus weil mein schiff fast kaputt es ist mein schiff ist kaputt ich habe schon vier von sieben beteiligungssachen kaputt gemacht also anscheinend mein schiff noch nicht stark genug toll also war wieder fernlos geschäft ist ein schöner tag für allerlei unsinn was sagt ein bauch ich würde mit freuden die briten zurecht stützen das ist sofort angreifen das ist das mein schiff noch nicht gut genug für das hat keine sinn das isla dill bla bla schwert war immer so ein wald fang und was willst du da jetzt nicht hin jetzt greifen sie wieder an soll das doch noch mal versuchen so weit kann ich gar nicht schießen ich setze kurs auf die luft das ausweilen das bringt so nix zwei metall bekommen das ist ja auch für eine reichweite haben ja der sturm verfolgt mich gefühlt auch die höchstens mitten mörser auf distanz scheiß drauf angriff das ist ob das jetzt was bringt was ich mache er ist zu stark keine chance und in den nächsten sturm das kann es nicht sein jetzt wollte ich nicht mal das fort angreifen jetzt gehe ich trotzdem drauf habe ich muss ja da dran vorbei und zum nächsten story punkt zu kommen toll ganz toll gemacht das ist ja auch kein punkt in der nähe für eine schnellreise funktion ich muss ja da vorbei ja und hier ist noch eins ich finde auch irgendwie was das für eine stärke hat natürlich jetzt noch mal ich muss da dran wenn wir an ihr gold kämen um es für uns selbst zu nutzen wäre ich ein glücklicher mann wir sprachen wir eigentlich so reicht der mörser soweit und was willst du tatsächlich jetzt ist der mörser alle scheiße er hat ja keine munition mehr aber er hat eine arme ins gewissen zu reden das ist die schau zu ein scheiß ich versuche es nochmal das blöde fort einzunehmen ist jetzt auch egal aber jetzt try ich muss dich wieder in sturm geraden das sturm verfolgt mich ja gefühlt was ist das für eine logik ah ja das kann es nicht sein also wer folgt mich der fucking sturm ja jetzt haben sie mich gleich wieder tot da kommt der sturm wieder zu mir jetzt zieht ganz da kommt der sturm wieder zu mir warum auch immer das wert nix das wert nichts ja das ist keine chance vor allem man muss an der festung vorbei weil der nächste story punkter ist das ist die empire strikes back kann ja auch nicht so weit fahren ich habe es auch keine mörser mehr das könnte ich von hier schießen jetzt wieder mörser munition ein ja die schießen ja jetzt schon auf mich ja das ging voll daneben ja ich muss dran vorbei das wird nix die festung einzunehmen ja ich sehe mich auch immer treffen die hunde nix muss auf feige dran vorbei gucken was das die festung für eine reichweite hat boah wo ist der verfluchte pulverasse wir dürfen nicht in dieses monster geraten ne vor allem hier ist schon wieder ein sturm boah rechts an vorbei steuerbord ich bin schon wieder im sturm geraten es ist kein schönes karibikwetter das ist müll jetzt bin ich aus der reichweite ja boah also die taktik mit dran vorbeifahren klappt nicht mal gucken man kann doch irgendwie so walfang machen ja das gibt bestimmt fettkohle wo ist der wahl und jetzt hier ansehen das war's für die ja und wie macht man das ja und wie macht man das macht man das das so eine gute idee ist Ja, abgetroffen. Ja! Ey, treff doch! Der Bachter hat das Seil zerrissen. Seht ihr was? Woher ist sie? Da kommt er, da kommt er. Er nähert sich an Backbord! Ich hab getroffen. Der ist gefährlich! Ist er denn schon wieder? Kommt er, kommt er. Da ist er! An Backbord! Sicher das Seil! So ist gut! Mach dich nur müde! So treff ich ihn mal wieder nicht. Ich treff einfach nicht. Das Seil ist gerissen! Hat das jemand gehört? Das ist so schwer. Wo bist du? Er nähert sich an Backbord! Ich hab doch getroffen! Vorsicht Gott! Selbst das schaff ich nicht! Scheiß auf den, ey! Ist ja unfassbar, ey! Hat der ein Glück! Hat der ein Glück! Und ein Schiff drücken! Nehmen wir mit! Ohne Scheiß! Um das Schiff auf 100% Upgrade! Wie viel Rohstoffe braucht man? Und wie viel Geld? Ist zu heftig! Ich bin jetzt gleich zum nächsten Story-Missionspunkt geschafft. Nichts ist wahr! Alles gelogen! Nichts ist wahr! Mal wieder James Kidd aufspüren! Jetzt mal was ganz Neues! Richtig Breaking News! Wie viele Wachleute sind hier? Wie jetzt? Die Synchron... Das ist echt... Das Spiel macht mich heute fertig! Wenn eigentlich schon warm genug wär! Nein! Nur so eine stressige Mission hier! Echt jetzt! Ich bin der Meinung, in dem Spiel gab's auch Heil! Zack! Oh! Das ist... Was ist... Weiß ich was heute... Das ist unfassbar! Kann er denn an den Gegner vorbeilaufen und dreht sich nochmal um und haut denn? Das ist unkonzentriert heute! Was ist denn los hier? Oh Mann! Ich freue mich auch! Einmal verstecken! Unentbleiben! Unentdeckt bleiben! Ich kann ja niemanden töten! Weil... Ja... Er hat ihn jetzt nicht gekillt! Jetzt komm ich da noch weiter hoch! Oh! Oh! Ist die passiert! Uff! Komm ins Gebuusch! Shit! shit so bei die route komme ich dann niemals unentdeckt hin niemals ich sehe steht da oben wahrscheinlich drauf da ist auch noch einer ich schreibe ich muss ich gerade konzentrieren nein hier kann man nicht letzter werden verfolgt er mich auch noch einmal konzentrieren ich will das nicht schon wieder von neu machen der haut ab das ist gut er kommt zurück willst du den hin rennen ja also man muss hier gerade schleichen und wie man weiß schleichen ist nicht meins ich könnte so eine bombe werfen eigentlich das ist so eine rauchbombe ja geht er hoch geht er hoch uiuiuiuiui das ist der wegpunkt vielleicht speichert er ja denn da das ding ist bei solchen stellen muss man geduldig sein genau das kann ich nicht ist vorbei jetzt go hat er gespeichert nein hat nicht gespeichert speicher doch mal jetzt speichert er ist über die bäume wird wieder entdeckt wahrscheinlich nein er guckt er guckt ist ja nicht ob das klug ist über die bäume zu gehen nein nein ich werde entdeckt ich sag ja schleichspiele der geduld und konzentration mann es ist wieder ungeduldig meine fresse ja oder wir schon wieder entdeckt zu weit gegangen bin ich habe gar nicht gesehen wer das war ehrlich gesagt irgendwie wird mir das gar nicht mal angezeigt wer das macht ich mir jetzt hinter die schleichen komm her jetzt wenn er nicht hört woher das gefeife kommt jetzt kommt er jetzt kommt er und zack wie soll ich die denn umgehen nein der er guckt soll ich mal diese rauchbomben testen entziehen die mich nicht sagen das wird zu einfach geduld und konzentration dann klappt es auch mit dem scheiße natürlich kommt er direkt zu mir ist ja wieder mehr wie soll man sich da konzentrieren genau und gleich eine dreiergruppe vor mir das wird nix i play games without in game music for in my mansion will assassin groups be enjoyable no i think it won't be enjoyable and thanks for your follow ganz kurz nach dem stream vielleicht paar runden pfurt dings bums oder starhunters ja aber ich brauche es ich muss ja dennoch let's play fertig schneiden so ich mache so bis 21 uhr oder so mal schauen das dauert halt immer wie soll ich ernsthaft wie soll ich hier vorbeikommen muss den irgendwie kriegen sie werden natürlich gleich die gleiche sehen ja das war es glaube ich das war klar dass das passiert ich wollte mich fragen ob es noch möglich wäre ja oh das ist wieder so eine stelle jetzt wie soll man da weiterkommen wahrscheinlich spiele ich das spiel wieder verkehrt vielleicht können die jetzt rechts nicht weg machen das wird er sehen ein oder wobei es war jetzt gar nicht so verkehrt dass sie mich gesehen hat was passiert dem welcher ist einfach eine bombe schweiß oh muss die irgendwie trennen sonst oh jetzt habe ich zwei angelockt scheiße das ist ein krokodil habe ich gerade gesehen das ist ein krokodil deswegen wahrscheinlich nicht durchs wasser gehen oder was dummes da ist krokodil nein ich habe wegziehen jetzt wieder auf durch wasser gehe ich wahrscheinlich lieber nicht denn muss eigentlich auf der anderen seite rüber es ist denn jetzt wieder passiert und das ist gut die mich frisst was ist denn jetzt schon wieder was ist was ist jetzt wieder passiert auf das krokodil mich auch nicht sehen oder was es ist schleichspiele das ist echt weiß nicht ich sollte es lassen wieder alles neu machen und es gibt im grunde auch so dieser punkt wo du einfach gar keinen bock mehr ist wo bombe eben aufgeklappt jetzt nicht das kann nicht wahr sein machen wir einfach mal die ganz dumme taktik hier schießt hier einfach um was passiert ja das hat man sich denken können oder als ich muss echt irgendwie an ein vorbei kommen um gesehen zu werden ja komm mal her die bleiben ja das stehen da gerade aus durch mit mal vielleicht da längs doch da links und mit dem weg und ich versuche den weg besser gesagt die route ist glaube ich noch schwieriger jetzt kommt er wieder zurück ist auch ein bisschen assig auf sneaky ist gar nicht mal so schlecht was ich ja das mache der darf mich jetzt nicht sehen wenn ich darüber springen will wenn du wirst nur fahren ab geht's irgendeiner hat mich gesehen die sich um ist irgendwo das ist ein scharfschütze das kann noch mal ein dezentes problem werden ist auch noch einer diese kleine müssten und wieder von neu moment habe ich jetzt woanders ach ich bin hier oben ist ein safepoint jetzt kriege ich sie bamm du gehst du mal hier nochmal auf den sack jetzt gesehen so halb hier zu finden muss jetzt da längst ne aber es muss die sich umdrehen ziel gefunden kann man jetzt auch so halbwegs durch rennen keine wachen mehr boah ey was für eine mission wir sind dann etwas dran ich spüre es wo ist der assassine duncan walpole tot und begraben nachdem er mich umbringen wollte wir betrauern seinen tod bestimmt nicht doch ihr wollt es der seinen letzten betrug vollendete warum mir ging es nur ums geld soll mich das etwa besänftigen zumindest ist er ehrlich ihr tötetet unsere brüder und schwestern in havana er hat den sinn mentor james sagte mir ihr hättet mit den templern sagt ihr den mann den sie den weisen nennen waldet ihr sein gesicht erkennen falls ihr es wieder sieht ich schätze schon ich muss sicher sein kein wort ne no no way no way no what schatzkrieg ist ein plünder an 1 von 4 das hätte ich auch noch machen müssen für 100% ne zu viel ne das wäre zu viel gewesen du hast mich heimtückisch in diese lage gebracht was um alles in der welt war das für ein witzbold art dabei ein assassiner und mein mentor dann ist das alles so eine art religion die assassinen folgen einem credo so wie die piratenkodex und ich springe auch noch hinterher also mir passieren auch immer sachen das ist das ist unfassbar das kommt weil ich wieder auf speedrun machen wollte was um alles in der welt war das für ein witzbold art dabei ein assassiner und mein mentor dann ist das alles verdammtei oder was vom final wir assassinen folgen einem credo doch es gebietet uns nicht was wir tun und lassen sollen nur weise zu werden oh erzähl davon das würde ich gern hören nichts ist wahr so hier warte ich jetzt kurz alles ist erlaubt das einzig sichere in dieser welt alles ist erlaubt das hört sich doch gut an denken was ich will und handeln wie ich will da warte ich jetzt äh ok der weg voraus ist blockiert das ist eine tür denke ich und es muss einen weg geben sie zu öffnen ein mechanismus irgendwo eine art winde ja irgendwie sowas die blöcke da oben versuch sie zu bewegen wie denn kommt man nicht hoch wird Phil jetzt wieder sagen dem parcours folgen ohne Po hier längs irgendwie die blöcke da oben sehen aus als könnte man sie boah aha so geht das also wart ihr ist die die Templer gejagt haben bis du kamst und alles verbockt hast haben wir sie gejagt wir hatten sie am Schlafittchen doch nun haben sie die Oberhände oh kurz warten bis sie weiter ist oh ernsthaft hier runter find ich tauben Armzug nach oben was ist denn Armzug nach oben was ist das so sein Arm nach oben macht ach so okay ah genug um dich zu verfluchen kid wusste doch dass man bei dem Spiel tauchen kann da war was das muss ein sehr wertvoller Schatz sein ein Schatz richtig was immer am Ende dieses Weges wartet ist hoffentlich die Mühe wert das hängt wohl von dir ab wie das ja wieso ja und du ach so muss ich alleine weiter oder was aber ich so leicht Tomb Raider mäßig jetzt gerade hier was bringt das hier und grün ja ich check das Rätsel aber gar nicht ja Rätsel der Statue lösen da ist eine da ist eine mal irgendwas mit dem machen nee weifen klettern ein Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden erkennst du es die einen sind Raubtiere die anderen Beute welches Raubtier passt zu welcher Beute das ist die Frage Raubtier die hier okay ein Affe ein Affe was ist das das Raubtier zur jeweiligen Beute checkt man das jetzt das Raubtier zur jeweiligen Beute das bringt jetzt auch nichts Adlauge kann man gar nicht machen jetzt äh kann man irgendwie die Statuen an sich verschieben müsste ja denn da rauf ja ich auch weil das Ding muss ja da rauf die Statue auf die Platte das ist ein Krokodil geht das runter ja und hier auf Krokodil ja super was fressen denn Krokodile der Affen da muss ja noch mal runter also hier ist ein Papagei auf dem ja weiß man halt nicht es ist ja das Ding also das ist ein komisches Rätsel was musst du jeweiligen Beute aber was frisst ein Krokodil ein Affe kann ja nur Affe sein scheint ja ne das kann nur hier auf blau Mitte sein das muss es sein rein vom logischen her Krokodil doch auf Krokodil also irgendwie verwirrt mich das Rätsel was jetzt richtig ist ok ich muss auf der Seite muss ich es auch machen alles klar aber dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten ich habe mich daran gedacht den hier erstmal hoch zu machen so müssen beide hier runter an muss der Grüne auf dem Roten in der Mitte nochmal so da müsste der Grüne hin ich werde ja zum Rätsel Profi durch das Spiel ein Krokodil ist doch kein Adler oder was das ist der muss blau auf blau ich glaube das ist alles verkehrt das macht doch jetzt gar keinen Sinn oder oder es ist so einfach ja sie ok ich hab's meine Fresse und jetzt was machen wir jetzt ist da die Tür aufgegangen aber ja was jetzt hochklettern bringt auch nichts oh Mann Steine klettern? Hätte ich doch eben gemacht muss man die wieder runter machen? nee wäre ja ein bisschen komisch hm wenn sie sagt auf die Steine klettern einfach mal was? ich glaube das Rätsel ist noch gar nicht komplett ich muss die Farbe auf die richtige Farbe dann geht das Tor erst ganz auf ich hab's doch nicht gemacht also nicht richtig gemacht war ja klar also nur halb richtig gelöst so da haben wir jetzt Rot Rot vielleicht sind diese Steine gegen geh mir mal zur Hand Kenway Rot-Grün beide jetzt runter kommt echt die richtige Farbe auf die richtige Farbe das ist doch so simpel man denkt zu kompliziert das ist echt das Problem heutzutage so jetzt muss es aufgehen ja das ist der weise doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein viel älter ist er es sicher? ei seine Augen verraten ihn sagten die Templer wozu sie den Weisen brauchen? sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß so wie dieses hier? ei sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen doch er entkam stimmt war ja am Anfang des Spiels wir sind fertig hier 100% wow es geht ja doch aber es ist ein eigentlich einfaches Rätsel aber wieder so dumm angestellt dummerweise was zum Teufel war das da hinten? Jim! Schweig! die Statue in diesem Tempel war das der Mann den ihr in Havana sagt? aus dem Gesicht geschnitten dann wurde ein weiterer Weiser gefunden der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem löstern wir deshalb? das ist nur eure Schuld Captain Canway die Karten die ihr den Templern verkauft habt für diese direkt Zukunft nun es sind die Agenten zweier Reiche wo genau wir operieren überlasst das mir Mentor sie haben auch Edwards Crew gefangen ich frage mich was ihm ihre Leben wert sind was ist das? ach so Betäubungspfeil Dings also kriege ich das jetzt erst das hätte ich eben gebraucht toll Blastro ist eine effektive lautlose Fernwaffe die mit Schlaf oder Berserkerfallen ausgerüstet werden kann sie können die Beide im gemischbaren Läden kaufen oder aus ihrem Enventar herstellen toll also wie die Pistole jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren schnell leise und effektiv nicht? nice ist gerade nochmal raufgetreten jetzt muss ich aber den hier da Sniper aber aus dem Gebüsch kann man das nicht machen nee das Gefangene befreien oh oh wieder schleichen das ist ja meins Mist Mist das kommt der nicht man darf die umbringen oder nicht ja oh oh jetzt schon wieder entdeckt die Schnee da hoch und den Platt kaputt machen bevor er wieder er ist runtergefallen okay okay den hätte ich jetzt auch so kriegen können ne shit mehr das war der verkehrt den plündern wir erstmal nein ich werde entdeckt ruhe muss kein ärger mehr er wacht auf er wacht auf den müssen wir ausschalten die Scharfschützen die sind echt echt nervig in dem Spiel so Attentat wo mal treten das eine Wache das wird das ist okay das ist jetzt easy geben wir noch mal eine auf Nummer sicher bitte bitte 14 Stück muss ich befreien oh Gott na ich krieg immer neue Pfeile ne oh no oh no oh die erschießen natürlich welche ne oh wenn ich wenn man entdeckt wird soll die retten das ist wieder eine Mission für mich Pest und Cholera wenn uns das nochmal passiert Boah aber es geht voran ich habe erst 5 von 14 meine Güte steht denn wie viel Schuss ich einen Schuss habe ich nur noch wer ist der Holländer der mit uns was für ein Sauertopf das ist der Sklavenhändler Prinz ich hörte er hat einen Kaperbrief von Governor Hamilton und dass wir ihn zuvorkommend behandeln sollen da muss ich jetzt aufpassen nein und befreie sie befreie sie nein fuck off nein du bist ruhig da oben ich bin fast tot ist das Güte die dich antreibt oder schuld sie sitzt ganz dumm boah da habe ich 10 von 14 das sieht ja sogar mal ganz gut aus hol sie die Pest diese Sklaventreiber was was war das jetzt für eine Aktion nein scheiße oh nein das war jetzt wieder ultra dämlich es ging so gut voran nur eine Situation macht wieder alles kaputt fuck und ich fange wieder bei 0 an das kann es nicht sein auch das ist ätzend sowas wieder komplett bei 0 anfangen was soll denn das richtig dumm hast du den Tempel gesehen dem nicht groß nein frag mich ob er voller Gold und Jade ist muss er wohl oder nicht wo haben die Spanier sonst her ich dachte die graben danach oh der ging daneben und hol ihn dir oh dahinter ist noch einer das hätte aber auch gerade schief gehen können ja das war's ne das war's man ja komm au dich er macht nix das ist das ist wie das ist ja so eine Mission das ist ultra schein und wie auch eben die ganze ich war schon bei elf ne elf von 14 und mission over wenn ich das alles schon gemacht habe die anderen sich nicht umdrehen die soldaten kamen mit diesem sklavenhändler lauren sprints persönlich naja egal betäubungspfeile er denkt auch seinen ganzen teammates hier alle ko kann mir jetzt egal sein der dahinten äh waren hier eben nicht noch welche das check ich jetzt gerade nicht ach so die haben die Assassinen eben geholt wahrscheinlich komisch wieder hoch sag bloß okay wir sind schon mal wieder bei acht aber genug Pfeile also vorerst noch vorerst ich aufpassen dass wieder einer auf dem turm oben oh oh dass ich den jetzt irgendwie erwische ne muster hoch schießt noch einer war war nein oh nein oh nein so wieso denn mist ist doch ganz gut gelaufen ausnahmsweise man oh nein sniper jetzt haben sie wieder welche erschossen nein ich wieder bei null anfangen brauche ich für eine mission eine stunde oder so wenn man wieder bei null anfängt das ist ja total assig unfassbar keine erklären dass so was spaß bringt nicht klettern oh das meine ich speedrun mäßig ja was versiegt mich denn nach er da hinten ist werde Ah, es sind die Pfeile voll. Man kann gar nicht mehr als fünf tragen. Denkend muss man die natürlich auch benutzen. Oh Mann, ey. Immer wenn man sich konzentrieren muss. Moltresus. Oh, alter. Kurz überlegen, da ist einer. Den hole ich mir so. Puh. Es muss auf die blöden Scharfschützen aufpassen. Die sind immer das Problem. Wer soll jetzt weggehen? Danke, Captain. Und wieder einen mehr. Wie viel habe ich denn jetzt? Sieben von 14. Die Hälfte ist geschafft. Wow. Ich war ja schon bei 11. Aber darüber rede ich jetzt nicht. Die Pfeile habe ich fünf. Muss ich die auch mal benutzen, ey. Diese blöden Tempelruine hier. Ich bin froh, dass ich hier weg bin. Ne, die haben die sich geholt. Erstmal den da. Der ist einzeln und allein. Auf easy. Oh, da oben ist noch einer. Ja, ja. Hol sie die Pest, dieses Sklaventreiber. Jetzt komme ich da nicht hoch. Wenn man jetzt aufpasst, muss man wieder bei den Scharfschützen da. Ich nenne sie einfach mal Scharfschützen. Der da oben wieder. Ich treffe ihn nicht auf diese Distanz. Begrenzte Reichweite. Ja. Boah. Zack. Trotz ja irgendwie zum Sniper schnell da hochkommen. Ich hoffe, mich sieht es jetzt keiner. Knapp. Aber geschafft. Ja. Boah. Vielleicht dann gehe ich dir später. Bei 10. Der Sniper da oben, der ist schon wieder wach. Mach mich los, du Männer. Kämpfe wie ein Soldat. Oh nein, oh nein. Die muss ich jetzt ganz schnell ausschalten. Boah. Mist. Da sind wir bei 11. Ja. Das ist auch ein Schlamm. Also hier. Kann ich den hier? Ne. Doch. Deine Wache hierher. Hey, ich hab ihn doch... Nein, ich will das jetzt nicht nochmal machen. Stopp. Renn weg, renn weg, renn weg, renn weg. Nicht nochmal drauf gehen. Ich hau ja ab, ich hau ja ab. Ich muss abhauen. Oh. Joah. Boah. 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 Wenn ich jetzt drauf geh. wieder bei null anfangen. Da hab ich jetzt echt keinen Bock drauf. und regeneriert eine energie das ist ein krampf oder kurz regenerieren er da oben wieder ich habe noch vier pfeile okay das war das na komm jetzt alle in dieselbe richtung die dachwachen wenn wir sie mal fliegen der holländer ich habe schütze wieder habe ich noch ein fall die sind so nervig mal mit dem turm anzünden ohne scheiß jetzt machen die anderen wieder auf es ist nicht gut nämlich keine pfeile mehr doch ein fall hätte ich noch na komm her vielleicht traut sich einer hierher er kommt schon mal sehr gut einer weniger wenn ich die drei habe habe ich 14 befreit nur noch den der gehe ich auf nummer sicher das ist ja eine mission die ist heftig die jetzt in sich siehst du diesen räudigen und ein sklavenhändler namens laurenz prinz erlebt wie ein könig auf jamaika der bast hat es seit jahren ein ziel verdammt fast hatten wir ihn bei gott ein ordner ist ein fröhlicher haufen gewunzelte stirn und finstere blicke captain kenway ihr habt besondere talente danke freund so bin ich ihr seid grob und arrogant stolz jetzt herum in einer uniform die ihr nicht verdient alles ist erlaubt ist das nicht euer motto ich spreche euch von euren fehler in havana frei jedoch seid ihr nicht willkommen hier schade man wünscht es wenn ich so lustigen haufen freund hast du da verdienst strenge dass sie es herum wie einer von uns und bringst unserer sache schande Und was ist das? Eure Sache? Einfach gesagt, wir töten Menschen. Templer und deren Kumpane. Sie wollen alle Reiche auf der Welt kontrollieren. Und alles im Namen von Frieden und Ordnung. Irgendwie Dukasses letzte Worte. Siehst du? Eigentlich geht es um Macht. Darum, Menschen zu beherrschen. Unsere Freiheit zu rauben. Noch eine Botschaft von einem deiner Freunde? Hi. Ich zeig's dir. Was ist denn jetzt? Die Map auf, super. Ich weiß immer noch nicht, was Berserker Pfeile machen. Aber, wird man bestimmt noch rausfinden. Assassinaufträge. Würde dich der Anblick von Geld etwas aufgeschlossener machen? Ja. Wie immer. Dann übernimm diese Aufträge in der Karibik für uns und wir bezahlen dich. Bist Tauben in der Karibik? Warte, war es das? Das geht rauszufinden. Nun folge mir. Jetzt? Ich wollte doch Tauben machen. Es gibt noch mein letztes Geheimnis. Wie lange bist du schon bei den Assassinen? Ein paar Jahre. Ich traf Atabai in Spanish Town und irgendwas in ihm weckte mein Vertrauen. Eine Art von Weisheit. Ist das alles seine Idee? Sein Klan? Gar nicht. Assassinen und Templer kämpfen schon seit tausenden von Jahren. In der ganzen Welt. Bisschen wie Nassau. Passt. Aber nicht ganz. Geht die jetzt zum Rize mit mir? Hier wären wir. Hm. Nimm diesen Stein, den du bei der Maya-Stele entdeckt hast, und stell ihn doch. Nummer eins. Nur ein paar Dutzend mehr und das war's. Und was spielte für mich dabei raus? Respekt für den Anfang. Von den Männern und Frauen, die wegen dir in Gefahr sind. Und falls das nicht genügt, gibt es einen Schatz hinter der Tür. Er ist viele Jahre in der Zeit. Suck los. Ich schätze, wenn du dir Mühe gibst und auch noch den Letzten davon findest, wird es sich schon lohnen. Du segelst zurück nach Nassau? Wenn ich dort einen Auftrag habe, ei. Doch mein Zuhause ist nun hier. Okay. Dann bist du mir bescheuert. Heißt, jetzt geht's wieder auf Schiff, oder was? Weg und Schiff. Ja, ja, Schnellreise. Wissen wir. Da gibt's doch erst mal was zu plündern. Macht er bloß grad nicht. Hallo? Zucker. Jetzt mach ich mir Zucker. Back to Schiff. Back to Schiff. Käpt'n ist am Steuer. Diesen Ort verlassen. Ja, der Ort war nicht schön. Ehrlich gesagt. War ja alles blöde Rätsel, blöde Gegners. Alles nicht schön. Jetzt gucken wir mal. Können wir die Schnellreise benutzen? Das ist immer noch der Wahl. Auf jeden Fall die Schnellreise. Baku Island. Rias Island. Ist das auch so ein Schnellreisepunkt? Tatsache. Ja, dann nehmen wir ja wohl. Let's go. Ja. Ist doch noch Nassau. Überhaupt nicht mal. Also das ist das neue Libertal, ja. Stinkt wie jedes andere Kraft, das ich letztes Jahr plünderte. Oh, was soll das Gesicht? Hast du dich verliebt? In deine Bluse. Seid willkommen in Nassau, Männer. So wie jeder, der seinen Teil beiträgt. Seinen Teil. Was ist das, ein beschissenes Kloster? Man hat uns weiß gemacht. In Nassau könnte jedermann tun, wie im Belieb. Solange er anderen nicht davon abhüllt. Oh. Captain Thatch, wie er lebt und lebt. Was ist das für ein prächtiger Pelz, der dir aus dem Gesicht sprießt? Wer braucht eine Flagge, wenn es ein schwarzer Bart tut? Auf Blackbeard? Was führt die Herren so weit nach Norden? Man erzählt sich, der kubanische Gouverneur wartet einen Riesenhaufen Gold aus seinem Nahen vor. Bis dahin liegt es da herum. Und wartet nur auf uns. Gouverneur Torres persönlich, hm? Klingt vielversprechend. Willkommen in Nassau, Captain Wayne. Mr. Rackham. Also, wo kann man hier ein bisschen Spaß haben? Ihr wisst schon. Aha. Vorsichtspunkte, Thun. Hier gibt es 22 Thun. Nassau ist das neue Tortuga, oder was? Kommt da wieder nicht hoch. Nicht das eine Fragment, kriege ich das? Ist ja ganz oben im Baum natürlich. Warum ich da reingesprungen? Natürlich nicht. Ernsthaft jetzt? Ah, okay. Kann ja auch mal was einsammeln. Zurück aufs Schiff. Über die Schnellreise. Ich weiß ja nicht, ob ich schon den Missionspunkt habe. Tatsächlich. Ah, muss ich hin. Hauptmission. Schnellreise. Ja, nix in der Nähe. Pack auf. Was denn jetzt? Da geht es auch keine Schnellreise. Ernsthaft jetzt? Bin ich von... Wo bin ich jetzt überhaupt? Da. In Nassau natürlich. Das nützt sich. Ich muss mehr Orte entdecken. Ja, ist das so das nächstgelegene. Wow. Ganz tolle Nummer. Bringt die Hauptsegel in den Wind. Wenn ich es richtig gehört habe, ist die nächste Mission irgendwie so ein Fort einnehmen. Weil der nicht so ein schwieriges ist, was ich gemacht habe. Jetzt können wir auf dem Weg dahin, natürlich, für Schnellreise. Moment mal. Das jetzt machen, ne? Aber nee. Mit so vielen gegnerischen Schiffe in der Nähe. Dummerweise. Schoner, Stufe 4. Ja, komm. Ja, und zack. Man merkt aber die Kanonkugel-Upgrades, ne? Das ist echt... Das bringt was. Zehnmal rum. Ei, ei, ei. Komm, Segel auf, Kai. Hauptsegel da. Aufnen und trimmen. Leersegel heißen, los geht's. Also Schoner an der V4 brauchen wir nicht immer angreifen. Das lohnt sich einfach nicht. Kanonen-Bootstufe 1, ey. Das muss man gefühlt einmal rammen, dann hat man das. Denkt auch nix. Wir brauchen schon die großen Pödel angreifen. Mal kurz testen. Egal. Das ging schnell. Da gehen sie unter. Aber man sieht, der Stoff 25 rum 10. Der verlohnt sich, ihm nicht mal die Kugeln abzufeuern. Er ist doch bei den einen Punkt. Ne. Okay, nur noch der Küste voll. Oh, da ist ein großer Pott. Regatte 29. 3.000 Geld gibt's. Das ist ein ganzer Konvoi. Konvoi. Konvoi? Konvoi. Ich glaub da, äh, nee. Man muss es ja nicht sein Glück wieder ausreizen. Und? Was wirst du mit deinem Teil des Goldes tun, das wir Gouverneur Torres nehmen? Zurück nach Afrika? Ein Prinz unter Gemeinem? Ich kann nicht an einen Ort zurück, an dem ich nie war. Ich wuchs in Trinidad auf. Ein Sklave vom ersten Atemzug. Ach, doch würdest du dich, keine Ahnung, nicht heimischer fühlen? So wie du heimischer bist in Paris? Als ob. Mit dieser Haut und Stimme, wo in der Welt kann ich mich damit heimisch fühlen? Dieses Land hier ist meine Heimat. Dieses Land namens Jackdaw. Wo ich die Namen aller Bewohner kenne und sie den meinen. Wo wir zusammen arbeiten. Nicht immer aus Liebe, aber um das Land über Wasser zu halten. Ich glaube, ich verstehe dich. Dann nehmen wir es uns. Für die Bewohner der Jackdaw. Okay, jetzt müssen wir echt das Furt zerstören. Let's go. Das wird interessant. Moment mal, dann kann ich doch, habe ich Munition für den Mörser? Ein Schuss, ein Schuss. Macht der. Oh. Ja. Da kommt jetzt aber noch ein Riesenschiff. Feuer! Die Schießen, die alles in Bewegung bleiben. Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschüttet. Feuer! 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 Nein, nur ein Schuss. Feuer! 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 Da ist sie verbunden. Feuer! Das ist natürlich jetzt ein Nachteil. Oh. Dass jetzt noch ein Schiff kommt. Aber das nützt nichts. Feuer! Ja! Was ist denn das für ein Schiff? Ah, Stufe 17. Feuer! Ja! Ha 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 ha! Das ist doch machbar. Wir müssen diese Firmen einfach auf den Elf. Wir gehen schießen. Feuer! Ja! 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 Ich hab gesagt, nicht rammen lassen. Feuer! Feuerfässer kann man mal machen. Feuer! Oh no. Kein gut, da geht ja schon. Feuer! Das ging mal voll daneben. Verdammter neben! Anonen sind bereit! Feuer! Ra! Komm, leid nach. Bereit zu schießen, Käpt'n! Fahrt! Boom. Feuer! Jetzt ist auch ganz kaputt. Feuer! Feuer auf den Grund! Scheiß auf Endern. Auf Geilen! Die Druck verbaut! Oh, mehr Segel! Verdammt, der Ring lockert sich! Mehr Segel! Gib mir mehr Segel! Schieb mir Luft in die Tiefe! 32 Metall. Ist okay. Gut rum, natürlich. Höhe sagen wir natürlich nicht mehr, ne? Moment. Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Feuer! Beheilung! Na, Käpt'n! Eine Seite! Feuer! Komm, ich hab sie gleich. Hab sie gleich. Ich hab den Ankerplatz für die Reparatur. Oh. Ja, denn. Wir sollten näher ran, Käpt'n! Sie erledigen! Volles Segel! Bewegung! An Schothorn! An die Schoten! Das wäre dann das erste Fort, was man eingenommen hat. Und ein Stück noch? Ja. 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 Erste Fort erobern. Ja. Erste Fort erobern. Ja, ich hab vorhin auch eins versucht, aber es war stufisch schwer, ne? Und dann... Ich hab's fast geschafft. Fünf von sieben Beteiligungsanlagen, aber... Da musst du echt erst Upgrades machen, ne? Das bringt nix. Jetzt hier des Fort eliminieren. Machen wir. Scheiß auf den Pöbel hier. So, einfach. Und dann geben die sich. Gut, das ist ne Bombe. Was? Den Kriegsraum erreichen. Okay. Muss ich da weiter hochklettern für? Ne. Wird es mein Assassin's Creed im Koop geben, müssen wir das... Oh. Das... Oh Mann! Genau wie sowas. Alex. Oh, Alter. Immer wenn man damit nicht rechnet, ne? Ist ja unfassbar. Ich glaube, im Kriegsraum wartet jemand, den du kennst. James Kidd, oder was? Nun, hallo, eure Exzellenz. Ach, ist das nicht der Gouverneur? Ich kenne dein Gesicht, Pidat. Ne, doch nicht. Ah, ich erinnere mich. Mr. Duncan Walpole. Ich vermisse ihn. Also, was macht ein Templer-Großmeister so weit entfernt von seinem Castillo? Das verrate ich ungern. Und ich schneide dir ungern die Lippen ab und stopfe sie dir ins Maul. Echt? Der Blick. In zwei Jahren setzten wir eine Belohnung auf den Kopf des Weißen aus. Jim, der war von Anfang in der Templer-Klicke. Der hat mir doch den Ring gegeben. Wer ist das? Wer fand ihn? Wer fand ihn? Ein Sklavenhändler namens Laurens Prince. Er lebt in Kingston. Diese Geschichte ist gut, Horace. Und wir helfen gern, sie zu beenden. Ist es Montee, oder was? Wir tun es auf unsere Weise. Mit deiner Hilfe und deinem Gold. Mission complete. Ein Offizier mit einem Sprintattentat töten. Ja, keine Zeit für gehabt. Oh. Da ist Tortuga. Und Petite Cavern. So kleine Fotoskorpion. Ja, Mann. Tortuga müsste man eigentlich noch klar machen, ne? Das ist mit 200 Bestechen. So, dass man nicht mehr gejagt wird, oder so, ne? Ja, okay. Tortuga ist hier eine Plantage. Gleich mal plüner. Da gibt es bestimmt viel rum. Meister Kenway. Okay, wo ist denn, äh... Missionsziel? Achso, jetzt ist das grün. Sieht schon wieder nicht, wo ist denn, wo ich hin muss. Da ist keine Schnellreise in der Nähe. Natürlich nicht. Muss man erstmal alles entdecken. Bei dem Schiff-Upgrade vorbeigeschaut. Hier sind auch gar... Hier ist nix zum Upgraden. Hier ist kein... Doch, da ist ein Hafenmeister. Stimmt, gute Idee. Das ist eine gute Idee. Vergisst man ja gern, ne? Ich habe aber auch nur 3800. Das ist... Ist nix. Mann. Mann. Ich kann dir die Bluthunde vom Hals halten, Käpt'n. Du brauchst meine Services? Kaufen, verkaufen. Schiff reparieren. Ja, muss man ja auch machen. Boah. Ist das so laut? Ja, äh... Aber nur die, die man schon hat, kann man da umändern. Aber keine neuen kaufen, ne? In der Kajüte. Die Upgrades hier jetzt. Pumpausbau. Ja, mir fehlt es immer an Holz. Ich habe 122 Holz. Ach, geht's auch so? Ja, da fehlt mir, keine Ahnung, Stoff oder so. Ja, Kanonen sind nur die vorne. Und Kugeln kostet 12.000. Ja, irgendwie kann ich gerade aktuell... Schweren Kanonen holen? Ja, komm. Irgendwas muss man ja upgraden. Ja, nächster Upgrade kostet 6.000. Lass uns mal zur Plantage fahren. Die haben noch genug von dem Zeug. Das schade, bestimmt nicht, wenn wir uns da bedienen. Ich wollte gar nicht mehr so... Also jetzt nicht mehr so lang machen. Ich wollte eigentlich gleich ausmachen. Lager für schwere Kugeln. Lager für Mörser. Ich glaube, das würde ich tatsächlich einmal upgraden. Bei Mörser braucht man, wenn man fortangreift, auf jeden Fall, wenn man gemerkt hat. So, das war eine schwere Kugeln. Schwere Kugeln richten verheerenden Schaden beim Gegner an. Allerdings nur auf Quarzer Distanz. Sehen Sie mit er zur Seite und drücken Sie... Ja, klar. So, erstes Fort eingenommen. Heißt. Und das nächste, vor allen Dingen, es war ja auch nicht ein schwieriges. Ich hatte ja auf offener Sieg gleich Schwierigkeitsgrad schwer. Immer acht Stunden auf Zustellung. Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. So, wo ist denn, äh, Next-Mission-Ziel? Ja, ich hab's gesehen. Es ist wieder die Frage, wo... Gucken wir erst mal. Dass man das Schiff so einordnen, dass man zum Missionspunkt hinkommt. Da kann man auch besser der Karte folgen, wo man überhaupt hin muss. Ja. So, kann man hier irgendwas Besonderes machen? Eben Aktivitäten nur von einem Pfundstücke. Geht, Gewinn, Mittel. Aber kriegt er jetzt kontinuierlich Geld, wie in den Vorgängern? Ja, ja, schön. Ja, und ich hab's gewusst. Ich muss da hin. Ja, okay, Walfang hat nicht so geglaubt. Was ist das denn jetzt? Geht, Gewinn, Hoch. Aber... Zwei Punkte. Ich versuch, das mal einzunehmen. Muss ein bisschen vorankommen im Spiel, ne? Das ist bestimmt eine Fregatte, ja. Schoner 11. Es lohnt sich nicht, die zu überfeilen, ne? Die sind... Was haben wir da? Ach, hör auf. Ja, aber das mit Walfang... Das hat gestern ja nicht so gut geklappt. Wo ist denn das Vieh? Da, wo die Möwen sind. Aha. Oh, ey. Einmal nicht hingeguckt. Was ist denn hier los? Hengang. Schon Teach getroffen? Was ist Teach? Das sagt mir nix. Bin übrigens Freitag schon... ...ääh... ...Bomitags in Hamburg. Also diesmal leider nicht zusammenfahren. Und den Namen kennst... ...dann nicht. Okay. Ne, das sagt mir tatsächlich nix. Es hat zwei Punkte da drüber. Heißt das, ist jetzt so ein mittleres Fort? Ein schweres, das schaffe ich noch nicht. Das ist mein Schiff. Nicht gut genug für Mann. Voll dir nicht zu dicht ran. Oh, oh. Was war Freitag nicht zusammenfahren? Ich bin schon vormittags in Hamburg. Tatsächlich. I have to do some work shit. Oh, ich werde schon angegriffen. Warum? Ja, ich weiß. Aber warum werde ich denn schon... Oh, wie viel Geschütze hat das? Das wäre nix. Das wäre nix. Uha. Aber ich... Oh, 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 oh. Und ich sag noch... ...man kann doch irgendwie vorher sehen... ...wie stark das ist, oder nicht? Gate-Kewin hoch. Ja, zwei Punkte drauf. Was gibt es noch für welche? Die haben drei Punkte. Die sind da... ...wann hoch? Oder gibt es nur schwierige? Da muss man natürlich... Guck mal, hier ist mit eins. Schon Gate-Gewinn-Mittel. Ja, ich muss die mit eins angreifen, erst mal. Die haben doch noch gar nicht geschossen. Wie soll denn das Pulver ausgehen? Oh, 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 oh. Wir müssen... Warte mal, muss ich da jetzt dran vorbei? Denn ist das wie immer so eine Kack-Situation? Ja, ich muss ja da dran vorbei. Hätte ich je lang fahren müssen. Das ist schon wieder... Ich versuch's trotzdem. Let's go. Alter, die sind aber auch hartnäckig. Greif die jetzt an. Naja, es wird nix. Was soll ich's versuchen? Trotzdem versuchen. No risk, no fun, oder? Versuch's einfach. Scheiß drauf. Weil letztes Mal war ja auch so ein blöder Sturm in der Nähe. Wenn ich das jetzt schaffe, dann call me master. Feuer! 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 Ja, ist die gleich mal so schlecht aus, was ich hier mache. Ja! Konzentrier dich auf Ruderkämpfer. Feuer! Ja, ich muss hier auf alles konzentrieren. Feuer! Gegner, Feuer! 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 Ich glaube, ich schaffe das sogar. Rufi. Feuer! Feuer! Ja! Das war jetzt nicht so gut. Feuer! Ich glaube, das bringt richtig so an, an Rohstoffe und so, weil ich so ein Teil hier einnehme. Überhaupt nicht mal. Feuer! Ja! Das ist schon alles kaputt. Oh, es kommt noch ein Schiff. Feuer! 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 Das ist doch kaputt, Mensch. Was ist denn los hier? Ja, Action ist grad. Moin Daddy. Mal wieder am Fort eigentlich. Feuer! 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 Ja, das haben wir, das haben wir. Oh, es sieht echt gut aus. Oh, zwei Lebensbaden noch. Die Kanonen sind hier echt hart. Uiuiui, jetzt wird es langsam wieder knapp mit Energy. Ist ja jetzt neben mir noch ein Kackschiff. Oh, ich bin fast tot. Komm. Oh, der hat nicht mehr viel. Der hat noch zwei Kanonen-Stellungen. Ja, dann schießt. Ich habe ja die Kanonen geändert. Ich muss ja die auf nähere Distanz gehen. Boah. Ich habe es fast. Natürlich können wir uns sehen. Oh, oh, oh. Jetzt aufpassen. Mich treffen lassen. Es kommt da noch ein Schiff. Ich drehe ab hier. Fiss dich. Ja, nur noch die Stellung da und dann habe ich es. Und wir sind natürlich noch an Land gehen. Und Kommandanten killen. Und dann habe ich das zweite Fort eingenommen. Fort Knox hier. Scheiße, ich muss ja da oben hin zielen. Ja. Käpt'n macht ja. Jetzt hat das Kackschiff mich gekippt. Oder? Nein. Oh. Sie geht gleich unter. Ich weiß. Ich muss das Schiff noch kaputt machen. Jetzt komme ich da nicht an Land. Feuer. Feuer. Oh. Es ist, als wenn es nicht warm genug wäre. Jetzt auch noch so eine Action. Theoretisch könnte ich jetzt rammen, aber das lasse ich mal. Ey, das ist aber echt Leben am Limit wieder. Das gleich zum Spielstart, wie das so eine Action ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber das ist halt das Piratenleben. So, mach mal Essen. Gleich wieder Käpt'n. Ja. Viel Spaß beim Essenslörg. Schwerter ausgerüstet, tatsächlich. Ziel des Forts eliminieren, ja. Mal gucken, was ich als Belohnung kriege. Da ist er, da ist er. Du doppel Sau. Oh, das war der gar nicht. Da ist er. Oh. Oh, der nächste. Ach, es sind drei Offiziere diesmal. Weiter. Ist okay, ist okay. Kurz mal Hinterrücks erstocken. Äh, versteckt die Klinge her? Nicht, hier, Pistole. Toll. Oha, oha, oha. Wir machen Faxen. Ich bin fast tot. Nein. Mach doch Konterangriff. Das wird jetzt echt knapp. Das ist nicht passiert. Ich hoffe, ich muss das Teil jetzt nicht komplett neu einnehmen. Ja, dass es bei Schlacht weitergeht. Also bei Landschlacht. Nicht bei Seeschlacht. Wieso passiert mir denn immer sowas? Ah, wieder nur am Aufregen hier. Okay. Ich muss nicht alles komplett neu machen. Das ist ja schon mal schön. Trotzdem, das war einfach wieder dumm. Das tut doch nicht Not. Nein, verkehrt, verkehrt, verkehrt. Hör auf zu schießen. Na komm. Ich hab doch Konterangriff gemacht. Also, wie ich das Spiel fack mich ab. Na ja, ein bisschen hier können. Kombo-Action. Der ist zu stark. Kannst nichts machen. Schießen vielleicht. Einer noch. Dass die noch auf dem Boden liegen, muss ich tö... Achso, nee, das ist weiter. Ruhe. Oh, oh, gleich explodiert was. Und die Viecher hier, ne? Den anvisieren. Nein. Nein. So ein Schwein. Ui. Das war wieder dumm. Ne, 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 ne. Nein. Nein. Mit Pech geh ich gleich wieder drauf. Ich kann auch nicht kontern. Was ist das? Oh, ja. Garden. Oh. Einen noch. Was sind die Truhe hier? Oben, wa? Ja, das klappt auch nicht. Scheiße, weil wir einmal auf die tun. Lass uns ums Wesentliche hier kümmern. Na, so nicht. So geht's auch. Warum denn nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Ich knall mir grad ne Pizza rein und du kleiner Danilein kleiner als drei. Ja, dann viel Spaß mit der Pizza. Guten Hunger, du. War nun anonym werden? Wie soll ich denn anonym werden, wenn hier voll die Schlacht gerade ist? So, ist das jetzt einer von meinen? Ja. Ach, ich werde irgendwie verfolgt von so einem Sniper-Macker. Wo ist denn der den Angreifen von hier? Das macht grad gar keinen Sinn, aber okay. Genau wie das. Ruhe. Wärts anonym? Ich hab's. In der BD. Wollen wir mal auf entspannt. Ich mein, er macht zwar nix, aber tschüss. Das Vorrat hat einen neuen Kommandanten. Jetzt bin ich mal auf die Belohnung gespannt, was ich alles an Waren bekomme. So, da wird das in der Nähe. Was ist denn diese Flaschenpost? Alter, was gibt's hier alles? Oh, und das, lass mich raten, ist ein legendäres Schiff. Da trau ich mich nicht ran. Ist denn jetzt diese Flaschenpost sowohl ein Brief? Okay. Was ist zum Tauchen, ne? Er hat einen Plan für einen Upgrade. 30 Grad gefühlt und ich bin stolz, wie Bolle, weil ich Pizza hab. Ja, ich glaub, auf dem Eis hätte man jetzt mehr Bock als auf Pizza, oder? Und gefühlt ist es mehr als 30 Grad. Ist ja unerhört, du. Jetzt gibt's Neues. Wir haben neuen Stützpunkten. Jetzt gibt's Neues. Mal kurz gucken, wie viel hab ich denn für einen Mörser? Zehn Schuss. Dafür brauche ich unbedingt mehr. Eis hat es vorhin. Ja, ich hab gestern Kühlfach mit Wassereis vollgeknallt, hab ich gestern schon aufgegessen. Hab's gewiddered, ja. Was ist denn hier los? Erfolger? Wird verfolgt? Scheiß drauf, weg. Ja, bei mir in der Wohnung ist es auch stickig, ey. Deswegen hab ich überlegt, ob ich überhaupt zock, weil das ist ja dann so... Das kommt vor mir. Oh, die greifen wir an. Stufe 17. Ich muss ein paar Schiffe angreifen für Items. Da kann ich nicht dran drumrum jetzt. Oh, das ist einer vom Main. Das haben wir jetzt auf Distanz aber nicht gesehen. Warte mal, ich guck mal, ob man oben nennt. Ja, auf dem Minimum sieht man jetzt ist blau, klar. Kriegstufe 17. Okay. Ich brauch unbedingt besseren Rumpf, aber dafür brauch ich sowas was gucken. Sieht man sein Inventar? Ja. Wie viel hab ich vom Holz? 122. Ich krieg auch nicht mehr. Räumig 400 für nen Rumpf-Upgrade. Fahrt man sich wie? Wart ansehen? Okay. Ja. Brigatte Stufe 29. Das ist meins. Einen da. So, aber kann ich nicht schießen? Ja, das hätte ich euch auch sagen können. Ja, diesmal kein Konvoi. Jetzt rein. Feuer! Ja, das ist die Verbundung. Feuer! Feuer! Die muss ich auch entern, ne? Das muss richtig, das muss richtig scheppern. Der Winkel stimmt noch nicht. Ja. Feuer! Ihre Kanonen, bleib weg! Die kommen und erschrecken das Feuerwerk. Wo bin ich denn als Gegend geballert? Oh, Verbündete? Ja, den helft mal mit, Jungs. Was hat man Verbündete? Feuer! Oh, das ist mein Kuss. Alle aus der Großperten. Feuer! Ja! Zieht! Segel, reffen, raus aus der Böe. Leesegel heißen, los geht. Puh. Los, ihr Faulwälzer, an die Schunden. Wohl, ich habe mich nicht. Verkehrte Waffen. Feuer! Das Reffer könnte sie labbeln. Feuer! 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 Hier ist Schwarzstein ist ungeschützt. Oh, ich habe es fast. Ich habe es fast. Feuer! Feuer! Auf deinem Zeichen, Keck! Feuer! Hier ist Schwarzstein ist ungeschützt. Schieß! Feuer! Kriegt die jetzt schon entern? Feuer! Nein, das Reffer könnte sie ab! Feuer! Oh, sie können sie tauchen! Zieht! Feuer! Wenn die brennt, kann man die entern. Brennt ja noch nicht. Feuer! Jetzt brennen sie. Jetzt rauf da, rauf da. Rauf da. Dragon Ball Time. Guckst du Dragon Ball oder was? Team Mann, komm schon! So, entern. Geht ihr in die Hölle, Jungs? Machen wir es natürlich wieder einfach mit der Kanone hier. Schauen wir mal ein bisschen schon rauf, Berlander. Persönlich. Zwei Folgen, jeden Tag. Okay. Das kommt man ja auch nicht voran, ne? Über den ganzen Folgen. Rauf da. Ach, ein Fan. Läuft das immer noch beim Pelsen sehen. LTL 2 wie damals oder was? Wo sie Max? Achso. Mann, eigene Leute kommen irgendwie her. Ja, das muss jetzt sich wieder loben, ne? Ganzer Aufstand hier. Ergebt euch. Ergebt euch. Flagge des Feindschiffes zerstören, wie die Flagge zerstören. die Flagge zerstören. Das check ich jetzt gar nicht. Also oben raufklettern oder was? Moment mal. Oh, es geht ja da nicht hoch. Jetzt. Oh, da ist noch einer. Lade nach, lade nach, lade nach. Ich soll ja die Flagge zerstören. Oh nein, da war noch einer. Hä? Ein Jäger gehäutet worden? Was ist denn das für? Jetzt muss ich die Flagge zerstören. Das ist ja mal was ganz Neues. Ich wollte sagen, wie soll ich da runterklettern, ohne zu fallen? Hm. Das hat sich ja mal gelohnt. Kann es gerade verringern? Was soll mit dem Schiff? Ah, davon könnte man sein eigenes reparieren, Bekanntheitsgrad verringern und Canvace flotter aufnehmen. Nüben wir mit. Das kommt man vorher nicht. Vielleicht klündern die den jetzt für mich auch mit. Sven, natürlich. Ja. Das ist jetzt meins. Oh, die haben gleich wieder Stress. Da müssen wir unterstützen. One-Shot oder was? Boah. Ist das jetzt meins? Ich hatte Stufe 9. Oh, komm, komm. Das ist mein Schiff. Das hat eine Piratenflagge. Ich habe mein eigenes Schiff kaputt gemacht. Boah, ey, das ist doch das... Ey, man kann die manchmal echt nicht auseinanderhalten. Jetzt habe ich mein eigenes Schiff zerstört. Alter, das habe ich gerade erst neu. Toll. Ich habe mich ganz toll gemacht. Warum kann man jetzt eigentlich sein, ne? Jetzt habe ich einfach. Wow. Jetzt habe ich entern gemacht. Aber ist das schlau, das Schiff so kaputt zu machen? Eigentlich nicht, oder? Komm, rüber da. Ich werde nur die großen Schiffe aufnehmen, in der Flore. So, mal mit den kleinen. Kaufen Sie ihn rum und Zucker. den Hartmeister. Kann man machen. Machen wir die Jackdaw wieder ein. Diesmal. Wenn nur die großen Pötte meine Flore haben. Jetzt kommt noch eins, ne? Ach, Mann, Alter. Gut, den Rum raus. Danke, Phil. Scheiße. Ich gehe fast drauf. Ich muss los. Heute, lass dir dieses Abo schmecken und danke, dass du einer der Leute bist, die mir gezeigt haben, dass ich mehr sein kann, als wir andere mich sagen. Noch weitere Monate. Monate und Jahre. Natürlich. Gern doch, Phil. War die auch so warm? Könnt mich schon wieder in eine Eistonne legen, du. was ist denn das hier für eine Wand? Was ist das hier? Ist das ein Grafikfehler? Das war ein Grafikfehler. Das mit dem Wall fangen lassen wir auch, das klappt nicht so gut. Nicht wirklich. Neuen Ort entdeckt. Kingston. War ich noch nicht. Also habe ich schon, warst du noch nicht am Start, ich habe das zweite Fall eingenommen. Perfekt. Dann habe ich eine Kregatte, meine Flotte aufgenommen, schießt und mache mein eigenes neues Schiff kaputt. Das, das ist wieder, ist super gelaufen, der Start heute. Ja, hier ist bestimmt noch wärmer. Das ist nicht schön. Gibt es keine Taverne? Was ist die Aufträge tun? Ja, ich brauche, habe ich jetzt vielleicht mal 400 Holz zusammen? Den Überfall eben. Ich muss den Rumpf aufbauen. Aufbauen? Inventar. Holz. 280. Ich habe immer noch keine 400. Wendt, man kann nicht aus dem Inventar mein Schiff upgraden? Muss ich gar nicht immer zum Hafenmeister. Eben auch wieder Black Flag Online gespielt und nur ein Level gestiegen. Ui. Dieser Rumpf leitet Jack Dorr mehr Widerstandskraft gegen große Schäden. Okay, und nächste Stufe? Einmal kann ich. Nee, kann ich nicht. Man muss zum Hafenmeister. Oder in eine Kajüte, ne? Aus Inventar geht das wohl nicht. War ein bisschen komisch, aber hier ist jetzt kein Hafenmeister, wie ich das sehe. Müsst ihr verschwinden, Freund? Nee, muss ich nicht. Rumpf ist immer wichtig, neben Kanonen. Ja, Kanonen habe ich schon upgradet, ein paar mehr dazu. Ja, und Rumpf muss ich hier auf jeden Fall machen. Bei ihm das Fort angegriffen, das ist ja beinahe wieder in die Hose gegangen. Aber es ist hier natürlich kein Hafenmeister. Ich glaube, das muss man auch erst ausbauen. Aber wir müssen ja auch neben der Story ein paar extra Aufgaben machen, damit man das Schiff upgradet, sonst kommst du ja nicht weiter. So läuft das ab. Horace trifft sich mit Prinz, bringt einen Teil des Lösegelds mit und sagt, dass der Rest bald fahrt. Wenn wir den Weisen sehen, kommst du mit dem Rest des Goldes, tauscht es ein... Fort Sangria. Zähne Reise, das Weinregal. Falls wir abends nochmal was zusammenzocken, denn Star Wars, ne? Also nicht falls, also werden wir natürlich, aber weißt du, wie ich meine? Wir haben heute auch wieder auf Wasser umgestiegen. Ja, lieber Star Wars, ja. Ich habe auch nur eiskaltes Wasser. Ich habe ja sonst so ein Gemisch mit so Art Sirup. Ich muss sie verfolgen. Aber wenn es echt so warm ist, einfach eiskaltes Wasser. Leitungswasser. Ohne Sprudel. Man muss sagen, die Verfolgungsmissionen sind hier nicht so schwer wie bei den Vorgängern. Gleich werde ich entdeckt. Hier ist ja natürlich wieder das Sperrgebiet. Komme ich da jetzt dran vorbei? Ja, so nicht. Stand still. Auf gar keinen Fall, Digi. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo sind sie? Wird in Ingra gekillt? Schlafpfeile, ne? Da habe ich aber irgendwie immer nur fünf. Konnte ich denn noch mal meine Taschen und so upgraden? Das muss doch hier auch gehen. Besteckte Klinge. Wo waren denn die Pfeile? Und weißt du, was machen die Berserker-Pfeile? Was machen die? Schlafpfeile, Berserker-Pfeile. Ich gab den Posten letztes Jahr auf. Die Einpfeile bringen die vielleicht um, oder? Weiß es nicht. Aber das Spiel werde ich ja so Let's Play-mäßig die Hauptstory. Dann kommt noch die Evelyn, die Essie. Freedom Cry. Aber das werde ich auch so mal vielleicht mal auf dem Samstag oder so spielen. Da ist ja immer was zu entdecken. Das macht echt so Spaß. Benz, das kannst du im Pause-Monit unter Herstellung abrägen, aber du brauchst dann auch verschiedene Felle und andere Tierprodukte. Ja. Ich muss gerade an gestern denken, wo mir was erklärt wird und ich sammle erst mal Blätter ein. Mach ich jetzt nicht. Sind sie? Da. Muss ich mal reinglunzen. Gibt es in der Wache? Speergebiet. Moin, moin. Lebst du noch? Ja, wie man sieht, ja. Und selbst? Dann habe ich aber auch schon, dein Name habe ich schon ewig nicht mehr gelesen. Oh, oh. Jetzt soll ich ein Mann sein, wo ihr genau das 30 Jahre lang beschnitten habt? Wie ein... Hä, wie haben die mich denn entdeckt jetzt ohne Scheiß? Phil, sag was. Ich war im Gebüsch. Wieso wurde ich entdeckt? Ja, aber warum jetzt ohne Scheiß? Ach, das ist normal wie eben. Ach so, da. Die haben mich gesehen beim Hinrennen hier. Ja, genau das. Ich glaube, alle Denkenden die Menschen die Menschen schießen. Mann, ich mache ja alles kaputt. Ja, die haben mich eben wohl auch gesehen, ne? Scheiß drauf. Das war es eh wieder. Ja, es ist natürlich echt dumm, was ich hier mache, aber... Ja. Ach, jetzt wurde ich erst entdeckt. Also, manchmal ist das Spiel ein bisschen. Wie soll man es sagen? Ja, versteht man nicht so, ne? Ach. Jetzt bleibe ich hier. Ich gehe jetzt nicht weiter nach vorne. Stell dich einer Strafe wie ein Mann. Jetzt soll ich ein Mann sein, wo ihr genau das seid, die da lang bestritten hat. Sieh mal die Berserker-Faile. Gucken, was die machen. Was machen die denn? Ja, na klar, den schlafen sie. Und das? Explodiert der dann, oder was? Ach, Berserker, der geht ja in den Tollwut. Machen Leute aggressiv. Ja, das ist irgendwie so, als wenn die Tollwut haben, ne? Der ist gerade ein bisschen akro geworden. Mal trotzdem auf Schlaf heil stellen. Hm, Opfer. Ui. Ja, so Stealth-Abschnitte, ne? Kommt Zeit. Bin letzte Woche erst aus Biviv zurückgekommen. Aber in Per die T-Auskarte ist auch anders wild. Das ist aber ganz anders wild. Oh, dann lohnt sich das wahrscheinlich, ne? Kann man ja bestimmt, äh, gut, gut verdienen. Mach die Augen auf, Borsche! Na, drehen die sich nochmal um? Außer Anstand, wenn sonst nichts. Anstand? Hm, Piraten und Anstand. Ich verleute meinen Tag nicht, damit über Sklaven und ihre armseligen Leben zu reden. Lasst uns unser Geschäft abschließen. Huff. Dann gemeinsam als... Jetzt gehen sie wieder in ein Sperrgebiet, ne? Muss ich ja irgendwie wieder... Na, übers Dach. Oder hier längs. Jetzt muss ich die auch noch belauschen, ne? Das ist nicht gut. Es wird jetzt dann, als ich dir sagte, du müsstest was über James Kidd wissen. Ja. Kurz bevor ich in den Tempel gegangen bin, meintest du das? Oh, jetzt werde ich wieder entdeckt, ne? Oh, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Oh, ich mach nur Mist gerade. Oh, no way. No way. Digger. Wie spiel ich denn heute? Ja, schlecht, ich weiß. Naja, gibt nicht mehr als in Deutschland irgendwo auf Montage? Nee? Zumindest braucht man hier noch keine Militär-S-Rotte. Vielleicht werde ich es erfahren. Okay. Oh. Ach so, ich muss ja im Lauschradius bleiben. Komm sie zu. Komm, schnell, schnell, schnell. Oh, es ist aber ganz eklig hier. Eine lange Reihe von Politiker. Ich hab auch Profi gerade. Ich fühl das Spiel gerade. Komm, ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Okay. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama. Wint mal. 1671, korrekt. Oh. Oh, das stimmt ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Wenn sie gleich rechts rum gehen, weiß ich, wo es lang geht. Machen sie natürlich nicht. Also heiß in den Heuhaufen drauf. Ein paar Wachen ausscheiden. Da hat mich einer gesehen. Da hatte ich zwei Wochen eine AK vom Militär bekommen. Kommen hat meine Nachweise eingereicht. Ich habe eine Genehmigung dort bekommen. Chef fand es nicht so lustig. Chef finden sowas nie lustig. Wir durften das immer nicht. Wir durften keine Fremdwaffen mehr. Selbst bei Übungen nicht. Wenn man so in Deutschland im Puttlos auf Übung schießen war. Nee. Darf ich mal M16 schießen? Nee. Wirft ihr nicht. Wir haben es geschafft. Ja. Es ist soweit. Nicht bis wir den Weißen sehen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Show me the money. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Es schmerzt mich, einen Mann meiner eigenen Rasse zu verkaufen, Senior Torres. Nein, meine eigenen Rasse. Sagt mir bitte, haben die da noch Aliens oder was? Was hat dieser Robots getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Piratität. Vielleicht ein andermal. Was? Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das. Was kommt denn nun? Oh. Warum habe ich mich die ganze Zeit herangeschlichen, wenn jetzt ein Fight kommt? Was ist das für eine Logik? Wieso ich? Ich habe geschlichen, Mensch. Oh, eine Granate, eine Granate. Die mit der Axt, ne? Die kriegst du irgendwie auch nicht. Nur eine Granate. Die kriegst du nicht kaputt, die Viecher. Oh. Ich habe nichts gesagt. Asozial. Asozial. Ey, du weißt gar nicht, was du drücken sollst. Also ich weiß schon, aber so schnell kann man das nicht. Oh, der war gut. Aber wie hartnäckig. Komm, komm, mach ihn kaputt. Nein. Ja, komm. Let's go. Ich habe auch gar nicht mein Schwert ausgerüstet. Das waren die Klingen. Nicht dumm. Zack. ICR-Schein. Was hast du denn nicht? Ich muss bei den Fettsägen immer die Verteidigung durchbrechen oder beim Ausweichen hinter sie kommen. Ach, weil ich gelesen habe. Danke, Phil. Ich werde bestimmt 30 Stunden nur für die Story brauchen. So wie ich das spiele. So kann ich denn nicht rennen. Oh, Mann. Was ist denn heute wieder los? Das habe ich aber nicht mitbekommen, warum sie wegrennt. Mann. Das ist nicht gut. Ja, Wettsägen. Ich weiß gar nicht, was das heißt, aber saugegeben. Es kommt wieder alles auf einmal. Wie soll man sich so konzentrieren? Bekommt man immer gutes Gameplay? Ja. Wir warten doch alle drauf. Hey, jetzt ist das Gameplay aber okay. Die sind scheiß Bomben. Jetzt. Da haben wir. Alte Schabracke. Du darfst diese Männer nicht töten, Kate. Nicht bis ich den Weißen habe. Ich habe das Schwein eine Woche lang gefordert. Rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Boah. Echt Schabracke. Wenn ich den Weißen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? Wo ist denn der Weißen? Die haben wir doch am Anfang gefangen. Am Anfang. So, haben wir mal eben nur 80% erreicht. Aber ist okay. Kingston. Werne. Aber die Taverne braucht man auch nur, um Leute anzuheuern. Sonst hat das, glaube ich, keinen Sinn. Glaube ich. Okay. Können wir noch unterwegs den Shanty einsammeln. Was soll ich heute eigentlich essen? Die ist schon geduscht, naggisch auf der Couch vor dem Klima. Also denn Eis. Oder Bier. Ich würde Bier essen. Bier des Monats. Dosperados übrigens. So, Moment mal. Warte mal, warst du der, der damals im Hotel sich Heineken bestellt hat für 17 Dollar oder so? Ob da war was? Warst du das? So Blackstalker? Ich hatte unter der Dusche schon zwei Despot. Bester Mann. So, mal kurz. Wo ist es denn da? Unten? Okay, war das jemand anders? Weil ich muss kommen, habe mir gerade so... Da war auch einer, der sich irgendwie denn Heineken in Dubai oder so bestellt hatte. Auch im Hotel. Deswegen, weil ich gerade an ein Hotel denken muss. Komm, hol dir. Hol es dir. Komm, wo ist es hin? Was war das denn jetzt schon wieder? Wie zum guten Gameplay. Scheiß drauf. Ey, das ist manchmal unfassbar, ne? Es ist aber auch so, dass die Spiele gegen mich programmiert sind. Ich kann da nichts gegen machen. Das ist wie Mario Kart. Lieber kleine Brauereien, so manchmal echte Perlen drunter. Ich hatte auch mal so ein Auslandspaket gehabt, also so ein Tasting-Set. Bier aus aller Welt hieß das, glaube ich. Das war interessant, was es so alles gibt. Außer Tsingtao, aus China. Das ist einfach Klöre. Oh, die ist eine aus Südafrika. Amster? Oder wie hieß das? Das war auch, ey. Puh. Hier ist schon teuer. Komm ich jetzt weiter hoch, oder nicht? Tatsächlich nicht. Moment mal. Hier geht es weiter hoch, oder? So auf die Windmühlenrühler. Ach, das ist eine Windmühlenrühler? Wie heißt das denn? Windmühlenräder? Was sammle ich da schon wieder? Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Was, wohin? Oh, oh. Okay, geht einfach durch mich durch. Hä? Dann muss ich mich an diesem Rad jetzt festhalten. Nee. Hä? Zu Hause trinke ich nur Karlsberg-Urpilz. Die Brauereien ist direkt ums Eck. Das ist immer Vorurteil. Wie komme ich hier denn weiter hoch? Ernsthaft jetzt? Das ist doch nicht euer Ernst. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel heute los ist. Das will mich heute komplett... Also ich... Ich muss da hoch. So viel steht fest. Aber wie soll man auf legalen Wege sich denn daran festhalten? Das geht doch gar nicht. Das war eben aus Versehen, dass ich mich daran festgehalten habe. Ja, wie soll ich mich sagen? Die Frage ist, wie man sich... Ja. Ja, ich check das schon. Eine Güte. Wenn das verpackt ist, ich kann da denn nichts machen gegen. Hier. So, jetzt halte ich da fest. Zack. Kletter hoch. Boah. Wo muss ich jetzt schnell hochklettern? Wahrscheinlich. Oh, 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 oh. Professionell. Ist es wirklich das Spiel? Wie war das noch? Wenn man Computerprobleme hat, in 90% der Fällen sitzt das Problem vor dem Computer. So, erstmal auf Synchron machen hier. Es hat doch geklappt. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich will es euch ja nicht vorhalten, aber Dan hat mich ganz doll lieb. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Was ist denn ein Einschaltungszeichen? Warum muss man aber für eine Mission auf eine Windmühle klettern? Was wie Afflecks First Try, Diggy. Oder nicht. Wir haben keine Priorität. Wir könnten zusammenarbeiten, weißt du? Du willst Laurens Prinz erwischen und ich seinen Gefangene. Wir suchen den Weisen ebenfalls, Edward. Leg dich nicht mit uns an. Möge der bessere Mann gewinnen. Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz. Sie benutzen Glocken, um Ärger anzuzeigen. Ach ja. Siehst du da? Wir sollten sie unbrauchbar machen, bevor wir fortfahren. Zwei Pizzen. Bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter. Also, tue ich, was ich kann, um sie abzulenken. Dann hast du eine Chance, sie auszuschalten. Vampir, oder was? Bereit? Zwölf Dinos. Eine Chicken Nuggets verbrennen. Natürlich heißt sie nicht James. Ist so klar. Meistens nicht. Oh nein. Nein. Du bist ein Transgender. Das musste ich abspielen. Soll ich deswegen genau zuhören, Phil, oder was? Ach das, aber es war ja offensichtlich, dass das eine Frau ist. Die im Mini-Backofen drin. Wie können, hast du da einen Timer dran, oder warum? Ich habe jetzt auch Backofen mit Timer, dass es Gold werden. Die wieder. Okay, die wieder. Musst du wieder zu viel getrunken haben, vergiss den Timer anzustellen und schon brennt die Pizza. Ach, deswegen, ja. Oh, das ist aber, hier sind echt zu viele. Warte, ich habe doch hier, ich mache Berserker-File. Schön in eine Grube rein. Pass mal auf. Zack. Ist er wohl auf? Ist entkommen, habt ihr das? Woher? Darf ich Alarm auslösen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe es Bing-Ofen getaunt. Wenn es den Bing macht, wenn es fertig ist. Nein! Also, die hasse ich ja, ne? Kann ich nicht auf die Distanz treffen, oder? Och. Ui. Jetzt hat er die Glocken sabotieren. Auf A, oder? Ist aber schnell. Öh. Er macht es nicht. Wie die Mikrowelle macht es bringen. Ist jetzt auch live? Lass mich raten. Äh, Force Unleashed weiter. Oh, ich muss es konzentrieren. Oder mit Black Flag. Musst du ja, ja, erst mal ein Game zu Ende machen, ne? Also, an den Spielen werde ich jetzt noch erst mal länger für brauchen. Was aber nicht schlimm ist, weil es einfach ein geiles Spiel ist. Oh, ich habe neue Pfeile bekommen. Den renne ich, oh, renne ich doch nicht um. Oh. Geht weiter, bis in 27 Minuten. Bis dann. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Bis dann. muss ich erwischen lassen. Muss die auch plündern, ne? Wegen Pfeile und so. So, jetzt gehe ich oben. Nicht auf den Wachturm rauf. Oh nein, ich wurde entdeckt. Ich bin so dämlich, ey. Mann. Kurz, kurz verschnaufen. Nein, sie haben die Glocke geläutet. Ach, ey, wieso kann ich denn nicht einmal gut spielen? Es kommen natürlich noch Verstärkung dazu. Das ist doch zum Kotzen. Ja, shit. Oh shit, here we go again. Wir machen mal den Berserker. Reif ihn an. Greif dir jetzt den anderen an? Ja, lustig. Ja, sie fighten, oder? er klettert auf den Turm. Was ist mit den Wachen los? Die heißen alle Carsten, glaube ich. Oh Mann. Ich habe gestern auch eine neue Serie angefangen, die Discounter auf Prime. Kann ich nur empfehlen, ey. Wenn wir nur so eine Viertelstunde folgen, drei Staffeln lang, ey, war echt gut gelacht gestern. Fast eine ganze Staffel auf einmal durchgeguckt. Falls das einer schon kennt. Ihr dürft ihr mich jetzt keine Wache sehen. Ich habe gesagt, ihr dürft ihr mich keine Wache sehen. Oh, keine Wache sehen, Donnie. Oh Mann, ey. Hola. Ihr schon wieder, ey. Ach. So. Müsst du doch jetzt hier sabotieren können. Da. Let's go. Eine Glocke noch. Oh nein. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Mal wieder. Ach, das war der Bärse. Kampfer. Okay. Ui. Jetzt aber mal kurz. Da kommt noch einer, ne? Zack. Ein Turm noch. Also eine Glocke noch. Nicht ein Turm. Wird jetzt natürlich irgendwie sozial gut bewacht. Egal. was, wer hat mich gesehen? Mach den Bärsecker. Oh nein, ich werde schon wieder entdeckt. Und schon wieder. Ne, ihr werdet die Glocke läuten. Ihr werdet die Glocke läuten. Ihr werdet die Glocke läuten. Oh, war das knapp. Das ist, oh, das ist gerade eng. Die wollen alle die Glocke läuten. Nein. Ach, es ist kaputt. Machst du die kaputt. So, jetzt die Glocke. Was ist denn jetzt schon wieder? Wir fass tot, wir fass tot. Geht. Oh, fuck. Jetzt macht die Glocke kaputt. Oh, man muss anonym sein. Toll. Jetzt geht's. Jetzt geht's nicht mehr. Mann, ich geh drauf. Muss kurz upchillen. Das ist gerade echt stressig, muss ich sagen. Aber gut, dass man hier so, äh. Was ist das denn? Das ist ein Verste... Man kann sich hier verstecken. Ja, da oben die... Kommt der jetzt zu... Verpiss dich. Hier, Mann, du kannst auch mal den Berserker machen. Wobei, er haut ab. Scheiß drauf. Das war die dritte, glaube ich. Komm, der hasst mich nicht gesehen. Und wieder James Kidd zu werfen. Keinen Schritt weiter. Bitte. Ich bin angeschossen. Ich brauche Hilfe. Gott, Thompson, sieh nach ihr. Sie ist verletzt. Und zwar schlimm. Ich bin hilflos. Und gut. Und schwach. Und gleich geht's los. Irgendwie war das vorherzusehen, ne? Ist das passiert? Oh, das ging daneben. Du machst den Berserker. Die. Die werde ich Stealthkill machen. 1, 2, 1, go. Hier oben kommen jetzt mehrere auf einmal. Das sollte ich nicht riskieren. Wenn man weiß, Schleichmissionen. Es kommt da noch einer. Was macht der da? Der sich jetzt umdreht. Ja, scheiß drauf. Dein da. Gut. Was? Das habe ich wieder Alarm ausgemischt. Oder? Ja. Also die Schleichen ist auch echt. Nicht meins. Bam. Na, der Nächste. Dann komm doch her. Ach. What? So. Was soll das eigentlich mit den Wachen gewesen sein? Eigentlich. So eine komische Insel. Oh, da ist der Wache. Gut, dass ich das Nadelauge aktiviert habe. Oh, jetzt läuft der nicht weiter, ne? Haben wir Animus-Fragment? Und nehmen wir mal mit. Äh, aber wie jetzt? Wie kriege ich das denn? Kann ja nicht gerade hochspringen wie Super Mario. Ah, da hinten ist das Ziel. Es ausschaut. Das erinnert mich gerade an Hitman Blood Money. Da gab es auch so ein Sumpfgebiet. Auch mit so einem, ja, Schuppen hinten. Ist doch da, oder nicht? Der Hopp da. Habe ich wieder einer auf dem Dach gesehen? Na, da oben. Ja. Letzten Fall verschwendet. Oh. Wo ist er denn da? Ja, komm. Gute Nacht. Oh. Da ist das Ziel. Das ist nämlich der Eile Ober. Nichts leichter als das. Eine lüsterne Krähe. Du hast selbst nicht zu wenig Leid verursacht, Meister Prinz. Vergeltung schätze ich. Ihr törichtes Lumpenpack und eure prätentiöse Philosophie. Lumpenpack. Aber ihr lenkt sie nicht. Du missverstehst mein Motiv, alter Mann. Ich bin nur auf das Geld aus. Oh. So wie ich, Junge. So wie ich. Achtung, Kenway. Ich hab deinen Mann. Ich erkenne dich. Der Templer aus Havanna. Ich bin kein Templermann. Das war nur Täuschung. Wir sind hier, um dich aus der Sklaverei zu retten. Mich retten? Ich arbeite für Mr. Prinz. Mr. Prinz. Er ist ein erbärmlicher Master. Er hatte vor, dich an die Templer zu verkaufen. Man kann auch wirklich keinem mehr trauen. Oh nein. Das ist ja, das läuft herrlich. Es läuft wunderbar. Oh oh. Lass mich raten. Beine in die Hand nehmen. So dass die Waffen keine Bäume klettern, wa? Er hat grad Bastard gesagt. Alter. Da kommen noch mehr. Wie viel sagt immer dem Parcours folgen? Komm. Zieh. Aber das war jetzt dumm. Scheiße. Däga. Das erinnert mich an eine Mission aus Assassin's Creed 3. Da kamen auch so richtig viele. Spring. Okay, das sieht gut aus. Kurz einmal chillen. Und warten, bis man nicht mehr gesucht werde. Nein. Wieso hat der mich denn jetzt entdeckt? Geh doch. Bring dich da ran. Mach da nicht. Das könnte wehtun. Dieser eine Macker, der mich jetzt nervt, ne? Unfassbar. Jetzt muss ich wieder da hoch. Das geahnt wäre ich da natürlich nicht runtergesprungen, aber naja. Da sind wir wieder. Hast ihn wieder verloren, was? Ei. Roberts ist ein Teufel. Mit sehr fragwürdigen Umgangsformen. Dann habe ich heute zwei Männer verloren. Also. Wie heißt du wirklich, Mädchen? Ja. Mary Reed. Für meine Mom. Und auch für meine Freunde. Aber kein Wort zu irgendjemand. Sonst entmanne ich dich auch noch. Ei. Da hätte ich noch einen mit Berserker-Pfeil angeschossen. Ehrlich 100%. Das wusste man natürlich nicht vorher. Kurier fangt und plündert. Was für ein Kurier. Ja. Oh, come on. Manchmal soll er einfach gar nicht klettern. Huch. So. Ja. Oh. Wollte ich jetzt gar nicht. Kann man die plündern, wenn die schlafen? Wird ja Sinn machen. Ja, komm. Die haben auch Schlafpfeile manchmal. Warum auch immer. Warum, weiß man jetzt nicht. Aber es ist so. So, und nun? Was ist denn Missionsziel? Eine Koje, oder was? Ach so, hier kann ich die doch auf Missionen schicken wieder. Ist doch voll klug. Äh, was ist denn das? Brigatte. Flotte hinzu. Oh, eins habe ich verloren. Okay. Ein Armband haben wir gefunden. Okay. Von Mexiko. Jetzt zu Geschäfte. Aber man könnte die auch selber spielen. Von Belohnung. 100. Kack Mission. Könnt ihr ja machen. So, mein Bruder, bin erstmal weg. Bin ja alles klar. Bis denn. Später auch. Sag ich mal. Komm, 95. Sind wir noch? Ah, okay. Pro Gebiet kann man immer nur ein Schiff schicken, wie es ausschaut. Komm. Rocks Johnson, 100%. Ein Schiff hätte ich ja jetzt noch. Äh, was eine Mission machen kann. Aber anscheinend geht das nicht. Pro Gebiet. Ah, das sind Handelsmissionen. Okay. Zeit. Ja, denn nicht. Gehen wir raus. Wo ist denn jetzt der Wegpunkt? Irgendwie. Sollte ich doch noch nicht auf mein Schiff zurück? Ich weiß es nicht. Ich kann natürlich sein. Der Wegpunkt ist doch hier. Hallo. Wahrscheinlich. Käpt'n ist am Bruder. Wahrscheinlich so. Äh. Schnellreisemenü. Aber ich habe ja meinen Missionspunkt noch nicht. Ja? Eigentlich. Ja, dann bringt die Schnellreise ja nichts. in den See stechen. Macht denn mehr Sinn? Gut, das könnte man natürlich gucken, wenn jetzt das Missions hier hinter mir ist, ne? Okay. Oha, das aber wieder. Ja, das greifen wir an. Da holen wir uns. Dann machen wir die Schnellreise. Hier hin. Wenn man ganz cool ist, kann man auch irgendwann ein legendäres Schiff angreifen. Wenn man cool ist. Das Ford, äh, das geht glaube ich, ja nicht schnell, aber gut anzugreifen. Hat ja nur ein, so ein Balkending. Boah, war ich richtig? Ja, immer nur geradeaus. Nach links. Dann wäre das was. Mit dem Rumpf. Sechs Balken. Oh, da geht's schon los. Da geht das schon los. Moment mal, ich habe doch hier Mörser. Sie sind perfekt dafür. Ja, sag dir so einfach, Leute. Feuer! 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 Na, ein guter Ziel zerschockt in die Hölle. Wo sind die Traum- und Marssegel? Ja, sag dir so einfach. Die Zielen auf uns. Setz jeden Fall Segel. Setz Traum, Traum und Marssegel. Haben sie geschnittene Version hochgeladen? Oh, und das ist das Schiff, was mich verfolgt. Das ist natürlich... Was ist das denn? Stufe 17. Das passt mir jetzt aber gar nicht, weil ich hier das Fort einnehme. Und die wollen mich rammen. Die wollen mich rammen. Feier zu Feuer, Sir! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Feuer! Ist sie dort, Sir? Das wird sie versinken. Feuer! Ich meine, ich will doch erst mal das Fort einnehmen. Feuer! Sie ist dahin, Sir! Ein bisschen fehlt was. Feuer! Keine Uncut-Version. Feuer! Ist sie dort, Sir? Boah. Ach so. Guck's nicht zum ersten Mal. Soll ich jetzt das vorinfiltrieren? Ich müsste erst... Verfolger. Feuer! Verhalte Sicherheit... Das hat jetzt gesessen. Feuer! Ja! Herr Dörf, bist du verrückt? Bereit machen für Aufschlag! Wieso Aufschlag? Boah, die müssen wir jetzt aber... Müssen wir entern. Let's go! Die Eisen schmecken! Wisst ihr nicht, was das für ein Schiff ist? 23 Jahre später, schau hier ist es immer noch. Ja, hat man. Oft so, ne? Serien, die man so als Kind geguckt hat. Wird nie langweilig. Aber ich hasse die mit der Axt. Aua, aua, aua. Wir haben's. So, das Fort einnehmen. Fort Nox-mäßig. Sehr gut. Aber ich hab nicht mal Holz bekommen. Na, was ist denn ne Flotte auf? Kannst du jetzt grad verringern? Ja, komm, komm, komm in die Flotte. Oh, mein Schiffe. Eigentlich wollte ich nur Freganten haben. Was einfach die heftigsten sind, die ich aktuell finden kann. Aber man muss ja nicht gleich wieder übertreiben, ne? Feuer! Oh. Das war aus Versehen. Hab Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufreiten kannst. Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufreiten kannst. Viren und Fahrt aufnehmen. Wehsegel. Waren und Marssegel fest durren. Mit Schmackes. Mit Schmackes. Was werde ich denn jetzt wieder angegriffen? An die Taue. Zieht. Aber das wollte ich jetzt nicht. Feuer! Daneben, verdammt! Es ist jetzt wieder unnötig. Es ist mir jetzt egal. Ich will nicht kämpfen. Aktuell. Viren und Einholen. Obersegel bergen. Können Sie ruhig einen Konflikt nicht verlassen. Oh, weil gerade ein Fight ist. Ich will gerade gar nicht fighten. Nicht, Jungs! Am Fehlbein. Es nervt gerade. Flute! Flute! Feuer! Klar, Ketten. Eine Salve genau da rein. Bereit zu feuern! Ja, jetzt seid ihr nicht mal so vorlaut hier. Feuer! Tschüss. Nicht gut genug. Ach, jetzt muss ich da extra hineiern, ne? Ich könnte noch Mörser benutzen, aber die Munition, die sollte man echt sparen. Das ist wertvoll. Ich ramme die jetzt. Das ist Ihnen nur. Stufe 4. Ich ramme die jetzt. Wohin auch mal machen. Volle Kanne rein da. Und zack. Bam. Oh, Bekanntheitsgrad Stufe 2. Sündloch, Herr Stumpf. Naja. Dann wollen wir es jetzt aber mal einnehmen, ne? Wow. Perfekt eingepackt. Zieh, zieh, zieh! Dann müssen wir wieder Offiziere killen. In diesem Kartenraum oder so. Das war sowas von klar. Ist nur ein Offizier. Zack bloß. Dann wollen wir mal. Wow. Aua. Das tat gerade weh, ey. Eine Zeit. Und zack. Das ging jetzt aber relativ easy, ne? Muss man sagen. Wollen wir mal wieder auf Sharpshooter. Und Pfort Nummer 3 eingenommen. Ice Ale. Wird wahrscheinlich jetzt wie ein legendäres Schiff freigeschaltet. Oder aufgedeckt. Ja, ich wusste es. So, dann machen wir mal die Schnellreise dahin. Noch dichter dran. Ist immer gut. Ich sollte meinen Bekanntheitsgrad, glaube ich, mal verringern, oder? Nassau. Ab nach Nassau. Da kommt man ganz schön oft hin. Gehen wir mal zum Hafenmeister. Also gleich. Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Na lecker. Hi. Wir arbeiten dran. Werte Lady. Wie nennt man euch? Ähm, wenn sie nüchtern sind. Und später Kanalie. Doch niemals Lady. Nun, gültigste Anne. Oh, ein bisschen was intus. Ein Eimer Scheiße. Habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße. Das ist ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Aha. Ihr werdet sehen, merkt es euch. Das ist kein Trick, Wayne. Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns. Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Komm mit uns, Kenway. Da braut sich was zusammen. Braut sich was zusammen. In Ermangelung einer guten Idee tauchen wir Besscher ab. Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was dem König Sauer aufstoßen könnte. Das Lot brennt. Schatzkarten habe ich ja auch noch. Das ist wirklich fresslich. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu tilgen. Sieh dich um, Mann. Willst du für diese Sickergrube sterben? Ei. Es ist unsere Republik. Unsere Idee. Ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Es mag ein schmuddeliger Anblick sein. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit. Was gibt irgendwelche Sorgen, die du vergessen willst? Es gibt kein bisschen Unterschied zwischen hier und London, oder? Petsch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Dann geht es ihnen auch nicht schlecht. Nassau mag aus der Ferne gut aussehen. Doch an seinem Kern nackt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden werden, wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Das ist ein Lagerstum. Dann nimm das Fasson noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft. Aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. Einfach gesagt. Du brennst vom Alkohol. Ja, ich will die Seite haben. Mann, das wird eh wieder nichts. Musst ja in der Nähe bleiben, sonst... Die spanische Flotte, die vor zwei Jahren sank, hatte Mediziner. Was labbern diese NPCs? Ruhe da und der andere kotzt. Oder war es das du denn? Nee, ich war es diesmal nicht. Ich habe hier. Ah, eine Tauchglocke. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Thatch. Einverstanden. Nein. Ich treffe euch bei einem Wachs und bei einem Breitmister. Oder ein Paarland. Ich glaube, das ist meine erste Tauchmister. Wenn sie ein Herz haben. Denk daran, Thatch. Lass die Kanonen verkaufen. Pass auf, Ben. Ach, verkaufen. Ja, könnte man, aber nee. Eine Tauchglocke kaufen. Ja, da brauche ich 5.000. Das weiß ich. So viel sollte ich aber haben. Mann. Was sich manchmal irgendwo dranhängt. Kann ich das bei denen kaufen. Oder hier rein. Es ist ja die Taverne. Es gibt doch auch... Das ist die Taverne, ne? Nee, Gemischwarenladen. Aber bei denen kann ich ja keine Schiffsabgrade tun. Nee, ne? Das wird verkehrt sein. Mal wieder. Ja, okay. Hier bekomme ich die Sachen. Ja, irgendwann return ich mal, aber... Nicht jetzt. Oder habe ich das hier noch gar nicht freigeschaltet? Das ist die Taverne. Hier ist der Hafenmeister. Aber dann kann ich die Glocke doch auch auf dem Schiff kaufen, ne? Wenn hier ein Boot ist. Ich mache das auf die Art. Weil ich bin schneller beim Boot, als wenn ich zum Hafenmeister laufe. Würde ich mal behaupten. Ich habe dich reden, Sim. Ja, ja. Hör auf zu reden. Laufen aber nicht. So, Schiff-Upgrades kann man ja hier kaufen. Aber ich mache eine kurze Pause. Bin gleich wieder da. Lernen versuchen wir mal. Kaufen. Ich war in Erwerben. Wir bauen Upgrades. Wenn ich mich richtig erinnere, kostet diese Tauchglocke... 5.000. Ja. Das steht da genau als Beschreibung. Diese massive Stahlglocke enthält große Mengen Atemluft, damit... ...den Taucher Zugang zu Wracks, die tief unter Wasser liegen. Okay. Und wo die erste Tauchmission, ne? Wenn noch... Nächster Rumpfaufsbau kostet 4.000. 15.000, 30.000. Alter, Falter. Also da kann man richtig Kohle loswerden, ne? 10.000, 10.000, 13.000. Wie viel kann man denn haben? 21. Machen wir mal ein paar Upgrades, muss. Weil die Gegner werden ja auch nicht einfacher, ne? Ja. Wärten nicht einfacher. Schiff ausgerüstet. Tauchglocke erworben. Können wir nochmal hier die Flotte aufrufschicken. Das sind wieder so Nebenaufgaben, ne? Aber die bringen halt auch was. Wenn man das nicht vergisst. Was ist das? Eine Brick zur Flotte hinzufügen. Da sagt man nicht nein. Karte. Die Flotte. Ah. Wo steht denn, was das für eine Schiffart ist? Brick. Schoner. Das brauchen wir nicht. Schoner. Brick und Fregatte braucht man. Brick. Fregatte. Ich habe nur eine Fregatte. Und das ist alles noch gesperrt. Dafür braucht man diese Edelsteine. So. Aber kein Pay to Win. Weil durch Abwracken bekommt man die ja. So. Seekarte. Schiffe auf See. Eins ist noch auf See. Okay. Dann können wir zwei wieder losschicken, wa? Oder auch nicht. Schon verwirrend, muss ich sagen. Verfügbar noch nicht. Das dauert noch. Mit den halt nicht. Dann belassen wir es erstmal dabei. Und move'n out. Ah. Wir haben die Tauchglocke und Kanon verbessert. Das ist sehr gut. Ah. Es ist wieder. Oh oh. Okay. Das ist ein geankertes Schiff. Das macht ja. Werd ihr wohl nichts machen. Käpt'n steuert. Ja. In Seasdechen. Logischerweise. Direkt wieder hier Gegners. So wie immer. Oh. Da muss ich ganz hin. Da brauchen wir auch keine Schnellreise machen. Das Gebiet würde ich ja gern aufdecken. Ich würde so viel machen jetzt fort und so weiter. Aber. Aber. Mag der San. Ign. Gna. Ign. Heiß. Ich muss jetzt aber. Herr Nomada fahrt da hin. Statt mit Schnellreise. Naja. Den dürfen die auch singen. Und ich werde schon wieder gejagt. Akku Island. Ach das ist ein gestrandetes Schiff. Und hinten ist das was ich mich immer wieder. Rückt mich ein Schuh da. Kann man nicht sehen. Oh oh. No way. No way. No way. Wie geht's wie steht's. Ich weiß gar nicht was das heißt. Aber es ist auch egal. Moise. Da habe ich jetzt wieder mal. Jo. Den nehmen wir mit. Ich habe zwei von drei von diesen Kopfgeldsymbolen. Das ist nicht gut. Oh 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 oh. Komm mal auf. Mich potzen. Ja. Das ist aber echt brutal heute. Deswegen wollte ich heute eigentlich. Tatsächlich gar nicht zocken. Ja. Weil echt zu warm ist. Was drücken Sie B bei voller Geschwindigkeit. Ja. Ich habe doch schon Reisegeschwindigkeit. Logischerweise. Winter kennt. Ich auch. November kennt. Oder auch in dem Winter. War aber so richtig Winter. Ist heutzutage ja erst so im Februar oder so. Und November, Dezember ist ja gar kein Winter mehr. Gibt's nicht mehr du. Snow Way mäßig. Ort ansehen. September geboren. Aber ich liebe die Kälte. Ja. Das Ding ist ja. Wenn es zu kalt ist, kannst du dich ordentlich anziehen. Wenn es zu warm ist. Ja. Könnt sich höchstens ausziehen. Aber darf man nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Warum hört denn immer die Reisegeschwindigkeit auf? In den Sturm? Schenke ich irgendwie gerade nicht. Und wie weit ich fahren muss. Was ist das denn hier noch? Unentdeckter Ort. Ja, tatsächlich sollte ich den ersten Mal entdecken. Nur falls ich nochmal in die Nähe muss. Wegen Schnellreise. Also Steuerbord hat Steuerbord. Und gewin. Wieso geht die Reise... Hier. Reisegeschwindigkeit. Und der bricht immer wieder ab. Okay. Jetzt funktioniert's. Nicht. Stehe ich nicht. Das Ort ansehen. Stürmen ist Reisegeschwindigkeit nicht möglich. Ach, weil ich im Sturm bin. Genau sitzt hier halb wie Adam und macht gleich gefühlt Aquaplanik mit dem Arsch auf der Kloschüsse. Klimaanlage mache ich aber erst heute Abend an. Ja, soll man ja auch so, ne? Die geilsten sind die Leute, die Klimaanlage anschmeißen und Fenster aufmachen. Das sind die geilsten. Man, hier ist doch gar kein Sturm mehr, oder gar? Teil des Schiffs, Teil der Crew. Ja. Davy Jones. Moment mal, hier ist gerade eine Schlacht am Start. Umwelter kühlen, ja. Macht Sinn, ne? Aber das brennt ja schon, das Schiff. Kann ich das direkt entern, oder was? Es ist hier gestrandet. Was ist mit denen denn los? Was ist denn mit dem Schiff los? Das könnte ich wohl irgendwie plündern, ne? Ich glaube, es ist auch für Affenhitze ganz gut. Ah, okay, aber wie kriege ich denn jetzt die Beute? Ja, wir werden zerstören das. Oh. Ja, und bei dir? Bis auf die Hitze? Auch alles gut, soweit? Jetzt habe ich aber... Oh nein. Jetzt habe ich aber den Loot... Wie sagt man denn? Die Beute mit Fässern, nicht Domkopf. Ich hätte wahrscheinlich so aufs Schiff gekonnt, und da die Räume durchsuchen können. Ah, hör mal. Das war jetzt wieder selten dämlich, was ich gemacht habe. Ist ja jetzt da und da. Aussichtspunkt. Florida ist das. Aber ich habe die Insel jetzt nicht wirklich freigeschaltet. Das ist doch nochmal hin. Dass es freigeschaltet ist. Da, jetzt will ich es wissen. Das brennt ja auch. Mann, Mann. War entspannt, aber... Anschließend heute nur im eigenen Saft vor sich hinvegetiert. Nun haben wir noch Zeit, aber mal die Nightshillen auch entspannt. Ja, ist auch gut. So, nicht das Schiff ran. Sonst geht es auch runter. Ja, da holt man die Segel nieder. Passt das? Weil der ist ja... Oh Mann, das genau wollte ich nicht machen. Oder doch? Ja, komm, das ist doch eine gute Idee. Juuuut. Ja, okay. Warum ist denn jetzt hier ein Timer? Ja, wie plündere ich das denn jetzt? Ah, nee. Wie kann man denn das hier jetzt plündern? Frau ist gerade noch in Amsterdam mit den Freundinnen. Die haben ein leckerer Stoff. Was willst du noch? Was willst du mehr? Ah, hier. Teil? Ja, das kann er jetzt irgendwie nicht aufmachen. Weg. Weg. Ja, was ist jetzt nach neun Sekunden? Gehe ich jetzt mit dem Wrack unter? Interessiert mich jetzt. Ja, das reizen wir jetzt aus. Das reizen wir aus. Ja. Man geht... Aber nicht mit untergehen. Oh. Mann, 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 Mann. Das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt, da irgendwie... ...auf das Wrack zu klettern. Wegen ein bisschen Metall und ein bisschen Holz. Das meine ich nicht nur mal. Dann versinke ich das eher. Schwimm, Paul. Schwimm, ja. So, wie kann ich denn jetzt hier Florida freischalten? Ich muss auch für Insel an sich, glaube ich, rauf. Florida ist aber klein hier. Ich war da gerade Delfine rechts. Delfine sind schön. Mann, ich habe gerade Delfine gesehen. Ja, Tatsache. Flipper. So wie wir jetzt die Insel freigeschaltet haben. Reicht das denn, wenn man hier hin... ...schwimmt, muss ich den Aussichtsturm... Hm. Da ist was drin? Weiß ich nicht. Muss ich den Aussichtsturm erklimmen? Ich weiß das nicht mehr. Ja, ich muss da echt hoch. Wer macht da gerade nicht? Wo muss ich da rauf? Geier. Mist. Ach, six. Moin, moin. Auch wieder am Start. Wie geht's? Wie steht's? Man muss ja immer dahin, wo der blöde Geier ist. Wieso? Das ist doch schon wieder... Oder muss ich doch hier hochklettern? Tatsache. Ja, wir sind alle am Meckern über die Hitze, aber sonst okay, ne? Richtig stickig heute so. Nicht schön. So, ich will doch nur den Schnellreisepunkt von der Insel hier freigeschaltet haben. Das kann doch nicht so schwer sein. Aha. Wo ist denn der Punkt zu synchronisieren? Hier nicht. Och. Wieso passiert mir sowas immer? Das kann doch nicht wahr sein. Ich war doch schon ganz oben. Ich muss mich raten, ich muss gar nicht nach ganz oben, ne? Hier oben, wo die Vogelkacke ist. Ähm. Ach, der geht zu da... Ja, jetzt haben wir's. Ah, ja. Ja. Okay, dann können wir wieder aufs Schiff. Ey, von dem Spiel hat man ja aber richtig viel Spielzeit, ne? Wenn man alles machen will. Da hängst du ewig dran. Richtig gut. Ja klar, so aktuelles Valhalla oder so ist natürlich noch übertriebener. Aber das bringt hier ja Spaß, egal was man macht. Wenn man fort einnehmen, Seeschlachten... Alles cool hier. So, jetzt müsste ich ja Florida als Schnellreise haben, ne? Weil ich aber den Aussichtsturm gemacht habe. Ja. Jetzt ist kein Sinn, weil ich genau da bin. Fährt da rein. Wir segeln! Alle segeln! Und wenn die Crew voll ist, bringt's ja eigentlich gar nichts, die Leute zu retten, ne? Aber machen wir mal auf, nicht? Jetzt geht bei mir ganz klar, wenn die Lauter hier stehen. Er mal nur dieses T-Shirt, ja. Ja. Aber bei mir ist halt immer das Problem hier, kack Fenster. Genau die mittags bis abends Sonne, das heizt sich so auf. Und wenn du Fenster aufmachst, kommt noch mehr Wärme rein. So auf Sauna. Gefühlt. So, muss ich hier hin? Das ist gar nicht der Missionspunkt, ne? So optional, wahrscheinlich. Aber Missionspunkt ist ja hier. Warum denn nach Medizin tauchen? Achso, weil er hat ihn dir vorgeschnappt. Wegbühlt. Ja, hab ja auch grad die Schiffsglocke gekauft. Die Tauchglocke. Die Schiffsglocke. Ja. Da gibt's bestimmt Schätze, ne? Ach, er wieder. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Er wird niemals ein Pirat. Er kann sich Augenklappe Holz beinen. Der hat keine Piraten-Vibes. Ja, er kann nicht mal rum ab, anscheinend. Niemals Pirat. Sie können nun die Tauchglocke verwenden. Die Tauchglocke erlaubt ihm bestimmte Unterwassergebiete zu erreichen und zu erkunden. Zum Beispiel Schiffswracks und Cenotes? Sind es Cenotes? Hängen sie dorthin und halten sie einfach A. Wenn sie aufgefordert werden, die Tauchglocke. Okay. Wie der Bonner, der dich fast verraten hat vor... Ja. Schweinehund. Gebt mir etwas Fahrt! Aber es wendet sich ja alles. Man muss auch nicht mehr so tun, als wenn man ein Templer wäre. So. Wollen wir mal tauchen, wa? Roger, Rogers. Ja, pass auf. Was ist denn das? Roger, Roger. Roger, Roger. Gucken wir erst mal. Das erste Mal tauchen, ob das gut geht. Kann man da denn immer zurück und Atemluft holen? Erhalten, um vor Anker zu gehen und die Tauchglocke. Ja, ist doch unten. Warte mal, ich teste erst mal. Dann kann man hier wieder rein. Wegen Luft holen. Interagieren. Ah, okay. Man muss extra A drücken. Ich dachte immer, ich teste das lieber vorher. Besser ist das. Und natürlich Adlerauge hier. Oft cheating. Oh, Mann, Alter. Hallo, Frisus. Was ist das? Das sieht ja aus wie so eine antike Mine aus, ne? Interagieren. Dann steigt das nach. Ah, Luftfässer. Ach, nice. Alles Hass hier. Alles Hass. Schieben wir noch mal eine Runde. Auf Adlerauge. Du musst ja die Medizin finden, ne? Aber Atemanzeige. Man hat doch ganz schön Atem, ne? Muss man sagen. Rohfeuerqualle. Ja, da komme ich auch noch zur nächsten Truhe, wa? Weil die wird da irgendwie drin sein. Können wir doch lieber noch mal Luft holen. Gibt nichts Schlimmeres, als zu ertrinken. Ja, habe ich... Ja, okay. Oben ist ein Eingang. Hier? Oh. Du weißt ja, glaube ich, alles bei dem Spiel, wa? Der Profi, Digga. Ach so, hier. Das bestimmt die Medizin. Das ist so eine fette Truhe. Wenn eine Sequenz kommt, ne? Heißt immer, man macht es richtig. Oder auch nicht. Das ist jetzt die Medizin, oder was? Weg nach draußen finden. Okay. Da muss man jetzt aber ein bisschen... zusehen. Vor allem, weil ich da noch oben komme, irgendwie. Jetzt nicht in der Höhle ertrinken, ja. Auf den. Das hier. Lufttaschen. Schwimmen sie nach oben, um Lufttaschen zu finden? Ah. Lufttaschen? Da habe ich mich gerade verlesen. Nicht raten müsste. Acht bis neun Mal durchgezockt. Oha. Nice. Also findest du das Spiel auch geil. Könnt man sagen. Ich meine, wer mag den Teil nicht, ne? Ich kenne keinen. Tatsächlich. Oh, das ist jetzt aber gerade ein bisschen wild hier. Oh, oh. Au. Kinderhalsspiel. Und immer noch geil zu spielen. Oh, ich glaube, ich bin im Kreis getaucht. Ich habe schon eine Map, ne? Ne, da komme ich gar nicht zurück. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Aber da war ein Hai. Das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht überhaupt nicht gut aus. Weg von the shark. Sharknado. Incoming. Ich stehe hier erstmal. Oh. Was? Im Seetank kann man sich verstecken? Shit. Shark, shark, shark. Ich will nicht vom Schaf, äh, vom Schaf. Vom Shark gefressen werden. Heute nur Assassin's Creed, sonst nix. Ja, in der Woche gibt es nur noch Story Games. Ist so klar soweit, oder? Aber morgen ist Donnerstag, oder? Da gibt es entweder spiel ich Assassin's Creed weiter. Oder, äh, macht Drift Donnerstag. Heißt Breakfast und Mario Kart. Oh Mann, das ist jetzt gerade hier echt ätzend mit den Haien, ne? Magst du nicht. Uff. Das ist dann nochmal so Seetank, ja. So schön unten tauchen. Oh, er kommt, er kommt. Und weißt du, Haie haben den übelsten Geruchssinn. Unter Wasser. Aber wenn man im Seetank ist, wird man nicht entdeckt. Zieh durch jetzt. Macht Sinn mal wieder. Was ist der denn jetzt? Komm. Aber wie komme ich an der Oberfläche jetzt zurück? Ohne Scheiß. Mann, wie mache ich denn die Tochglocke, dass man wieder nach oben kommt? Ohne Scheiß jetzt. Interagieren. Ah, man muss den A gedrückt halten. Was ich geil finde, ist, ich bin ein Eishockey-Fan und meine Lieblingsmannschaft heißt in der Kölner Haie und bei dieser Mission muss ich immer an meine Mannschaft denken. Ich war früher oft bei den, äh, bei den Freezers, also Hamburg-Freezers. Und da wurde ja leider aufgelöst. Da war so Stimmung, das hat so geschockt. Eishockey finde ich nämlich auch, finde ich geiler als Fußball. Weil Fußball mag ich nicht. Das ist mit Bergfest. Ja, soll ich jetzt einen Bechern oder warum? Jetzt ist gelesen so viel. Charisma. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auch wie der Teufel. Hagezeichen? Fußball ist nicht meins. Guckt er nur EM oder WM, wenn ich... Ja, ich werde jetzt... Also EM guckt jetzt auch nur ab Viertelfinale vielleicht wieder jetzt. Irgendwie Samstag, Achtelfinale oder so. Da brennt die Lunte. Für das Publikum. Oi. Alles Theater. Gib deine Beute. Hat er sich Wunderkerzen im Gut gesteckt oder was? Was? Hörlischis. Aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um. Wir können daher so schnacken, wenn du Lust hast, Sophie. Ich bin nämlich auch mit Dennis noch im Discord. Weil der hat heute sein MacBook Pro bekommen. Der braucht ein bisschen Hilfe. Oh Gott. Ein bisschen. Sieht gut aus. Klar, und du bist das. Ich geh mir aus Prinzip in die Hose gemacht, weil du bis ich die Arme. Aus Prinzip schon. Sag es schnell. Ansonsten kümmere ich mich darum. Ja. Ein Haiangriff vermeiden. Hätte er mich einmal nicht gebissen. Mann, dann hätte ich 100%. Ach. Naja. Erste Mal tauchen. Oder aus Reflex. Ja. Da ist etwas unter uns, Captain. Ja. Aber lohnt sich das jetzt allgemein bei Wracks zu tauchen? Weil jetzt irgendwie so geil was geplündert hat man ja nicht, muss man ja mal sagen. Können wir sich für später natürlich merken. Wobei sieht man ja auch auf der Karte. Ich muss. Okay. Ich glaube, ich werde das nochmal einnehmen. Auf dem Weg. Also nur Geld mäßig, wa? Ich brauche Holz, ey. Damit ich meinen Rumpf. Also einmal habe ich jetzt heute auch Rumpf und Kanon noch abgegradet. Aber sonst? Mangelt mir das echt an Holz? Ich könnte jetzt Schnellreise hierhin machen, aber ich werde unterwegs das Fort einnehmen. Ich habe jetzt auch, was du meintest, hier zwei legendäre Schiffe habe ich schon entdeckt. Aber ich fahre da nicht hin. Das ist no way. Das mache ich noch nicht. Achso, hier ist auch noch. Warte mal. Bin ich denn jetzt schon wieder? Mal zentrieren. Äh. Wir können das jetzt noch einnehmen für zwei andere Richtungen. Dann fahren wir erst mal hier hin. Dann. Zack. So viel gar nicht mehr da. Ist sie schon wieder rausgequittet? Tatsache. Denn halt nicht. Ist immer so, wenn sie nach ihrer Nase geht, ich bin weg. Oder sie verliert ein Spiel, ich mache Ragequitt. Was weiß man noch, dass ich unter der Woche nur noch, also im Moment Story Games zocke, weil ich einfach zu viele habe. Man will ja die Spiele alle auch mal gern durchzocken, ne? Und gerade so ein Spiel, das dauert natürlich wieder, keine Ahnung, 20 Stunden oder so. Bei meiner Spielweise 30. Oh oh. Lohnt sich wahrscheinlich nicht. Schon nach. Wieso passiert mir sowas immer? Ja, weil man abgelenkt ist. Hauen wir mal eben noch vier Kilometer. Und dann ist man erst da. Zivilschiffe. Ich habe vorhin eine neue Fregatte erbeutet, zur Flotte hinzugefügt. Und was ich, ich, äh, ist, ich schieße auf sie und sie geht direkt unter. Bis man ein Gegnerschiff verwechselt. Richtig dämlich mal wieder. Ja, weil ich in Hafen bin, geht keine Reisegeschwindigkeit, ne? Ne. Von dem Teil mal, wobei gab es mal von Assassin's Creed einen Remaster? Ne, ne? Ja, so eine HD-Version. Aber so ein Remaster oder Remake gab es tatsächlich noch gar nicht. Der Teil wäre natürlich, der wäre Porno, wenn sie den nochmal in noch besserer Grafik machen würden. Man weiß ja auch, von wann kam es raus? 2013, ne? Krass. Bin ja immer sowieso scheiße auf Grafik. Ist natürlich auch gerade so Wasserdarstellung und so. Aber hauptsache, das Spiel macht Spaß, ne? Finde ich immer so. So. Wenn man das wieder eingenommen hat, wird ja auch ein bisschen nett wieder freigeschaltet. Sperrgebiet, jawohl. Das bringt auch immer nicht. Viermal Stoff. Moment mal, äh, so geht es gar nicht, ne? Wenn ich es so mache, dann kann ich vielleicht den Mörser benutzen. Okay. Weil der Mörser ist echt gut gegen so ein Ford, um das einzunehmen. Ich meine, meine Crew ist voll, ne? Es scheint noch zu leben. Ich muss noch ein bisschen heran. Okay, das ist zu, ne? Man sieht auch rein gar nichts. Feuer! Ihre Schwachstelle ist umgeschäft. Schießt! Warten auf dein Zeichen, Käpt'n! Was ist das hier denn so verlebelt? Man sieht ja rein gar nichts. Feuer! Käpt'n, ein paar Treffer hier und sie bricht. Wir nähern uns den Felsen, Sir. Wir sind bereit, Sir. Feuer! Da ist sie am Schlechten, Käpt'n! Feuer! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lass sie dafür bezahlen! Na komm. Feuer! Ja, Käpt'n! Da sind seine Fläge. Wo bin ich denn jetzt... ...gegengefahren? Schwarz- und Schwarzsegelberg! Und alles bis auf Hause ist. Jetzt gehen soll Segel! Eissegel an die Schunden! Feuer! Da haben wir es doch fast. Da haben wir es doch fast. Ja. Sie geht gleich unter! Ja, gar nicht wahr. Fast voll, volle, volle Schäde wollte ich gerade sagen. Fast voll, äh... Also fast nicht kaputt. So. Auf, Gein! Auf, Gein! Bergen! Alle Segelbergen, Männer! Da, wieder ein Offizier. Ja. Da kann man eigentlich ganz easy wieder einfach erschießen. Wow. Wo ist denn der? Ne, der wird da irgendwo... ...hoben sein. Sollen wir da auch irgendwie da hochklettern können, ne? Da ist er. Aus. Lose... Moment mal. Ja, die Truhe ist... Ja. Tschüss. Das ist jetzt das Vierte, glaube ich, das ich eingenommen habe. Es geht voran. Was ist das? Juguay. 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 Okay. Jetzt aus dem Menü Schnellreise machen, Tatsache. Die Schnellreise ist immer gut. Los, Segel, los geht's! Mehr Segel, alle Segel! Kann man eigentlich die Segel upgraden, dass man schneller ist? Ja, auch mal cool. Denn umso größer das Schiff, umso träger, ne? Aber, ach... Was, ich soll die Jack da aufrüsten? Also, wenn das da schon steht, dann sollte man das wahrscheinlich auch machen, ne? Wir zerschenken gleich ein Landketten! Ah. War das dumm. Wenn das schon steht... Oh, jetzt habe ich doch Mission starten gemacht. Ich wollte vom Steuerruder halt. Wenn da steht, äh... Schiff aufrüsten. Was zum Teufel ist dir geschehen? Ein Angriff? Aber von uns! Es war Blackbeard, der zuerst fass. Er griff eine britische Man-of-War an, der Idiot. Warum in Gottes Namen? Er sucht noch nach Medizin. Er ist durchgedreht, wenn du mich fragst. Ich hole ihn heim. Lass ihn, Mann! Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Ja, ja, ich werde es ja jetzt auch noch upgraden können, ne? Ausgesetzt, man hat wieder genug, ähm... Materialien. Hä? Kaufen, ja. Was ist eigentlich bei Aussehen? Hat man da irgendwie Skins, oder was? Oh. Fetzesegel, warum? Ach, das sind so kosmetische Dinger. Ach, was? Oh, natürlich mehr Jungfrauen, ne? Blumensegel. Vergoldete Segel. Das ist ja richtig auf Fläten. Aber wie viel es alleine da gibt, ne? Hm. Aber es wird ja dadurch nicht stärker, das Schiff. Ja. Und upgraden kann ich hier gar nicht viel. Äh, schwere Kanonen. Börser. Ja, das Börser ist eigentlich voll gut. Beziehung des Beibots. Ja, aber wann... Sag mal mal Wale. So halten wir fest, ich kann nur die Lagerung upgraden, oder? Den Ramm-Sporen. Da spare ich lieber das Geld, weil Rumpf ist wichtig. Brauche ich 4100... Was ist denn das? 100... Irgendwas. Keine Ahnung. Also upgraden bringt grad... War nix. Äh... So haben wir auch noch nix Neues? Ne. Dem geht's weiter, wa? Move out. Warp-Geschwindigkeit. Queen-Annes-Revenge ausfändig machen. Okay. Ist da was in der Nähe? Oh, ist aber ein Gebiet. Wend mal kann ich her. Warum ist hier die... Ah... Schnellreise nicht freigeschaltet, weil ich da nicht auf dem Aussichtsturm war. Ob nicht dumm. Ja, das nächstes Gelegene ist das hier. Aber hier ist wiederum die Insel freigeschaltet, obwohl ich den Turm nicht synchronisiert habe. Das checke ich nicht. Na, ich muss mal auf den Turm synchronisieren, damit da der Schnellreisepunkt aktiviert ist. Außer vielleicht, man ist während der Story dahin gekommen. Captain, da hinten ist ein Wrack. Sieht frisch aus. Ich sehe es. Was, wo? Hoffen wir, dass Thatch nicht dasselbe endet. Ach. Muss ich ja mal beäugen. Da ist noch so ein Wrack, Captain. Das sieht nicht gut aus. Aye. Schön wachsam bleiben. Oh, ich glaube, bis zu der Mission habe ich damals gespielt. Tatsächlich. Und bin da nicht weitergekommen. Das habe ich nicht gemeint. Sondern Thatch und Hornigold und ihren sinnlosen Kleinen. Was ist Hornigold? Oh doch. Aye. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste für die Leute in Nassau. Oh Mann. Der beste Kurs für uns? Eine Stadt retten, die nicht viel wert ist. Wir sind alles, können wir kennen. Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Wo immer wir sind. Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reichtum, nicht mit. Fänden wir das Observatorium? Hätten wir genug Geld, um ganz England zu kaufen? Dann würden wir über diese Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauer. Das sind große Worte, Käpt'n. Aber segelst du für deine Crew oder für dich selbst? Ich will das Beste für die Männer, Adi. Wirklich. Aber das schmeckt... Oh, optionales Missionsziel geschafft. Wow. Das heißt nichts Gutes, ne? Hier ist ja alles irgendwie kaputte Schiffe. Die blöde Befürchtung, gleich kommt ein Pfeid, den ich nicht schaffe. Ist da was? Hier ist ein Bär. Ich dachte gerade, das wäre ein Segel gewesen. Das können bloß so ein Schiff sein, ne? Begatte. Naja. Ah. Wo muss ich denn... Was für ein Gebiet muss ich denn absuchen? Ja, hier ist aber nichts. Muss ich so ein Riesenschiff finden? Wahrscheinlich. Aber finde es nicht. Also was mache ich jetzt? Brigatte Stufe 40. Da ist sie doch. Adi, sieh da. Das ist die Käpt'n, die Queen Anne's Revenge. Und sie sieht nicht gut aus. Keine Abstimmung. Fetch ist unterlegen. Die Crew wird verstehen. Auf die Station, Leute. Wir segeln in die Hölle. Na super. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Sicher an Land. Ich dachte, jetzt kommt so ein See-Fight. Mit Schmöckes, Jungs. Und sie nieder. Raus aus dem Wind. Alle Segelbergen habt ihr nicht gehört. Das wird überwältigt. Ich gehe an Land. Und ich lasse die Janko kreisen. Jo, mach das. Wenn man für die Schnellreise erstmal den Form da synchronisieren. Sollte man nicht unterschätzen. Dann wird er nicht mit. Sollte man nicht tej hoch ist. Aber sie wollen nicht. Ja, Leute. iratende Musik. Meist die Musik will. Aber sie würde mich überwältigen. Diesmal hat es auch geklappt. Aloha, na? Was macht der Macbook? Aloha, passt da gerade, ne? Auf Pirat hier. Oh, fuck off. Aber erstmal Beute hier. Erstmal Plündern. Man. Jetzt macht er die Truhe nicht auf wegen Kampf. Hat ich was Bücherlesen auch auf ein solches Gewimmel vorbereitet? Meister, vorne. Eines ist sicher. Man lernt mehr aus Taten als aus Büchern. Vergiss das nicht. Oh, den muss ich immer in der Komo kriegen. Oh. Im Dienst einer guten Sache. Medizin, meinst du, hoffentlich. Ich war immer so schwer hier. Wenn wir die Rotrücken loswerden, holen wir sie vielleicht ein. Bleib standhaft, Bonnet. Die Waffen bereit und den Rücken zur See. Zack. Beruhigt mich nur ungewöhnlich. Ist ja doch etwas... Ja, natürlich. Aber es ist viel so intuitiv, ne? Unsere Galleone ist aber von den Engländern. Oh nein. Das Kriegsschiff entern. Oh, ich habe so das Gefühl, es ist eine richtig geile Mission. Ich bin zurück zu Jackmo, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst brauche ich einen Steuermann. Zur Befehlung. Mach ich. Eui, eui, Käpt'n. Was? Was ist denn? Boah. Das ist aber ein Riesenschiff, ne? Hier ist eigentlich nicht so wirklich Bock drauf, weil... Kann man auch nicht sehen. Es schießt schon. Level 49. Fuck off. Oh, volle Brightseide hier. Ja, einfach gesagt. Oh nein. Das ist das Dümmste, was man machen kann, ne? Querstellen. Warte nach. Cannon's already. Ich bin fast kaputt. Das wird, glaube ich, nichts. Ich gehe drauf. Ja. Boah, das ist... Ich glaube, bis zu dem Punkt habe ich damals gespielt, weil das irgendwie ungefühlt... Also gefühlt unschaffbar war, dass... das Schiff zu besiegen. Aber fahre ich jetzt mit der Jackdaw? Ist das mein eigenes Schiff? Irgendwann stand er eben durch Rauchbomben. Was ist denn hier los? Was ist mit dem Schiff kaputt? Was ist mit meinem Schiff los? Oh, fuck. Wenn einem das schon entgegenkommt, ne? Scheiße. Das werde ich niemals kaputt kriegen. Deswegen stand doch eben... Oh, Schiff upgraden. Müß schneller sein. Ja, guck mal. Da treffen mich alle Salben. Keine Chance. Ja, das wäre nix. Hat man keine Chance? Oder habe ich es doch tatsächlich gerade noch geschafft? Weil ihr speichert. Das war aber mehr als knapp. Ach, die Queen habe ich gerade. Habe ich schon gewundert, warum man so viel Kanun feuert, aber war trotzdem nicht einfach. Ganz ruhig, hab das Game zweimal durch, dann schaffst du das auch. Ach. Das war aber knapp, ja. Ach du meine Lieber. Let's go. Immer da. Das hätte man so eleganter machen können, aber... naja. Aufpassen auf die Typen mit irgendwelchen... Musketen oder was das sind. Und auf die hier müssen wir aufpassen. Auf die Dinge. Wo ist denn der, der hier rumschießt? Na ja, wahrscheinlich da oben drauf. Wo ich jetzt nicht hochkomme. Schick, schick zur Hölle! Das sollte geklappt haben. Ich bin ein einfacher Mann und kein Mörder. Sachter. Und wenn ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht... Du frisst Haifisch-Dreck-Großmaul. Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston. Der König versprach ein Pardon. Käpt'n, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Tempel. Such dir an die legendäre Schiffe, die sind was Besonderes. Ja, zwei hab ich schon entdeckt, aber ich fahr da nicht hin. Ich fahr da nicht hin. Trau mich nicht. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo! Äh, waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit... ...die ein Glücksritter wohl braucht. Ich treffe mich in Charlestown. Heute in einem Monat. Heute in einem Monat, okay. Und wir in einem Monat wieder. Zum Ende eher machbar? Okay, ja, ich bin ja noch... Ich habe immer das Problem, dass ich zum Beispiel kein Holz finde. Oder kein Holz erbeute. Dass du zum Beispiel zum Rumpfausbau brauchst. Das ist irgendwie... Ich mache irgendwas verkehrt, du. Kannonen habe ich schon zweimal upgrade, aber Rumpf... ...sieht man ja auch oben links. Irgendwie nur sechs Balken. Dummerweise. Wo muss ich denn jetzt wieder hin? Hier ist ein legendäres Schiff. Ich meine natürlich ordentlich Asche. Hier ist Florida, ne? Oder? Abaco Island. Mist. Ihr wollt nach Abaco Island. Aber per Schnellreise, ne? Diese Stockhaus-Stimme macht mich... Ja, ne? Ich war auch gerade am überlegen. Hier sind aber ganz viele Stimmen, die kennt man halt, ne? Die synchronen Stimmen. Auch von Jack Sparrow, David Nathan, war der Gouverneur am Anfang hier. Hätte die Sinnprogramm. Wäre natürlich lustig gewesen, wenn sie Edward Conway hier die Stimme gegeben hätten, ne? Aber ist ja nun mal kein Fluch der Karibik-Spiel. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigen Sie es! Was ist denn hier jetzt los? Wieso soll ich da denn draufschießen? Feuer! Ah! Feuer! Nein! Feuer! Wieso habe ich denn Feuerkanon? Die brennen irgendwie meine Geschosse. Feuer! Geschosse? Die Kugel. Wo sind die verdammten Zinschnüre? Ja komm, die versenken wir. Scheiß auf Enter. Feuer! Ha ha ha! Ich steh'n am Tor zur Hölle! Feuer! Jetzt haben wir den Engländern geholfen, die Spanier zu versenken. Oh! Großsegeltieren macht schon! Feuer! Alle Segelaffen! Oh, nicht rammen lassen! Nicht rammen lassen! Was ist der Desynchronisationsstippel vor? Warum? Feuer! 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 Zieht euch! Feuer! Feuer! Aber oben sieht man dreimal so Kopfgelddingen, ne? Wie fährt man das denn los? Was? Oh, 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 oh! Alle setzen und schafft zum Winter ausrechten! Und uns könnte das doch retten! Feuer! Feuer! Ja! Der Markenbefehle! Feuer! Feuer! Ich hab's erst mal Boote eingesnackt hier. Oh, oh! Oh! Feuer! 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 Es ging voll daneben. Bam. Ich wollte es nicht versenken. Weil dann kriegt man ja weniger Beute. Echt dumm Kopf. Ja, 41 Metall. Ist okay. Komm. Schießen wir die Segel kaputt. Die ramme ich jetzt. Ist egal. Können ja nicht mehr abhauen. Also rein da. Jetzt habe ich 20 Holz bekommen und ich brauche 400. Das ist Upgrade. Dann wandeln Sie in ein Wrack. Alle Segel, Sie verdreht das. Setz Hauptrahmen und Marssegel. Let's go. Was ist mit dem Schiff da hinten? Ach so. Das bringt halt gar nichts. Die sind teilweise Engländers. Bekämmt sich denn da schon wieder? Spanier? So und die Engländer Brick. Okay. Den könnte ich glaube ich auch rammen. Das wäre schon so ein One-Shot-Ding. Wollen wir ihn kaputt machen? Nee. Muss ich ja nicht mit einen anlegen. Heyo, Bonnet. Heyo. Endlich deine eigene Flagge. Ja, Blackbird schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na großartig. Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward? Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Drumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir. Möge die See euch gerogen sein. Es geht voran, ne? Bis auf die Schiff-Upgrades haben wir schon einiges geschafft. Hat ja bald mich schlau machen können, nicht wie viel Spielzeit das Game hat, aber ja. Einfach zocken. Liebt man euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin war meine einzige Forderung. Und doch sechs Tage Gott verdammtes Schweigen. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Tja, was machst du denn? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Reue, Edward. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Fährt er rein. Und wo ist die Medizin? Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ja, dann müssen wir mal nachschauen. Ich mach das. Gib mir einen Tag. Na klar. Spielzeit von 60 bis 80 Stunden. Aber nur die Hauptstory? Ich glaube, wenn man alles machen würde, wahrscheinlich. Wenn du alles zu 100% haben willst, okay, ja, das ist auch realistisch. Aber ich spiele erst mal hauptsächlich die Hauptstory durch und noch ein paar andere Teile auf dem Scherben, weißt du? Aber das ist so ein Spiel, das kann man auch immer geil zwischendurch so zocken, ne? Ehrlich. Das Kanonbootverfolger. Das ist ja richtig so ein ekliges Gebiet. Soll ich es 1 zu 1 die Route fahren? Wie das Kanonboot? Vorsicht, Käpt'n. Wir driften auf einen Wachtturm zu. Was? Oh, oh. Auch für die Story musst du grinden, um das Schiff zu verbessern. Ne, ich merk das schon. Da kommt man nicht drum rum. Was, wir werden nicht entdeckt? Seid doch mal leise hier. Jetzt Abfahrt. So auf die Wachtürme aufpassen. Leicht vom Windabfall. Was denkt der Käpt'n sich denn? Wenn der Nebel sich verzieht, gibt es keinen Ausweg. Bleib bei halbem Segel, Käpt'n. Die Schwindigkeit ist hier kein Vorteil. Ja, aber ich darf ja auch nicht zu weit weg von Ihnen. Pass auf, die Sanddenkel. Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Käpt'n. Oh, shit. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Alle Halt! Oh, da vorm Schilf. Einholen. Großsegelreffen. Einfach der Käpt'n zur See. Ich habe hier Patent ABC und die 6. Das soll erst mal wieder hier irgendwie die Wachdinger ausschalten. Die Glocken wahrscheinlich. Der Kapitän zur See. No way. Ich weiß mal nicht, was das heißt, ist aber sauegal. Es sitzt hier im Junk. Double Kill? Ja. Was wäre sonst nach hinten losgegangen? Gucken wir die Maka nochmal? Was, dass mich keiner sieht, ey. Ich habe eine Idee. Ja, oder auch nicht. Da kommt einer. Da kommt einer. Ist jetzt wieder aufs Schiff? Anscheinend. So, denke ich mal. Nee, oder? Achso, Schwergebiet, ja. Seesegel setzen. Jetzt geht es wieder auf den Wasserwalder. Ich sehe sie. Da drüben. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Hm. Vielleicht. Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Ja, mache ich ja nicht. Scheiße, ich habe mich verfahren. Oder? Nee. Nicht tot. Fahr zulegen. Immer mit der Ruhe, Captain. Leicht vom Wind abfallen. Wow, wow. Langsam, langsam. Wir entkommen uns, Captain. Wir sind zu dicht, oder? Ich komme zurück. Mit der Medizin. Ah, die haben angelegt. Habe ich ein Glück gehabt. Uuh. Das wollte ich gerade eher drücken fürs Fernglas. Ich bin doch ein Landmensch. Das könnte ja wieder wieder was werden. Oh, die Musik passt aber gerade zum Spiel. Betsy, Radio mit den Leuten. Dankeschön, Digi. Und hallo, Piwi. Und an den Rest, hello. Bei dir gab es glaube ich Street Fighter und Final 7 eben doch so, ne? Wischen. Der ist er wieder. Oh, Vorsicht. Alligator-Viechers. Bin ich hier richtig, um die zu verfolgen? Das sind natürlich Krokodile. Das kommt nicht gut. Oh, ich glaube, die sehen mich. Shit. Ja. Ich bin froh sein, dass ich heute gute Laune habe. Weil ich musste ja verfolgen, dummerweise. Oh, wer ist das da? Oh, oh. Nein. Guck doch, halt an die. Oh. Ich werde mal kriegen die Wrestling. Scheiße. Oh, wieder. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. ganz gut. Ganz gut schön. Krokodile an die, ne? Habe ich doch gesagt. Oh. Ich glaube, ich darf nämlich nicht entdeckt werden. Glaube ich. bei denen an Bord wüten. Syphilis und Skorboot. Jede Wette. Diese Piratenschiffe sind nichts als verpestete Särge. Ich gehe jetzt aber nicht wieder durchs Wasser, ne? Das ist ja... Phil raided auch noch rein. Hallo. Phil war übrigens seit langer Zeit mal wieder live heute. Könnt ihr natürlich auch mal gerne vorbeigucken. Jetzt nehme ich Star Wars Force Unleashed gespielt. auch ein sehr cooles Spiel. Warum geht Shoutout nicht? Ach, hat Dani schon gemacht. Dani, bester Mann. Dani macht heute alles klar. Schloss, hallo. Was habe ich nicht... Bin ich aus dem Konzept, ne? Boah, hat noch geklappt. Ja, vielen Dank für deinen Raid-Fail. Na du, alles klar soweit? Wie läuft es in der Karibik? Also aktuell sieht es eher aus wie... Also nicht wie Karibik. Sieht ein bisschen moderrig hier aus. Sumpfgebiet, aber... Das wird schon doof. Mach ich eben vorbeigehen, wie man sieht. Was halt natürlich ein bisschen aufhält, ist so das eigene Schiff abzugreifen, ne? Da... Ich hab echt Probleme an Holz zu kommen. Ja, hallo. Ryder, bist du das? Nee. Dann beeil dich. Ich muss da hin. Du wirst verwartet und du weißt ja wie. Oh mein Gott. Wer hat ihn? Wer hat ihn? Ich sag's doch. Bruder. Um Himmels Willen. Bruder. Ich sagte doch, da war was. Hab ich's nicht gesagt? Ja, auch die haben Probleme mit Krokodilen. Nein, nicht die Glocke, Leute. Ah, verdammt. Aber ich hab's glaube ich noch geschafft, rechtzeitig. Da ist nämlich die ganze Bestärkung. Puh. So viel Krokodile aufpassen, ne? So muss ich die auch noch belauschen, ne? Shit. Entschuldigung, bitte, Sir. Es gab einen Unglücksfall. Gestreiter Simon. Dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldaten? Sprich. Unverändert, Sir. Sie halten durch. Haben aber noch keine Garten, Bisschen tricky gerade. Zumindest, soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten. Was für eine Stadt? sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Ist ja irgendwie Sumpfhülle. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand diese Medizin an. Und wenn Pest und Cholera sie alle dahin raffen. Verfluchter Idiot. Was? Idioter. Piraten! Was? Achso, die haben das Schiff entdeckt. Alles gut mit dir. Die Britenfresse ist alles gut, ja. Den Kapitän Eliminian. Okay, let's go. Speedrun-Modus activated. Tut doch etwas, ihr Narren! Wie Phil immer sagt, den Parcours-Freunden, ne? Oh, er ist zu weit weg. Hilfe! Er ist zu schnell. Was geht hier vor? Vorsicht mit den Schießpult-Aufessern! Boah! Haltet ihn! Ey, wie soll ich denn hier lebendig durchkommen? Ohne Scheiß. Ja, immer die Parcours nach. Aber gerade ist ein bisschen... Was mach ich? Einfach gesagt. Warst du an der Stelle auch schon? Das ist gerade ein bisschen... Muss erst mal checken, welchen Parcours? Oh. Und vor allen Dingen schnell sein. Das war jetzt schon wieder ein Fehler eben an der Ecke. Tötet ihn! Tötet ihn! Jemand verfolgt den Hauptmann! Soll ich übere Dächer weiter? Ja. Hier kommt jetzt wieder die Tricky-Stelle. Aber einfach durch. Hilfe! Moment mal, kann ich nicht einfach auf ihn schießen? Ich habe doch meine Pistole ausrüsten. Okay, Parcours folgen. Ich folge dem Parcours. Oh, 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 oh. Ob das so gut ist? Krokodil? Mann! Tötet ihn! Tötet ihn! Ich habe ihn noch gleich. Ich habe ihn gleich. Jetzt schieße ich einfach auf ihn. Ja, ich habe daneben geschossen. Haltet ihn! Ja! Was geht hier vor? Oh Gott! Oh Gott, steh mir bei! Man muss, kann ihn auch töten, wenn man lange genug ist mit Pistole. Aber wenn man bis zum Ende durchhängt, gibt es eine geheime und coole Cut-Zien. Das schreibst du jetzt. Oh Mann! Oh Mann, ey! Hätte ich das mal vorher gelesen. Ach, nö. Jetzt habe ich ihn auf langweilige Weise besiegt. Ich hatte es beim Anfang der zweiten Verfolgung gelesen. Aber hast du ihn nicht gesehen? Ja, macht nix. Trotzin ärgerlich, sowas. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Aber auch das war jetzt wieder eine richtig coole Mission, ne? So mit Schleichfahrt durch den Sumpf durch den Anland. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sie, mein Freund. Ich bin in meinem vierten Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein fünftes eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Käpt'n zu nennen. Oha. Wir sehen uns wieder, Junge. In dieser Welt. Oder dir darunter. Ja, okay. Nenn er in der Hölle. Schlafpfeile gegen Krokodile einsetzen, das hätte man ja auch machen können. Aber an sowas denkt man ja gar nicht. Ach, komm. Man guckt sich ja auch im Normalfall nicht die optionalen Ziele an, ne? Und ja keine Platin-Trophäe machen. Geht ja auch nicht. Ganz entspannt. Wo war denn der Aufzug nochmal da? Hier drüben. Bereit? Er erwartet uns. Ach, diese Sequenzen sind so lame, ne? Die werde ich nie mögen. Wo muss ich denn hin? Da. Na klar. Na klar. Ja, und wer weiß, was der Unterschied zwischen Boot und Schiff ist. Jetzt ist er ruhig. Ah, diese Abschnitte, die sind nicht schön. Die brauchen wir eigentlich. Hallo, sa va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi Melanie, ich habe Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie kurz allein sprechen. Leticia ist am Telefon und wir sprechen über das Canway-Projekt. Mais oui, natürlich. Das tut mir leid. Ich ruf Sie dann an. Ja. Ich soll jetzt hier warten oder was? Hallo, Baden. Baden. Muss ich an den Clip denken. Hallo, Baden. Okay. Was hier ist nix? Ja, okay. Du weißt, was ich meine. Baden. Anfänger alleine. Anfänger. Aha. Ah, eine interessante Sicherheitsmaßnahme sieht aus, als müsstest du die Zahlkomponation finden, um die Welle anzupassen. Äh. Kinderspiel? Wie geht denn das? Sobald du die richtige Zahlkomponation hast, solltest du Zugriff bekommen. Hä? Bist du schon wieder zu blöd dafür, oder was? Ach, hier kann man die Länge der Wellen anstellen? Scheint. Dann müsste das ja breiter sein. Nee. Boah, ich komm mit der Steuerung grad nicht klar, ne? Das ist grad schon mal gut aus. 200er IQ. Bist du schon wieder? 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 Und wenn wir Informationen zu Assassinen, Templern oder dem Observatorium wollen oder was auch immer uns interessiert, Olivier, wirst du sie liefern? Basta. Basta. Stalker. Wir wollen sie ja nicht aufhalten, aber im Moment fehlen uns einfach die Ressourcen und die Nachforschungen verdoppeln zu können. Es ist ihr Job, da die Balance zu finden. Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein Mittel, um größere und wichtigere Projekte zu bezahlen. So funktioniert eben die Welt. Schmutziges Geld bezahlt saubere Kliniken. Verstehen Sie? Boah, wie in echt. Wir sind an Bord, Leticia. Keine Sorge. Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit. M&D. Gut. Vielen Dank Ihnen beiden. Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden. Bis dahin. Wir sehen uns beim Aktionärsmeeting, Olivier. Ich freue mich darauf. Ey, sowas von unsympathisch, ne? Auch wo man das erste Mal bei dem war. Ihr telefoniert so die ganze Zeit. Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch. Kommen Sie. Also, was jetzt? Wer tun, was die Lady verlaut? Chef halt, ne? Aber es gibt auch nette Chefs. Die sind nicht alle so, ja. Bin ich in der gute Serie gestern angefangen. Nur am Lachen gewesen, ne? In Bezug auf Chefs. Warum brichst du nicht in Olivier's Büro ein und schaust, ob du seinen Termin plant findest? Oh, was? Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker. Was macht die Tür auf? Ähm, die Discounter. Die Spamazon Prime zu gucken. Also tu einfach was. Das ist echt gut, ey. So Geheimtipp vom Kumpel, wo, äh, wir meinen so, ja, sind auch immer nur so eine Folge geht nur 15 Minuten oder so. Ey, ich hab mich weggeschmissen. Ich hab fast eine Staffel gestern Abend noch komplett geguckt. Also die komplette erste Staffel bis zur achten Folge oder so. Achso, ja, jetzt mich wieder an der Take My Camera. Das ist verkehrt. Ich soll ja in sein Büro einbrechen, aber kommen wir gar nicht zurück. Oder man muss einen anderen Weg gehen. Hm. Vielleicht kann man ja klettern. Dann, wenn die so lustig ist, hätten wir eine Serienabend machen müssen. Ja, ich kann jetzt, muss ja nicht unbedingt weiter gucken, weil das, das ist echt so ein Ding, das können wir echt gut zusammen gucken. Gucke ich heute Abend nicht weiter, gucke ich halt nochmal mit von vorne, weil es echt, sind auch nur drei Staffeln, aber ehrlich gelacht gestern, ey. jetzt muss ich über den irgendwie in sein Büro einbrechen. Okay. Okay, soll ich von der Terrasse hüpfen? Das sieht echt aus wie bei SimCity, ne? haben sie irgendwie so Knudelgrafik genommen. Naja. Wenn es schnell geht, dann komme ich auch wieder in die Karibik anstatt diese blöden Real Life. Hm. Die Mondlandung ist fake. Die haben das mit einer Polo heute in der Garage bei des Onkels gedreht. So, jetzt habe ich wieder nicht zugehört. Was muss ich machen? Einfach hier durch mit einem Punkt oder was? Kommt. Oh, Deger. Wenn das jetzt richtig ist, bin ich echt Profi. Profi-Hager. Einfach durch wie bei Terminator Resistance. Ich möchte den Pastor gar nicht hier drauf. Tatsächlich nicht. Also, das liest sich jetzt keiner durch. Ganz ehrlich. Das habe ich auf Stream Deck gepackt. Anscheinend nicht. Resistance. War das der Teil aus... Das war nicht... War das der Ego-Shooter oder der Third-Person-Shooter? Perfekt. Nee, Redemption habe ich mal live gespielt. Nee, Redemption habe ich live gespielt. Was hattest du dir nämlich mal gewünscht? Ich glaube, für Kanalpunkte war das. Wo ich denn verzweifelt bin... Gleich glaube ich wie immer. Was ist jetzt den gleichen Weg? Äh, genau. Ich habe diese Farmmission habe ich nicht geschafft, tatsächlich. Sag mal, wie komme ich denn jetzt hier raus? Sie über den Computer was machen? Nee. Was ist das? Was ist das? QR-Code. Sollt ihr mal mit dem Handy scannen? Mit dem Handy scannen so? Ich wäre da was gekommen. Auf Easter Egg. Scheiße, hätte man mal machen müssen. Jetzt geht die Tür einfach auf. Ihm ging es nicht. Und jetzt drunter zur Lobby, bevor ich deinen Ohrstöpsel fernzünde. Hä, hä, hä. Ohrstöpsel fernzünden? Jetzt muss ich an die GTA 5 Mission denken. Bei diesen... Wie hieß die Firma da noch? Facebook so nachmache, wo das Handy explodiert. Fernzünder so vom Fernseher. Der Typ am Kommen lenken ist irgendwie richtig. Sag ich doch. Da wurde es eigentlich, der ist unsympathisch, ne? Ich habe geübt. Ich glaube, er war ein bisschen zu lang. Ach, komm. Das ist keine Kryptografie, um Gottes Willen. Nur scheiß Kaffee. Ahurah! Ah, unser alter Freund wieder. Hallo, ich wurde angerufen und soll wieder was abholen. Oh? Du hast gesagt, Was war das gerade? Oh? Ja, das ist sowas wie ein Bonus. Zeig mal. Oh Mann. Eine Konferenz in Chicago. Sehr nett. Vielen Dank dafür. Wir bleiben in Kontakt. Sorry, Rebecca. Schreib mir. Vergiss es, Hastings. Aber echt scheiße. Ohne viel. Ich gucke die Serie nicht weiter. Das müssen wir echt zusammen gucken. Sehr gut, mein Frucht. Wollt ja mal sowieso mal so Discord-Filmabende machen. Du bist doch gut. Mal gucken, wann. Versprochen. Wir beschützen dich. Vertraue mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Ich gehe raus. Ich bin in den Karibik. Hör wäre schlecht. Ja, ja, ja. Wenn ich zock oder so, ich würde mir dann auch kein, also nicht zocken. Vorher. Weil du musst ja wieder Clips schneiden, Let's Plays schneiden. Und das sieht sie. Warte, ist noch ein QR-Code. Ich mache das jetzt mit der Handycam. Wer ist das ein Easter Egg? Wer weiß. Ne. Wäre aber lustig gewesen. Aber ich glaube 2013 war das auch gar nicht so aktuell mit QR-Codes, ne? Wobei, im Spiel ja auch. Ich glaube, das ist ja doch schon. Was muss ich jetzt noch machen? Ja, was muss ich denn machen schon wieder? Hm. Okay. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwart. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lasse ich dich holen. Bestimmt. Caroline, komm weg da. Nicht überanstrengen. Hä, wieso denn überanstrengen, wenn man mit einem redet? Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline. Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Geh mal mit, mit ihren Beziehungskrisen hier. Das fing schon damals bei Ezio an. Bei Assassin's Creed 2. Das zieht sich über jedes Spiel. Versuchst du deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Das ist aber, ist das die von eben? Aus der Sequenz? Ich glaube, das ist eine andere. Der steht eindeutig auf Rothaarige. Welche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Die Tavernolle. Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Weg von meiner Lady. Was eigentlich cool wäre, wenn man jetzt so Far Cry mäßig, wenn man auf Land ist, auch ein Fernglas hätte, dass man auch ein bisschen lunzen könnte, aber kann man nicht. Ja, hier sind ganz viele berühmte Synchronstimmen in dem Spiel. Unter anderem, die von Jack Sparrow. Entschuldige, Captain Jack Sparrow. Bitten um Palais. Palais. Piratenkodex. Ah, leh. Oh, der Besoffene. Tö, das war's denn wohl. King George ist unsere Sperrenzien entgiltig leid. Wer ist der Grimmige? Das ist Captain Woods Rogers. Kein Mann, der mein Gesicht sehen sollte. Deswegen hat er auch... Wir bitten ein Parallel mit den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel... Das ist der Gouverneur, der hat von Jack Sparrow, die Captain Jack Sparrow, die Synchron. David Nathan. David Ponygold und Ed Patch. Tretet vor, wenn's recht ist. Ist wegen des Pardons? Alis, nicht... Nicht Pardons. Was habt ihr Männer vor? Ich bin dankbar für eure Gastfreundschaft, Captain Hornigold. Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Gouverneur. Genau. Wow. Per dem Plan. Was ist denn jetzt? Oh. Wann geht die da an? Oh, shit. Verfolgt die übers Dach. Ist mir zu riskant. Ich bin doch nah dran. Warum kommt denn manchmal der Timer? Oh, no way. Oh, ist das jetzt schlau zu schießen? Er hat's aufgegeben, mich zu gucken. Oh, nein. Er kann weit gucken. Er hat Augen. Ich glaube, ich gehe hier hin. Ob das Dach. Nein, das wollte ich nicht. Er kann weit gucken. Ja. Was sollt ihr denn sonst sagen? Er kann weit gucken. Im Nachhinein hört sich das dumm an, ne? Ja, dafür bin ich aber die Fähigkeit Adlerauge, ne? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Zumindest nicht so. Commodore. Muss ich mir an Commodore Beckett denken. Ekliger Typ. Man duckt dich hinter der Mauer. Muss da hinterher. Ist gerade ein bisschen kritisch. Oh, nein. Oh, nein. Na, frech. Muss aufpassen, weil er weit gucken kann, ne? Norrington. Was habe ich gesagt? Irgendwas. Komm mal, doch Norrington. Ja. Wie hieß denn der Andere? Es gab auch noch einen Anderen. Ist ja auch ein Beckett. Norrington war doch der am Anfang, der Elisabeth heiraten sollte, ne? Es gab noch einen Anderen. Oder war da nicht Commodore? Ich weiß es nicht mal. Gibt es hier einen, der Beckett hieß? Pfft. 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 Ey, das hier, man, sollte man viel öfter nutzen. Das hat bloß nicht so eine Reichweite. Zack. Nacht. Pfft. 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 Tattler Beckett, den meinte ich, ja, ja, den meinte ich. Aber der wird, glaube ich, erst später, äh, Lord. War der nicht vorher auch Kommandore? Oder Kommodore? Der wird, glaube ich, erst in Teil 3 zum Lord. Da muss man noch mal nachgucken. Ja, wenn Herr Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Okay, das war's, glaube ich, mit der Schleichpassage, oder? Nichts sehen lassen, ja. Weil ich habe auch kein Missionsziel, wo ich jetzt nicht gesehen hin muss. Nee, er war sogar Lehrer, aber das kommt nicht im Film vor. Das kann man auf der Pirates of the Caribbean Wiki nachlesen. in die Burg eindringen. Ja, aber da gehe ich aber an einem Vorsprung hängen und Wachen töten. Nur von 3. Ich komme doch bestimmt auf einem anderen Weg da rein. Das sieht hier schon so. Es regnet jetzt auch noch. Ich kann da nicht hochklettern, ne? Durch den Haupteingang? No way. Weil jetzt sind nur zwei Wachen da, ne? Sind nur zwei. Aber es steht ja nicht, dass ich nicht gesehen werden darf. Ja, okay. Das Tor ist natürlich zu. Das habe ich nicht bedacht. Da kann man wieder Stellen suchen, wo man klettern könnte. Da nicht. Bestimmt über außerhalb. Oh, das hat einer gesehen. Ach man, wieso habe ich den immer entdeckt? Er wirkt. Ja, er wirkt. Nein, er schießt. Er schießt. Er schießt. Ruhe. Er wirkt. Aber die sind mit den Äxten, ne? Die sind eblich. Ich wurde entdeckt. Also diese Stealth-Einlagen. Was? Bin essen. Denn bis später. Denn bis später. Der hat mal guten Hunger. Bis später. Oh. Ja, in das Vor muss ich noch rein. Mission muss man jetzt noch kompletieren. Aber ich glaube, auf dem Weg ist gar nicht verkehrt. Zack. Du bist weg. Die auf den Dächern, ne? Die können richtig weit gucken. Oh, er hat's gesehen. Aber er hat sich schnell wieder beruhigt. Das ist gut. Oh, 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 oh. Ist das sein fucking Ernst? So, ich komme doch bestimmt wieder runtergefallen ist. Hier komme ich nicht hochgeklettert, ne? Nein, nein. Das wäre auch zu easy. War ja wieder klar. Keine... Achso, aufpassen wegen der Alarmglocke. Auf welchem Weg komme ich denn illegal in die Burg? Muss der irgendwo hier gehen? Ja, wenn dir schon ein Parcours irgendwie vorgegeben ist. Wahrscheinlich hier irgendwo. Auch nicht. Das sieht gerade echt schlecht aus vom Weg her. Mann, auch nirgendwo hoch, ne? Hm. Der den Baum hoch? Tatsache. Das sieht gut aus. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Ich darf keinen Alarm auslösen, ne? Fuck. Keine Betäubungspfeile mehr. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt. Na, er kommt her. Der Gouverneur oder Vize-Gouverneur auf einer unserer Anpflanzungen im Übersee jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begabt werden. Nein. Ah, fuck off. Alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure und nach Forten, Burgen und andere Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere... Nein, ich wollte entdeckt, ne? Alle unsere gefährischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern. sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Wenn der jetzt noch wegguckt... Ja, perfekt. Ui, 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 ui. Ich hoffe, ihr wählt den rechten Kurs, Gentleman. Und akzeptiert die Begnadigung, sobald ihr mit euch im Reinen seid. Denn bis es soweit ist, dürft ihr allesamt Nassau nicht verlassen. Es tut mir sehr leid. Doch im Vergleich zu einer Anklage ist das Pardon eure beste Chance. Der Gouverneur drückt sich viel zu freundlich aus. Verbreitet dieses. Akzeptiert es so mit Schutz. Sonst schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauer und brechen euch eure Hälse. Frieden! Nicht die Hälse brellen. Wir sind Gesandte, keine Scharfrichter. Noch nicht. Oh, vielen Dank, Sir. Gott segne euch. Ich sehe dies als winkte Schicksalsmänner. Wir sollten das Pardon annehmen und was uns unter der Rede erlässt. Ich hänge lieber, als mich diesem Hampelmann zu ergeben. Gehe zum Arzt, Wayne. Wir hatten eine seltene Gelegenheit, eine Chance aus etwas Gemeinem eine Regierung zu formen. getragen von Männern mit Visionen. Nur zwei Jahre setzt mir sie aufgrund. Diesen Fehler mache ich nicht noch mal. Er sagt die Wahrheit. Und ihr Weltmeer ertragt sie nicht? Adieu, ihr versoffenen Achterdeckbauern. Wir sehen uns am Galgen. Ihr seid tote Männer! Bastarde! Na, wie frech. Ich brauche einen Schnaps. Das ist immer eine gute Idee, ne? Immer schon komplett. Mübel und Palette. Die Alarmannocke sabotieren. Ja. Hat es gemacht. Nicht. Mal wieder die Pistole ausrüsten, ne? Jetzt haben wir den noch. Rauchbomben. Messer werfen. Bleibt bei der Pistole. Das Ding ist, jetzt muss ich ja wieder aus der Festung hier raus. Bisschen ungesehen, vorzugsweise. Irrer. Da haben wir noch mal festgehalten. Die sehen mich nicht. Die sehen mich nicht. Stopp, der nix ist. Raus hier. Feierabend. Oh, weg, 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 weg. Nochmal Richtung unten jetzt. Denn. Noch eine Mission an, oder was? Der Blackbeard. Tatsache. Sag mal. So kann ich die Mission nicht starten. Ah, jetzt. Pulver Verschwörung. Seht sie an. Die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig. Ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen... Spielt gar keiner sonst so Black Flag auf Deutsch, ne? Wo gerade mal so aus Gag? Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Tatsächlich nicht. Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver- und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stöcke. Nein. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Er ist eh kein guter Captain. Ihr wisst nicht rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Okay. Was war das denn? Vier Pulverfässer stehlen. Auch noch. Katze die Modes. Also so. JC und Kane, moin erst mal. Das Wichtigste vergessen. So, Mission ist... Ja, vier... Wie soll man denn Pulverfässer stehlen? Kann man die tragen? Schauen wir mal. Natürlich ist wieder Sperrgebiet, aber... Das stört uns ja nicht. Ich bin ja Profi im Schleichen, wie man weiß. Nicht. Na, wie geht's? Bist aber nicht wieder auf dem Pott, oder? Jedes Mal eigentlich. Gefühlt. Warte mal, hier sind doch auch welche außerhalb. Heißt ja nicht, dass ich ins Sperrgebiet muss, oder? Ja, okay. Die sind alle im Sperrgebiet. Ich sage, die beiden? Ja, und wo sind die anderen? Auf Schiffen, oder was? Okay, die Missionen auf der Arbeit. Ah, wie lange musst du denn heute? Wo müssen wir wieder Fortnite da denn? Ich bin da aktuell wieder voll drin. Aber halt abends erst, ne? Da nehme ich heute Abend noch was vor. Deswegen bin ich jetzt online. Bis 19 Uhr. Also, wenn du Bock hast... Um 21.30 Uhr wäre ich denn wieder zu Hause. Ein paar Runden? Weiß doch nicht. Und wir haben ewig nicht mehr geschnackt. Vermisst der Kay. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Scheiße, genau das wollte ich vermeiden, ey. Weil ich wieder zu viel sabbel. Und wie ich ja gelernt habe, im Gegensatz zu den Vorgängern, man muss nicht R2 drücken, um Konter auszuführen. Jetzt wäre das Problem, dass da welche mit hier mit Gewehren sind. Einfach nur ein Nerven. Er war Feigen, habe ich gerade drauf. Räuft gerade. Mal gucken, wie lange. Dass ich wieder KO gehe. Ja, aber könnte es spielen. Jede, von mir aus auch 22 Uhr, also. Abends bin ich... Also, heute Abend bin ich abends flexibel. So. Bombe, Bombe. Ich habe es noch gesagt. Oh, ich lebe noch. Heiß, ich muss erst mal aus dem Kampf weg. Meine Fresse. Das bringt gerade nichts. Was ich hier wieder für Action mache. Aber der muss doch dran laufen. Und dann laufe ich weiter. Ich frage Jesse, ob ich spielen darf. Okay. Ist okay. Ist okay. Okay. Ich habe mir fest. Ich muss erst mal wieder ins Game reinkommen. Vor allem, ich habe hier auch diese Betäubungspfeile. Dafür noch Money. Es ist die Pistole. Verdammt. Ich habe keine Pfeile mehr. Naja. Ich will es einmal konzentriert an die Sache rangehen, denn klappt das auch. Ich muss die Woche echt ein bisschen vorankommen. Ziel ist eigentlich die Woche, das durchzuspielen. Zumindest die Hauptstory, ne? Das komplette Game. Das ist... Aber das kann man immer mal anschmeißen, weil das Spiel ist einfach cool. Das ist echt mein Lieblingsteil von der Serie. Bei Piraten und so. Bin gleich wieder da. Alles klar. Dann soll man erst mal die Umgebung beäugen. Statt da einfach reinzulaufen, ne? Naja, Sperrgebiet. Ich weiß. Ist nicht entdecken lassen. Ach, die machen Übungsschüsse. Ich dachte, das war es schon wieder. Jo, alles Knorkel. Und selbst? Scheiße, ich wurde entdeckt. Nicht schon wieder. Alter, ich bin zu blöd für das Spiel. Kann das sein? Ah, er hat ihn erschossen. Jawohl. Menschliches Schild hat was gebracht. Bittig ist erst mal die Sniper hier auszuschalten, weil die sind echt abfuck. Ja, komm. Das lief ja schon mal ganz gut. Lies gerade das, was sie mich fragen muss. Ja, das frage ich mich auch. Oder war es einfach nur eine Ausrede, weil er keinen Bock hat zu spielen? Man weiß es nicht. Wie geht's dir denn? Hoffe auch gut. Ach, das sind so kleine Fässer. Ich dachte schon, so Riesenpulverfässer. Oh, oh, Werbung. Wir haben eins von vier. Und das nächste? Warte, wo bin ich denn jetzt? Vielleicht sollte ich da erst mal den Turm aufdecken. Ja, da ist die Map auch aufgedeckt. Weil ich dachte jetzt, das wäre irgendwie im Wasser. Oh, 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 oh. Bring mal Pulfersohn, wenn er... Oh, nein. Zieh durch, weil dann ist ja kein Sperrgebiet mehr. Dann sollte ich safe sein. In der Theorie natürlich. So, wir haben hier halt den Turm hochkraxeln. Guck mal, dass das klappt ohne Probleme. Natürlich nicht. Das wäre zu einfach. Werbung vorbei. Ah, okay. Ist doch noch irgendwo eine Truhe da. Weil bei dem Teil ist das echt wichtig, Truhen zu öffnen, ne? Ist nicht so einfach wie die Vorgänger, wo man dann die Stadt ausbaut und einfach mal Millionär ist in dem Spiel. Hier muss man sich das Geld noch hart ergaunern. Ist ja nicht umsonst ein Pirat. Puh. Jetzt ist die Map auch aufgedeckt. Perfekt. Das Nächste ist direkt vor mir. Muss ich jetzt extrem vorsichtig sein, weil die da auch eine Alarmglocke haben. wie ich eben gesehen habe. Ist ein Off-Attentat. Oh, dahinter kommt einer. Ich bin so dumm. Oh, oh. Oh, der entdeckt ihn jetzt. Ich bin so dumm. Händ das Pulverfass. Händ das Pulverfass. Fuck off. Oh, Alter, die Kopfnuss. Ja, sie haben die Alarmglocke geloadet. Ey, das ist wieder... Ey, nein. Und da ist eine Bombe. Bam, Double Kill. So geht das. Noch ein Double Kill. So geht das. Also, so langsam habe ich das Kampfsystem auch raus, wie man sieht. Oh, nein. Der kann kontern. Bombe, Bombe, Bombe. Bombe, Bombe. Oh, ja, die Dicken hier, ne? Die musst du erst einmal... Zack. Ja, den kriege ich nicht. Der ist echt... Zack. Jetzt aber. Da ist noch ein Sniper. Oh, Mann. Oh, Mann. Immer wenn man damit nicht rechnet, ne? Mitten im Fight und dann sowas. Aber schlimmer war es... Noch schlimmer war es bei Outlast. Alter, habe ich mich da erschrocken. Was soll die mal ein paar Wachen plündern, ne? Vielleicht kriege ich ein paar Betäubungspfeile. Bugeln. Aber ein Berserker-Pfeil. Sehr gut. Auf zu pfeifen. Ich will die plündern. So, mal wenigstens das zweite Pulverfass. Endlich. Und ich wollte wieder entdecken. Das kann es nicht sein. Moment mal. Ich habe doch einen Berserker-Fall, ne? Trifft man den? Ja. Getroffen. Jetzt hat mich ein anderer entdeckt. Das ist doch nicht wahr. Oh Mann, nimm doch dieses Scheiß-Pulverfass, ey. Weil hier wieder die Pisse auf dem Dach sind. Geht der jetzt hoch? Ist mir egal. Der muss weg. Wow, der hat mich fasst. Komm, hol ihn dir, hol ihn dir. Warum denn jetzt schon wieder? Anscheinend zu lang her, wo ich das gespielt habe. Man sollte nicht so lange Pause zwischendurch machen. Jetzt leben natürlich alle Wachen wieder. Also echt. Und ich glaube, genau... Ben ist so ein kleiner, süßer Schlingel. Dem möchte man einfach in die Backe kneifen. Grünes Herz. Allein wie auch vorgelesen werden. Grünes Herz. Ganz wichtig, dass das Herz grün ist. Anscheinend läuft es wieder daraus hinaus. Oh, dass er eine Bombe schmeißt. Dass ich alle Wachen einfach töten muss. Weil ich nicht schleichen kann. Weil ich zu blöd bin. Mann, ich sehe nichts. Ja, er hat ihn erschossen. Wollen wir jetzt ein Foto? Wovon jetzt genau? In die Backe kneifen, oder was? Oh, noch eine Bombe. Alter, wie viele Wachen die auch auf einmal fangen. Wieso nicht das Grüne benutzen? Grün ist die Hoffnung. Weg, 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 weg. Boah, das war ein krasser Move. Jetzt kann ich mal aufhören, Bomben zu schmeißen. Komm, man schießt ihn. Jawohl. Wie war das? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Boah, der Plan ist gerade scheiße, was ich hier mache. Das ist wieder eine Bombe. Ach, das Grünes Herz steht für Jesse. Ach so. Dann darf ich das nicht kriegen. So, du gehst jetzt schon die ganze Zeit auf den Sack hier. Bam. Ja, genau. Hier ist auch noch einer auf dem... Ich feile? Ich habe keine Feile. Also ich erschieße ihn einfach. Scheiß drauf. Jetzt steht da noch eine Wache. Ey, wie sie andauernd Bomben schmeißen. Vor allem er hier immer. Jetzt habe ich gleich das komplette Lager gekillt. Nur um einen Pulverfass zu kriegen. Machst du auch gerne für alles benutzen. Ich kann teilen und gönnen. Nee, nee. Komm jetzt, sammelt es ein. Sammelt es ein. Oh. Das ist wieder Kategorie. Warum einfach? Wenn es auch kompliziert geht, ne? So, brauche ich mir die beiden. Ja. Brauche ich ja nur vier Stück. Wofür auch immer. Ja, ist jetzt gut, ey. Oh, lad nach, lad nach. Bevor er nachgeladen hat. Seine... Oh. Seine Muskele da. Ich treffe nicht, ich treffe nicht. Scheiße auf ihn. Dann komm her. Jetzt aber... Kann ich auch keine Wachen mehr sehen. Warte mal, kann ich die eigentlich nachladen auf... Ah, okay. Bringt ja nichts weiter. Geht in Kampf und die Pistole ist nicht nachgeladen. Ist wieder so dämlich. Okay, da sind direkt zwei Wachen. Ist die Frage, ob das Pulverfass dahinter ist. Na, natürlich. Natürlich ist es dahinter. Ist hier unter einer? Finde ich jetzt aber nicht gekillt. Auf legal. Heuer. Ich bin ja doch nicht so schlecht in Schleichen, wie ich immer denke. Wobei, die Ergebnisse sprechen gegen mich. Ach, hier ist das schon. Oh, oh. Oh, oh. Schon wieder entdeckt, Mann. So wie zum Schleichen. Es ist unmöglich. So, ein Pulverfass noch. Schaffe ich den Double Kill? Komm. Come on. Ja. Hallo, gute Leute. Ich habe gerade gesagt, hallo. Hallo, gute Leute. Bevor wir den Turm einnehmen? Nö. Ich habe keine Zeit. Ich muss das Spiel durchzocken. Oh, oh. Oh, nein. Natürlich habe ich keine Pfeile. Ja, komm her. Nächsten locken wir an mit Gefeife. Klappt das? So, erst mal plündern. Keine Buchen, Alter. Buchen und Adoptieren ist aber ein Unterschied, ne? Da muss man sich schon entscheiden. Entweder auf kurzfristig oder langfristig. Was haben die für eine Kuckreichweite? Oh, oh. Bin ich hier wieder so eine Massenschlacht auslösen? Ich bin hier allein unterwegs. Wer guckt? Puh. Ich hätte den Double Kill safe. Durch die Wachen auf dem Turm. Die machen wir wieder Kopfschmerzen. Oh, oh. Oh, nein. Ja, es passiert schon wieder. Bin ich auf dem Sack. So, das sieht relativ gut aus gerade. Komm, sammelt es ein, sammelt es ein. Sieht gut aus. Mission complete. Glasrohr gegen Wachen einsetzen. Zehn Stück. Wenn ich nur einen Pfeil hatte. Das bringt nichts. Kann man auch noch vielleicht schon mal hier bin die Truhe sichern. Ach, ich bin ja in Nassau wieder. Aber warum sind denn hier so viele Wachen? wieder einmal über die Map laufen, ne? Nur um zum Missionsziel zu kommen. Hopp. Der ausrangierte Kommodor. Kommodor. Ich Kommandor. Kommodor. Na los, Jungs, ihr teudelt. Dieses verfluchte Hanf. Hm. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Kommodor befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gewinneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galleonen-Stellung und wartet auf die Befehle des Kommodors. Aha. Ist das klar? Heißer! Eu, eu, Käppi. Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Kommodor die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Kommodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Ich mach das doch schon. Oh, dusch. Einfach mal so, dusch. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten. Heiß, ich muss wieder schleichen. Okay. Schleichen und assassinieren. Let's go. Und wieder hoffen, dass keine Sniper auf den Dächern sind. So, wir haben Information für den Kommodor. Es ist sehr dringend. Oh. Weiter. Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chambers. Wo ist das Problem? Der Kommodor hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobina ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Was? Wo? Ich wusste es. Ich hab keine Betäubungspfeile. Muss warten, bis er weg guckt. Nützt nichts. Aber er guckt nicht weg. Da muss ich durchziehen. Egal. Nein. Geht er hoch, geht er hoch. Ich muss jetzt so tricky spielen. Nützt gerade nix. Da kommen ja immer mehr. Ich weiß noch nicht, ob es einfacher wäre über die Dächer. Aber es sind bestimmt wieder Snipern. Okay, da sind zu viele Bachen. Dann laufen wir jetzt auch noch. Einer. Zwei. Mist. Wo ist denn der Zweite hin? Oh, ich wollte gesehen, glaube ich. Oh nein, oh nein. Mich hier drin verstecken? Nee, das ist nicht hoch genug. Aber da. Er guckt. Ey, das ist aber, äh. Hab ich schon. Ist beantragt. Oha. Muss ich aber wieder umziehen, wa? Oha, was für ein Jump. Direkt in den... Nee, ist ja kein Stroh. In den Palmenblätterhaufen. Okay, der links könnte Probleme machen. Was soll ich? Ich gehe über die Zelte. Genauso. Boah, jetzt ist nichts Dummes machen, ne? Zack. Die Mission bin ich ja gar nicht mal so schlecht wie sonst. Mit Schleichen und Co. Puh. Pedia, die müssen zu ihrem komischen Schiff. Nee, jetzt nicht kurz vor Ende entdecken lassen. Ich bin so dumm. Ach, jetzt muss ich ihn eliminieren. Oh, nix leichter als das. Zack, zack. Ach, das ist einer auf dem Schiff. Oh. Egal, hat er keinen Unschuldigen getroffen. Von daher. Was haben wir denn hier? Dreimal Holz. Ja, Holz brauche ich für Rumpferweiterung. Definitiv. Oh, wie konnte er das denn abblocken? Fuck off. Ui. Richtig könnte ich ihn jetzt einfach erschießen, ne? Weil er hat ganz schön viele Wachen da. Ey, er schmeißt schon wieder eine Bombe hier. Oh, im richtigen Moment A drückt nicht nur im Kopf. Das wird ganz wild. Weg, 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 weg. Ab ins Wasser. Scheiß drauf. Ja. Wie er da hängt. Och nee, ey. Warum kann eine Mission nicht auf Anhieb mal klappen? Wieso nicht? Vielleicht sollte ich ihn doch auf Sneaky denn irgendwie killen. Dann gibt ich von, kommt von diesem Teil ja auch ein Remaster. Kein Remake, sondern ein Remaster. Weil natürlich Porn ist. Einfach der beste Teil der Serie. Nochmal in neu. Ich würd's kaufen. Ja, jetzt wär natürlich Pfeile und Co. Oder Berserker Pfeile wär jetzt. Hab ich natürlich nicht. Im Platt auf Null. Mal auf Risiko jetzt. Die hat sogar geklappt. No, 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 no. Wenn er jetzt hier langkommt, kann ich ihn, glaube ich, so. Krieg ich ihn so? Ja. Ja. Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Commodore. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiterzureden? Wenn dieser Heide nicht wär, Gouverneur Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Frech. Was? Chamberlain per Luftattentat töten? Ach, ich hätte ja, stimmt, oben auf den Mast klettern können. Aber er ist halt optional. So kann man machen, muss man nicht. Und tschüss. Reicht aber, ich muss nämlich wieder ganz woanders hin. Jetzt darf ich auch ins Wasser springen. Endlich. Hier kann man aber nur so untertauchen, ne? Also so richtig tauchen kann man echt nur bei den Hochglocken. Oh, oh, Möwen. Einfach durchrennen, ist jetzt scheißegal. Na gut, dass man nicht so GTA-mäßig die Kondition nachlässt, ne? Man kann hier einfach unendlich laufen. Ist ja auch mal schön. Ach, hier könnte ich mal gucken, ob ich meine Waffen, beziehungsweise Ausrüstung upgradeen. Mann. Ich habe gefühlt noch so die Ausrüstung vom Anfang. Monturen? Jetzt haben wir noch einen von Monturen. Aber man konnte doch auch irgendwie... Missionen, Pistolen-Sets? Okay. Ratenmantel? Das hat natürlich was, aber 6000. Nee. Ja, nee, ich glaube, das bringt gerade nix, ne? Missionen, Kunst gegen Sterne, Fracht verkaufen? Nee. Das werde ich alles, vor allem das Geld, für die Schiffs-Upgrades aufbehalten, weil die sind nun mal arschteuer. Kämpfen kann ich ja, wie man gesehen hat, schleichen dich. Aber die Schiffskämpfe, die sind noch etwas tricky, weil ich besser einen Rumpf brauche, auf jeden Fall. Kann nur. Ich sehe dich. Ich kann mal eigentlich gucken. Ist das hier nicht der... Du bekommst meine Services? Ja, ich mache. Kaufen. Jackdaw Upgrades. Ja, was brauche ich denn dafür? 100 von... Was ist denn das? Ich weiß ja nicht mal, was das für Material ist. 200 Holz habe ich. Wie viel Holz habe ich denn? 322. Das ist schon mal gut. Aber 100 von... Sieht man ja so nicht, wo meine Kamera davor ist. Aber ich weiß nicht, was ich dafür brauche. Ansporn ist jetzt irgendwie unnötig. Feuerfässer auch. Frachtraum. Das ist nicht verkehrt, ne? Frachtraum erweitern. Umso mehr man plündert, ne? Mehr plündert man umsonst, weil der Frachtraum voll ist. Ich sehe irgendwo eine Beutetruhe da. Es ist so wichtig bei dem Spiel, ne? Alles zu lupen, was geht. So bei Brotherhood 2 oder Revelations. Oh, Revelations ist nicht so krass, wenn man da die Stadt, die Geschäfte renoviert hat. Hat ja so viel Geld gehabt am Ende. Hier ist es nicht so. Ist auch ganz gut. Schon herausfordernder. Okay, ja. Habe ich in der Nähe vom Missionspunkt natürlich nicht. Weil das sind ja auch Schnellreisepunkte, wie gerade stand. Dass man nicht immer über die ganze Map laufen muss. Aber ich bin ja eh schon da. Das Feuerschiff. Das hört sich nach einem Seefall. Brotherhood ist tot. Alle bereit? Beinahe. Wir haben ein Problem mit der Galeone und ein paar Dutzend. Pech und Schwefel. Willst du Rauchzeichen geben, du Laus? Du sitzt auf genug Schwarzpulver, um New Providence von den Klippen zu sprengen. Lass mich los, Mann. Ist schon recht. Ist das wieder der Säufer? Ich glaube ja. Ich wollte sagen, ein Trupp Rotröcke hat unsere Galeone besetzt. Wir müssen sie ausschalten, um mit ihren Kanonen die Blockade zu brechen. Ja, kann man machen. Ach ja, man muss die Schiffe vorher mit Fernglas, äh, scannen, würde ich gerade sagen. Wie sagt man denn? Beäugen? Dann sieht man ja, was die für eine Fracht haben. Vergisst man auch gern. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Okay. Oh, ich glaube, das ist eine richtig schwierige Mission. Oh nein. Dann wollen wir mal die Esquote... Esquote beschützen, wa? Oh, die greifen schon an. Damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Feindliches Feuer! Lehm die Raren auf dem Weg! Nach hinten, eine Seite genau dabei! Nehmt gleich unter! Okay, One-Shot, perfekt. Unter auf den Rollen! Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommen noch mal drei. Feindliches Feuer! Feindliches Feuer! Fuck off, fuck off! Ja, das ist die Verbottenkacke! Feuer! Feuer! Feindliches Feuer! Feindliches Feuer! Feuer! Bereit zu feiern, Sir? Feindliches Feuer! Das trägt jeden fetten Stoffe in den Wind! Uff! Ich sag ja, vor allem das Feuerschiff, das haut so rein. Wie soll ich denn da hinterher kommen jetzt? Komm doch mal in der Nähe, Mensch! Feuer! Unter auf den Grund! Feuer! Bist du für euch mal zwei und drei! Feuer! Fisch dahin! Wir haben uns, Captain! Feuer! Lehm die Räume! Lehm die Räume! Lehm die Räume! Lehm die Räume! Uff! Feuer! Wir sind bei 1, Sir! Voll daneben! Ich ramme den einfach! Werb die Sets mit dem Wind dieser Räume! Feuer! Ja! Lehm die Räume! Lehm die Räume! Lehm die Räume! Lehm die Räume! Aber die Reichweite ist gefährlich! Ein Wrack mehr! Gss, Junge! Ich habe damals nicht geschafft! Ich stehe am Tor zur Hölle! Oh! Komm, fahr weiter! Fahr weiter! Feuer! 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 Lehm die Räume! Hinter dir! Alle setzen und Karten mit ausrechten! Alle Segel setzen! Vollgas! Oh, nee, oder? Schiffstufe 60? Das schaffe ich doch niemals. Ach, rammt der das jetzt? Oder was? Ich glaube, der ballert da voll rein. Okay. Let's go. Gott sagen, das hätte ich doch niemals besiegen können hier. Stufe 60 Kriegsschiff. Oh, ey. Ach, du Scheiße. Oh, oh, oh. Da muss ich jetzt aufpassen, ne? Feuer! 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 Racken, eine Seite genau da rein. Feuer! Feuer! Oh, das war daneben. Das war daneben. Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer! Alle aus den großen Werken. Großhege, Ulf, macht schon. Das muss ich jetzt entern, verdammte Scheiße. Das geht gerade nicht, jetzt. Weil das wird Puna Pro guten Loot haben. Bam. Ich muss ja nur noch einen von denen killen, dann ergeben sie sich. Hoffentlich. Und rüber, komm. Gut. Oh. 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 Oh, die Dicken, die haben es immer in sich hier, ey. Boah. Erst mit dem Kontern habe ich aber auch schon mal besser hinbekommen, ne? Ganz ehrlich. Oh. Oh. Was? Warum einen noch? Puh. Hat denn doch noch geklappt. Oha. Was ist denn das für ein Schiff? Egal. Du nimmst in eine Flotte auf. Weil das war ein großes Schiff. Oh. 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 Komm, das andere ähnteren wir auch noch scheiß drauf. Auch Loot. Oh. 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 Ach, ich versenk das einfach, oder? Nee. Das ist zu schade, so ein großes Schiff zu verschwenden. Der Ring lockert sich. Die schnapp ich mir. Die. Und die Landraten eins. Komm. Das ist ja einmal treffen, ne? Oh. 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 Alter, wo kam er denn jetzt her? Oh. 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 12 von 15. Okay, let's go. Und einer. Das war jetzt gar nicht so verkehrt, anstatt die zu versenken, einfach mal zu entern. Da, allein 105 Holz. Weil jetzt müsste ich eigentlich die Jackdaw reparieren, ne? Egal, ich brauche Schiffe. Ich will bloß nicht wieder in ein Gefecht kommen, weil mein Schiff ist fast Schrott. Das ist nicht gut. Das ist nicht der Weg. Vieren und Fahrt aufnehmen! Mehr Segel, alle Segel! Leesegel heißen, los geht! Ich muss ja nur 500 Meter schaffen. Das ist doch machbar. Oh oh. Let's go. Und auch singen, wenn ihr wollt. Oder machen sie nicht. Das schafft. Aber wenn jetzt ein Fight noch kommt, im Zuge der Mission, habe ich Arschkarte. Alle Segel raffen! Das sieht gut aus. So ein Gemetzel. Brennt, ihr Bastarde! Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor! Tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht. Ich vergesse immer, dass ich die Mörser habe, ne? Aber wenn man einen Ford einnimmt, da ist es einen Gold wert. Die Fesse wollte ich gerade sagen, die Mörser. Hat er wieder eine andere? Tatsächlich. Ahoi, Kid! Hast du was verpasst? Ei. Schade das mit Nassau. Und Blackbeards feiger Abgang. Oh, wir kümmern uns um Thatch. Wayne ist zu ihm gefahren und ich fahre bald hinterher. Mehr ist nicht übrig von deiner versuchten Demokratie? Ei. Wir tun hier, was wir wollen und wir lassen uns Zeit dabei. Meine Güte, Edward. Lockt dich denn nur noch der Gestank von Reichtum aus der Reserve? Hm. Pass auf, dass er dich nicht zum Trinker macht, die versoffene Ratte. Ei. Frechheit. Sie sind schon länger als die meisten, die diesen Weg gingen. Puh. Das ist gar nichts zum Synchronisieren. Ich dachte gerade. Vielleicht kann ich hier jetzt ein Upgrade machen für den Rumpf. Wie man gesehen hat, das war wieder knapp gewesen. Den. Was ist das denn hier? Stadtupgrade, ne? Buchtupgrade. Hafenmeister. Buchtupgrade. Buchtupgrade. Warum dreimal Upgrade? Geil. Ich muss zum Abamaster. Was darf's denn heute sein? Bitte ein Upgrade. Nein. Warum kann ich das jetzt nicht machen? Ah, ich hab nicht 4000. Ach komm. Leute. Was verkaufen? Zuckerrumstoff. Ja, aber das brauch ich doch. Zucker braucht man nicht für die Upgrade. Komm. Wir verkaufen den Rum. Nein. Nicht den Rum verkaufen. Warum ist immer der Rum alle? Aber ich muss ja irgendwie zu Geld kommen. Und ich glaube nicht, dass man Rum für Schiff-Upgrades braucht. Würde ich mal behaupten. Ach man, ich hab einmal zu viel gedrückt. Ja, ich hab einmal zu viel gedrückt. Was darf's denn heute sein? Schiff reparieren? Ja, komm. Ja, jetzt können wir den Rumpf ausbauen. Sehr wichtig. Äh, ich will mal kurz was gucken, denn sieh ich ja, was das ist. Verkaufen. Und Symbol her. Nee. Ist oben, in der Mitte, wo ich 17 von hab. Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So machen wir Schäfte weiter. Ja. Ansonsten hat man nachher bei schwereren Schiffskämpfen, man hat keine Chance. Muss ich in die Kajüte rein, oder was? Was machen wir sagen? Können wir nochmal Missionen machen für die Flotte? Die Flotte ist voll? Nein. Ja, komm. Nice, nice. So, jetzt geht's wieder mit dem, mit dem Missionen los, ne? Machen wir jetzt mal Golf von Mexiko. Was haben wir da? Riskant. Das können wir nicht machen. Das kann ich machen. Ja, komm. Achso, weil ich die Handelswaren nicht hab, kann ich das nicht machen. Ah, okay. Tatsächlich kann ich gar nicht mehr machen. Nee, das sind Handelsmissionen. Ja, das ist jetzt etwas dumm, aber ist okay. Ja, das sind meine. Kann ich aber auch hier Waffen upgraden. Nee, nur Ausrüstung wechseln, ne? Tread-Sets. Das hab ich gerade ausgewählt, ne? Okay, wir lassen mir das dabei. Hmm. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020